So, wir beginnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, liebe Lyrikfreundinnen und Lyrikfreunde, liebe Lyrikerinnen und Lyriker, schön, dass ihr zuschaut, da seid, mitmacht. Ich finde es ganz besonders, dass eine so gewaltige Unternehmung in Szene gesetzt werden konnte. Eine Idee von Sabine Schoh, die sie dann an Caroline Callis weitergegeben hat, die heute Abend mit mir als Mitherausgeberin diese ganze Unternehmung versucht, in den guten Bahnen zu halten. Vielleicht noch eine kurze haushaltliche Mitteilung. Wir hatten ja ursprünglich gesagt, fünf Minuten sind das Maximum pro Autorin und Autor. Das wollen wir auch bitte so halten. Manche haben ein kürzeres Gedicht und können dann natürlich noch ein weiteres von sich lesen. Was ich sehr interessant fände oder wir sehr interessant fänden, wenn der Autor oder die Autorin ihr jeweiliges Lieblingsgedicht noch kurz begründen würde, warum sie oder er dieses Gedicht ausgewählt hat. Es geht nicht um ein literarisches Kolloquium oder Seminar, sondern ganz einfach subjektiv, warum man dieses Gedicht, warum es einem besonders am Herzen liegt, einen besonders angesprochen hat und so weiter. Diese ganze Unternehmung hier ist auch deswegen einzigartig, weil man natürlich einen Einblick in die gegenwärtige Lyrik-Szene bekommt und das stelle ich mir jedenfalls so vor, dass die Zuschauer und Zuhörer, die das dann alles am Schirm betrachten, hinterher möglicherweise sich fragen, welchen Eindruck kriegen wir durch die Gedichte, die kürzeste literarische Form von dieser Epoche, von dieser Zeit, von der Art und Weise, wie wir heute denken, fühlen, uns verhalten, hoffen, zaudern, sagen, uns freuen und so weiter. Ich denke, das ist das Wunderbare an der Lyrik, dass man durch die Jahrzehnte hin immer wieder eine Art Zeitbarometer sieht und hört, wo Autorinnen und Autoren ihr Bestes versucht haben, um das, was so schwer zu sagen ist, zwischen den Sätzen, hinter den Wörtern, zwischen den Wörtern assoziativ heraufzuholen und das Unsagbare nicht unsäglich zu machen, sondern sagbar zu machen. Das ist das, was mich auch nach 40 Jahren und 35 Jahrbüchern immer noch fasziniert, an den Gedichten, an der Poesie. Ich habe auch öfter gehört, die Frage, wie kommt man denn ins Jahrbuch? In den ersten Jahrgängen bekam ich noch hin und wieder vom Paketdienst einen Schein und dann wurde mir gesagt, ich solle zum Postamt gehen und etwas abholen. Das waren dann zum Beispiel Katzenzungen aus Schokolade von jemandem, der gerne ins Jahrbuch kommen wollte mit seinem Gedicht. Da musste ich dann korrekterweise dann die Annahme verweigern. Ich habe auch gehört, es gab eine Zeit in den 80er Jahren, wo ich dachte, wir haben viel zu wenig Lyrikerinnen als Mitherausgeber und habe dann rumgefragt. Ein für mich nachdenklich machendes Moment war, dass zum Beispiel eine von mir sehr bewunderte Lyrikerin, Friederike Roth, meinte, sie wollte das jetzt erst mal noch nicht tun. Es falle ihr schwer, über Kollegen zu urteilen. Das hat sich inzwischen Gott sei Dank geändert, weil wir auch denke ich deutlicher eine Idee von Poesie haben als etwas, was auch ein Handwerk ist. Ein Handwerk, wo man, wo es Regeln gibt, wo es Traditionen gibt, wo man als Zwerg auf den Schultern von Riesen steht und diese Tradition, je mehr man davon weiß, desto besser. Das aber jetzt nur eben als Fußnote zur Begrüßung und eine weitere Begrüßung jetzt noch von Carolin Kallis. Ja, danke dir, lieber Christoph Buchwald. Herzlich willkommen auch von mir zu dieser langen Nacht der Lyrik, die wir wirklich machen, um dieses Buch, das Jahrbuch der Lyrik 2021 zu feiern und auch zu feiern, dass es seit über 40 Jahren wirklich eine Institution ist, an der es immer Spaß macht, teilzuhaben, um reinzulesen, das Gedicht zu feiern und genau das wollen wir heute Abend tun. Das Gedicht feiern, das Gedicht steht im Mittelpunkt. Wir hören Gedichte an Gedichte an Gedichte. Zwischendrin haben wir vielleicht noch die Zeit, ein bisschen uns zu unterhalten, Christoph und ich, über all das, was er von Anfang an für dieses Buch getan hat, als ständiger Herausgeber immer mit jemandem, der ihm zur Seite gegangen ist. Und deswegen von mir aus nur ein herzliches Hallo, herzlich willkommen, ein gutes Durchhalten durch die Nacht und das aber auf jeden Fall noch ein großes Shoutout hinter die Kulissen jetzt schon an Florian Kind von Schöffling & Co. Jasmin Kamenzind, Adina Genklowski & Mara Köchling, die hier die Technik in den Fäden, in den Händen halten, die Fäden in den Händen halten und uns hoffentlich gut und ganz bestimmt gut durch diesen Abend führen werden, ohne dass sie hier vorne mit dabei sind. Also es bleibt mir nur viel Spaß zu wünschen und Christoph wird die erste Lesende vorstellen. Viel Spaß! Ja, nochmals guten Abend. Der Stafettenlauf beginnt mit Katharina Schultens, Jahrgang 1980. Ihr letzter Gedichtband Gorgos Portofolio bei Cookbooks 2014 erschien und danach Untoter Schwan auch bei Cookbooks 2017. Und sie liest eröffnet den großen Reigen heute mit einem ersten Gedicht. Ja, guten Abend. Ich lese neben meinem Gedicht tatsächlich ein Gedicht meines Mannes Alexander Gums, weil wir diese Gedichte völlig unabhängig voneinander so wie immer geschrieben haben und dann im Nachhinein ich festgestellt habe, dass es vielleicht einfach zwei Gedichte sind, sie zusammengehören, auch wenn sie gar nicht so gedacht waren. Und ich muss dazu sagen, dass seines vielleicht deutlich weniger zynisch ist als meines. Wir fangen mit dem zynischen Gedicht an. Mir geht die Flugsalbe aus. Ich denke über Großschreibungen nach, über wirksame Flugsalbe. Flugsalbe, fast aufgebraucht. Moonlighting als Mückenschützerin. Siehst du, man kann das gendern Herz doch schon. Ich kann ja alles, nur nicht reduzieren. Vor allem kein Material, das ich nicht habe. Ich kann produzieren, Honig, Milch, einen Bienentanz improvisieren. Ich bin immer jene, die du gerade nicht suchst. Mein Herz, mein müdes, morgens chronisch erschöpftes, kaum behaartes Herz. Wenn du erschöpft bist, bist du dann gleich leer? Wem hast du dein Quellwasser geschenkt? Hast du Partys damit gedrängt? Oder ein letztes Gedicht? Jetzt meinen wieder alle, ich spreche über mich. Ach, Mangelerscheinungen in Fantasie, Kosenamen, diese Leute. Du könntest mir Herz anbieten, den Kirschbaum deiner Mutter zu beschneiden. Du könntest fachgerechte Milchleistung und Gelee anfordern. Ich fühle mich nicht unzuständig. Ich tränke deine Ausläufer, schweige an gerechten Rändern des Gesprächs. Ich bestehe auch nicht auf optionalem Adanas, vergrabe meine Hand in deinem blutigen Haar. Siehst du, jetzt rufen sie dich. Siehst du, jetzt kommt die Düsternis zu uns. Siehst du, jetzt kommen sie nach dir. In ihren Blicken und in ihrer Gehe. Und von Alexander Gums, die letzten Sekunden des Sommers. Die letzten Sekunden des Sommers. Aufgekratzt, seit vier Uhr früh, Hemdsärmelig lachend, werden wir, wie üblich, nichts machen als ein Draht. Und mit machen, meine ich, ihn umschlingen, mit so viel Liebe, dass er bucklig wird. Ein erster, fester Freund. Ein Handschuh, eng und außer Gefahr. Das ist es, was uns fehlt. Das Übliche als Möglichkeit erleben. Als einen Hauch von Glanz nach so vielen Stürmen. Die letzten Sekunden des Sommers brechen an. Im Dunkeln, handgeschrieben. Ihre Müdigkeit. Ihr Leuchten. Vielen Dank. Vielen Dank, Katharina Schultens. Der zweite im Stafettenlauf ist Urs Allemann. Jahrgang 1948, lebt in Goslar. Seine letzten beiden Gedichtbände sind Im Kinde, schwierig, die Ahnen. 52 Gedichte bei Urs Engeler 2008. Und dann noch Selbstwelt, Gedichte und andere Dinge bei Klever 2013. Ich begrüße herzlich Urs Allemann. Vielen Dank. Christoph Buchwald. Vielen Dank. Ja, klappt es jetzt? Jawohl. Ach, Gott sei Dank. Vielen Dank, lieber Christoph Buchwald. Guten Abend, liebe Lyrik-Enthusiasmierte. Ich freue mich sehr, Ihnen jetzt mein Gedicht aus dem Jahrbuch vortragen zu dürfen. Es ist Teil eines Zyklus Carabas-Variationen, der im nächsten Frühjahr bei Ralf Klever in Wien erscheinen wird. Klassizistische Aberration. Carabas, Sonett. Ich hatte Carabas mit dem Spaten, den alten Luststolch. Ich hatte ihn niedergeschlagen, ihm fitfack das Glied der Glieder vom Rumpf gehackt und es mit Präparaten zur Haltbar-Machung des Gemächts von Schraten so lang gebeizt, getrocknet, Farbe flieder, ist, nie, nie kehrt, was nie gewesen wieder, war es Organon einst, schriller Kosetaten, mit denen Onkel Josef Stößigkeiten, Reindringlichkeiten, Beat pleblessierte, bis weggehext, Fleischcrash, Verwesungspleiten, es mich, falls Äuglings, ich, ich, nach ihm gierte, statt in Kindsgurgeln Wirtspaß auszuspreiten, vom Schreibtisch als Dekoströckschwanz anstierte. Und nun als zweites Gedicht, Der wahre Vogel von Ernst Jandel. Das ist ein Gedicht, das ist 1983 in dem Gedichtband Porträt des Schachspielers als lesende Uhr erschienen. Ich bin ihm aber zum ersten Mal im Jahrbuch der Lyrik 1984 begegnet, in der Rubrik Retrospektive. Der wahre Vogel. Fang eine liebe Amsel ein. Nimm eine Schere, zart und fein. Schneid ab der Amsel beide Beine. Amsel darf immer fliegend sein. Steigt höher auf und höher, bis ich sie nicht mehr sehe und fast vor Lust vergehe. Das müsste ein wahrer Vogel sein, dem niemals fiel das Landen ein. Vielen Dank. Danke herzlich, Urs Allemann. Ernst Jandel wird von oben sicherlich Beifall geklatscht haben. Er ist auch einer der, denke ich, Unvergessenen. Einmal bei Luchterhand, wo er verlegt wurde, kam er auf ein Fest und sagte, heute reden wir nicht über Lyrik. Wir haben uns den ganzen Abend über Saxophon-Mundstücke unterhalten. Und das war ein sehr kurzweiliger Abend. Gut, als dritte heute Abend begrüße ich herzlich Judith Sombrei, Jahrgang 79, ihr letzter Gedichtband Nähkurs 2011 im Rollemann Verlag. Guten Abend, Judith Sombrei und herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Abend. Ich habe zwei Gedichte mitgebracht, mein eigenes und eines aus dem Jahrbuch der Lyrik vom letzten Jahr von Anne Carson, übersetzt von Marie-Louise Knott. Ich fange mal mit meinem eigenen an. Wenn im müdesten Gedicht der Welt noch eine Katze vorbeiläuft, ist alles verloren. Sie brummt die Gehirne in Besinnungslosigkeit und alle, die es lesen, sinken nieder, lassen den Stift aus der Hand rutschen, die Spucke aus dem Mund, die Haare übers nächstgelegene Kissen. Niemand hört, wie draußen der Müllwagen auftaucht, unruhig piepend die Häuser umkreist, immer auf der Suche nach den anderen oder den gelben Säcken. Die liegen verkrackt, hängen ergeben und nass an den Zäunen, unten schon benagt vom Vortag. Über allem schlafen die Balkone, halten die Wangen nach außen, die Lichter gelöscht. Bis auf eins im Bad. Niemand sieht das. Nur die Silberfischchen wissen nicht mehr, wo die dunkelsten Winkel sind. Ja, und zur Begründung für das zweite Gedicht. Das kann ich ganz kurz sagen. Ich finde, das Gedicht ist einfach der Hammer. Also das, was ich jetzt als zweites lesen will. Sowas sollte man wahrscheinlich nicht davor sagen, sondern danach. Also es ist von Anne Carson. Es ist aus dem Amerikanischen übersetzt von Marie-Louise Knott. Und es heißt Vaters alte blaue Strickjacke. Jetzt hängt sie auf der Lehne des Küchenstuhls, wo ich immer sitze. So wie sie damals auf der Lehne des Küchenstuhls hing, wo er immer saß. Ich ziehe sie an, sobald ich reinkomme, so wie er damals, wenn er den Schnee von den Stiefeln klopfte. Ich ziehe sie an und sitze im Dunkeln. Das hätte er nie getan. Vom Mondbein des Himmels schielt Kälte herab. Seine Gesetze waren ein Geheimnis. Aber ich erinnere mich an den Moment, in dem ich verstand, als ich verstand, dass er im Innern seiner Gesetze verrückt wurde. Er stand in der Biegung der Zugfahrt, als ich ankam. Hatte seine blaue Jacke an, von oben bis unten zugeknöpft. Dabei war es ein heißer Julinachmittag, aber vor allem der Ausdruck auf seinem Gesicht. Wie ein kleines Kind, das von einer fernen Tante frühmorgens für eine lange Reise in kalten Zügen und auf zugigen Bahnsteigen angezogen, äußerst aufrecht auf der Sitzkante hockt. Während die langen Finger der über die Heuhaufen streichenden Schatten es nachhaltig erschrecken, weil es gegen die Fahrtrichtung sitzt. Dieses Gedicht ist mir auch in der Tat hängen geblieben, in Erinnerung geblieben, weil es so besonders ist. Sehr vielen Dank, Judith Sommer, für die beiden Gedichte. Wir schreiten weiter in unserer wunderbaren Riege mit ausgezeichneten Gedichten. Ich begrüße herzlich Dirk von Petersdorf, 1966 geboren. Zuletzt die Gedichtbände Nimm den langen Weg nach Hause bei Beck und dann Sirenenpop, ebenfalls beim Beck Verlag in München 2014. Wir haben uns zuletzt in Rom in der Villa Massimo gesehen. Und da hast du über Christoph Meckel erzählt. Und das ging mir so nahe, dass ich ihn noch in Freiburg kurz vor seinem Tod besucht habe. Dafür vielen Dank. Aber jetzt hast du das Wort. Ja, ich bedanke mich und freue mich, dass ich hier mitlesen darf. Das Gedicht aus dem diesjährigen Jahrbuch der Lüge ist ein Wintergedicht. Man muss sich also so ein klein bisschen zurückversetzen in die Kälte und am besten auch noch in Schnee und etwas Eis. Und es schildert so eine Radfahrt, wenn jemand trotz dieses Wetters versucht, auf dem Fahrrad irgendwo hinzukommen. Fahrrad im Winter, alle Wege morgens gefroren, Schneematsch, hart geworden, Kanten aus Eis, sie holpert, rutscht, es knackt und knirscht in der Stille über Rinnen und Rillen. Taube Ohren, Ohrenschützer, wer weiß wo. Lenker halten, aber auch locker lassen, spiegelnde Fläche lauert dir entgegen. Oben geblieben. Diese lange Hecke vom Reif bezogen, Rauch als Platte über dem Gewerbegebiet und am Himmel hebt sie den Blick noch weiter, fransiger Rotstrich. Vorne, da, wo der Schnee als Decke liegt, wird es knistern, wenn sie hineinfährt. Und dann, und dann lässt sie los. Aufgerichtet öffnet die Arme. Ja, das zweite Gedicht, ich hatte das erst falsch verstanden. Ich dachte, man solle von sich selbst ein Gedicht aus früheren Jahrbüchern lesen, aber jetzt habe ich gesehen, das ist anders und ich habe auch blitzschnell umdisponiert. Das ist mir eigentlich auch viel lieber, denn so kann ich jetzt etwas von Peter Rümkopf lesen. Peter Rümkopf aus dem Jahrbuch 1989, 90. So sahen die damals aus. Alle kennen das ja vielleicht nicht mehr. Sehr schön auch bei Luchthang als Taschenbuch gestaltet, Taschenbuch aber doch auch sehr schön gemacht. Das ist auch das Eröffnungsgedicht Peter Rümkopf, der Fliederbusch der Krüppel. Und warum ich es ausgesucht habe, weil ich die Musikalität Peter Rümkopf sehr schätze und Christoph Bufwald hat eben über Saxophone gesprochen und Rümkopf ist ja bekanntlich sehr oft mit Jazzmusikern aufgetreten und einige dieser Konzerte habe ich auch sehr stark in Erinnerung. Also zum Gedenken an Peter Rümkopf, der Fliederbusch der Krüppel. Der Fliederbusch der Krüppel, letzten Winter vorm Sturm gebrochen und nachfolgend fast aus der Erinnerung entschwunden. Kriechend erreicht er sein Ziel, die Blüte. Nachfeiern werden sie nicht gerade dafür, aber wohl auch nicht vorzeitig untergraben. Der alte Kerl in meinem Spiegel gegenüber, grau wäre ja noch gut, aber so halbkahl, mit Flecken im Gesicht, die auch nicht mehr richtig nach Zukunft aussehen. Was will der Dichter seine Leser damit lehren? Dass das Leben zu kurz ist, sagt dir schließlich jeder kleine Friedhofsangestellte. Bisschen Rumkram noch oder bisschen was? Lieber Donner den einfach noch mal so ein absolut aus der Richtung weichendes Ding hin, wie Bad Paul, als er Mitte der 50er voll entflammt aus der Klapse kam. Tempos fuget, die Zeit eilt meiner Wenigkeit voraus. Beziehungsweise Schubert auch mit diesem sternmäßigen Quinten, Tett in C-Dur. Doch bestimmt nicht bloß Süffmusik. Aufgeräumt eine bereits im Abbruch befindliche Bühne betreten und aus Angsttrieben Luftschlangen ziehen. In großen Zügen, das ist es. Wenn die Leute schon anklopfen, als ob sie eine Landplage wären, was soll dann der ganze Kunstaufwand? Der Fliederbutsch der Krüppe letzten Winter im Sturm gebrochen, aber nachdrängend jetzt die eigene Wahlstadt lila überlagernd. Was kann er seinen Dichter damit lehren? Unter uns, dass in deinem Abwinken immer noch mehr Kraft war, als in anderer Leute Sonnenaufgängen. Und am Ende Siegner wer, der den Sand der Harina frisst. Vielen Dank und Tschüss. Wunderbar und vielen Dank. dass du ihn in Rümkopf gewählt hast, erinnert mich an etwas, als ich ihn mal auf irgendeinem Verlagsempfang sprach, fragte er mich, und wie wählt ihr eigentlich aus bei diesem Lyrikjahrbuch? Und er hatte die Antwort gleich parat und sagte, da müssen doch einfach ein paar neue, alte Maßstäbe her. Nicht langschwadronieren, sondern neue, alte Maßstäbe. Gut. Die folgende in unserer wunderbaren Reihe von Gedichten der Gegenwartslyrik ist Friederike Hertha. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind und für uns hier in dieser Stafette lesen wollen. Friederike Hertha ist Jahrgang 1989, lebt in Paris, hat Gedichte in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht und ich vermute, irgendwann wird auch ein Gedichtband zu erwarten sein. Oder sehe ich das ganz falsch? Das wäre natürlich schön. Ja, guten Abend. Ich werde mein Gedicht, wir waren die letzten, lesen und ich bin auch ganz froh, dass die Anweisung lautete, ein Zweitgedicht von einem anderen Autoren oder einer anderen Autoren auszusuchen, weil ich auch Jahrbuch der Lyrik Debutantin bin, also ich habe gar kein weiteres Gedicht in einem Jahrbuch vorzuweisen, aber ich bin nochmal das Jahrbuch der Lyrik 2017 durchgegangen, ja, ganz intuitiv und bin dort auf das Gedicht von Andra Schwarz gestoßen, an dem ich hängen geblieben bin, weil es in gewisser Weise Echo auf mein Gedicht gibt, ja, eben auch das Thema Kindheit und ja, im Prinzip die Landschaft der Kindheit kartografiert. Wir waren die Letzten. Wir waren die Letzten, die Sommers auf Plattenwegen über ihren Schatten sprangen. Damals lagen am Ortsrand die Zäune im Gras, gaben Sicht frei auf Dörfer mit Namen, die alle gleichklangen, nach Grenzland und Feldern aus kariertem Stoff gestanzt. Wir waren die Letzten, die ihre Kreise drum zogen, als alles enger wurde mit der Zeit, Nuss und Birne schrumpften, Blumenbeete gingen ein, im Schilf ertranken die Weiher und in den Stuben brannten Gespräche zu stumpen, weil nichts geschah, als der Abflug der Brut aus den Horsten, das Ausbleiben von Besuch und die Alten sagten bald Sense. Es wurde am Ende noch einmal gemäht, gehakt auf den Wiesen, Heuballen zu Pyramiden, auf denen kein Kind mehr saß. Übern Winter starb die Hoffnung, wir Jungen wüchsen nach. Endlich wieder Störche im Ort, hohe Masten, erinnere dich an den Dorfanger, die vergessene Kirche, den Spielplatz, Überreste von damals und das, was war, hinter Dickicht. Schwarze Erlen am Grund, vergiss nicht die Trägheit der Landschaft beim Wachsen, flirren bis Gras an den Ufern, Pilze an morschen Bäumen, sie schwemmen auf, wenn es nass wird. Im Winter kommt das Wild bis zu den Häusern, drinnen bleiben die Geheimnisse für uns. Vielen Dank. War das tatsächlich Ihre erste Ihr Gedicht, Ihre erste Veröffentlichung in einem Buch? Im Prinzip ja, ja, also in einem solchen Buch, ja, ansonsten in Zeitschriften eher veröffentlicht, aber das Buch der Lyrik ist ansonsten ja doch eher das erste. Na, ein deutliches Donnerwetter, mögen noch viele Gedichte in folgenden Jahrbüchern folgen, das habe ich dann nicht mehr zu entscheiden, aber die wunderbare Unternehmung Lyrik-Jahrbuch geht ja weiter und wie Sie wissen, steht der Einsendungstermin für die nächsten Jahrbücher, für das nächste Jahrbuch ja bereits fest. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und alles Gute. Dankeschön. Dann darf ich Lea Wachode vorstellen, Jahrgang 1997, sie lebt in Münster und hat Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien und siehe auch die Frage, ist das die erste Buchveröffentlichung oder gab es da schon in anderen Büchern Gedichte von Ihnen? Das ist die erste Veröffentlichung und deswegen auch eine ganz schön aufgeregene Sache. Wow, gratuliere. Genau und ich werde ein Gedicht lesen aus einem Zyklus aus 30 Jahren September, der während der Proteste in Chile entstanden ist, die seit 2019, so September 2019 im Gange sind und sich gegen die soziale Ungerechtigkeit dort einsetzen und denen auch massiver Polizeigewalt verletzt wurde und ich kann gar kein anderes Gedicht lesen aus den vorherigen Jahrbüchern, weil ich kein Jahrbuch zur Hand hatte. Deswegen lese ich jetzt erstmal nur dieses. Nachts wird es atmen. Nachts wird das Atmen schwer. Unter den Schlägen der Helikopter wir spüren unsere Körper imprägniert, Gefühle abgepackt in tränendichte Körperorte. Wir schlafen, um nicht zu fühlen. Wir schlafen nicht, fühlen nicht schlafen, wir schlafen, wir schlafen, wir fühlen schlaf nicht. Wir schlafen und drehen uns ein, Energie sauen, Run and Jump, Herzchen steigern für übermorgen, den Sommer. Unsere Hashtags verbrennen Netze, Gebäude, Papkartons. Eins. Wir schieben Grenzen, tragen Gewalt als Halstuch und Uhr. Mama, nach den Schüssen gehe ich ins Bett und Wut in Gießkannen mit Sprühaufsatz. Benutzt keine Sonnencreme. Wir gießen mit aufgelöstem Backpulver die Angst, fass dein Gesicht nicht an, auf keinen Fall. Die Angst von den Augen lösen uns auf im Laufen zwischen zischenden Kugeln blassen Palos in weinender Luft. Eine Zitrone tröstet die Schleimhäute und wir verstehen ihre Chemie nicht. Mit getränkten verschenkten Tüchern ertränken wir die Furcht vor unseren Mündern. Baumwolle, Backpulver, bicarbonato, bicarbonato und Limon für die Tiere in den Straßen knöcheln. Guanaco spuckt fließende Stadt gepfeffert mit Tränen. Zorillo seine Grenze vertreiben mit Töpfen und Handschuhen der GärtnerInnen aus grünen Flächen Wohlstandsquadraten Bario alte. Das Rezept geerbt aus World War One kommerzialisiert beworben mit Schmerz, Skala und Tränenradius schickt Körperkränke aus 30 Jahren September. Zwei Nachts war das Atmen schwer. Unter den Schlägen der Helikopter wir blättern in Luft ständiges Wachsein bleiben, wach schlafen. Wir spüren die Zellen imprägniert, Gefühle abgepackt in Tränen dichte Körperorte. Wir schlafen um nicht zu fühlen, wir schlafen nicht, wir fühlen schlafen nicht und reden uns ein Energie zusammen für über morgen den Sommer das Schaukeln durch einen Tage. Drei Unsere Hashtags Klakate verbrennen Netze Straßenschilder Popkartons einen Rücken. Vielen Dank, Lea Baude. Weil es Ihnen nicht möglich war, ein Gedicht von jemand anders zu nehmen, darf ich hier vielleicht einspringen mit einem Gedicht, was wie eine Antwort mit umgekehrten Vorzeichen auf das von Ihnen gelesene Gedicht vielleicht zu verstehen ist. Es ist von dem leider viel zu früh verstorbenen Dichter Menno Wichmann. Der ist Jahrgang 1966 und ist 2018 verstorben, niederländischer Dichter. Und in einer Anthologie mit niederländischen Gedichten, die bei Aufbau erschienen ist, habe ich ein Gedicht von ihm aufgenommen, was ich sehr schätze. Das heißt Jeunesse Doré. Ich sah die größten Geister meiner Zeit für einen Aufstand bluten, der nicht kam. Ich sah sie träumen zwischen Bücherdeckeln und erwachen in der 22-Städte-Hölle, heillos wie das herausgehackte Herz von Rotterdam. Ich sah sie schwören auf eine neue Trunkenheit und tanzen auf dem Grund der Nacht. Ich sah sie heulen ob der Ochsen in der U-Bahn und beten zwischen zweimal hundert Watt. Ich sah sie leiden an unerbetenem Talent und reden mit gehetzter Stimme. War alles schon gesagt, noch nicht von ihnen. Sie waren spät, nicht ein Versprechen wurde wahr. Die Städte glänzten schwarz wie Kaviar. Das hat mich immer auch beim Wiederlesen ein bisschen erinnert an die frühen Gedichte von Hans-Magnus Enzensberger und es ist, wie gesagt, fast an der anderen Seite des Schauens auf politische Gedichte von dem, was Lea Varude so eindrucksvoll vorgelesen hat. Gut, dann schreiten wir fort und ich begrüße herzlich Christa Wisskirchen, Jahrgang 1945, ihr letzter Gedichtband bei der Edition Faust 2016 trägt den Titel Nach der Flut. Herzlich Willkommen. Schalten Sie noch Ihr Mikrofon ein. jetzt ist wieder ausgeschaltet sehe ich hier ja 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 danke ja ich wollte noch sagen der letzte Gedichtband ist genau genommen gerade erst erschienen aber das ist ich lese Choral Bearbeitung als hätten sie eben nur Pause gehabt sie atmen ein und parlieren lächeln seufzen verneigen nicht ohne Anmut Lebensstimmen in ewigem Lebensbetrieb Horchen sie auf wie dort oben nun etwas einsetzt klar einsam sich nennend mit riesen Schrittmaß überm Gewusel die sprechende Melodie sie nehmen keine Notiz sie treiben ihr und so weiter und doch geheime Entsprechung lenkt ihre Bahnen schön kadenzierend enden sie alles zugleich das Gedicht das ich noch gefunden habe ist aus dem Jahrbuch 1990 91 und zwar von Dirk von Petersdorf dort hat es mehrere Strophen aber die zweite Strophe die ich lese die hat er später als eigenständiges Gedicht ohne Titel in einem Gedichtband aufgenommen also Dirk von Petersdorf ich wollte noch dazu sage ich gleich Am Grund der Diskurse ein Fisch ein Fisch der nicht zu fassen ist es ist ein Fisch am Grund der Diskurse schwimmt ein Fisch nicht zu fassen am Grund ein Fisch der schwimmt am Grund der Diskurse schwimmt ein Fisch ein Fisch der nicht zu fassen ist mir hat das so gut gefallen weil es eigentlich so einfach ist es enthält es enthält nur eine Aussage und darüber kann man sich die Gedanken machen in den Diskursen schwimmt ein Fisch gut das ist schnell gesagt aber wie es gesagt ist es resultiert letztlich dass der Vorgang der da beschrieben wird im Gedicht selber stattfindet da schwimmt nämlich der Fisch durchs Gedicht so ungefähr vielen Dank vielen Dank Christa Wisskirchen dass Sie mitgemacht haben Sie sind ja im Lyrikjahrbuch schon seit vielen vielen Jahren dabei und ich finde es wunderbar dass Sie jetzt auch die Zeit gefunden haben dieses Gedicht oder diese zwei Gedichte hier vorzutragen Dankeschön unser folgender Gast ist Wil Kustas Wil Kustas ist sozusagen eine Ausnahme in dem Sinne dass er in dieser ganzen Riege der heute Lesenden glaube ich der einzige Ausländer ist was man ihm aber überhaupt nicht anmerkt weil er perfekt zweisprachig ist er lebt in Maastricht hat zwei Gedichtbände rausgebracht der letzte Band ist der weiße Helm übersetzt bei Cossé 2008 2018 und als letztes Sonderpalette das kann man übersetzen als ohne wie heißt dieses Ding wo der Maler seine Farben drauf hat Palette ohne Palette 2020 Wil Kustas schön dich auf diese Weise wiederzusehen und ich freue mich auf deine Lesung danke ich freue mich sehr dass ich dabei sein darf hier zwischen den deutschen Dichtern und ich höre schon viel schönes das das erste von einer ist eine Reihe sehr kurzer Gedichte in Städten und Dörfern man weiß nicht ob genau so wenig wie sich dreht jawohl fürchtet dass die Stille wie das Dröhnen keine Grenze ein weiteres auch ein kurzes aus dieser Reihe in der Menge in der Menge führt man sich selber wenigstens einmal in Zusammenhang mit dem Tragen der Lebenden während man wieder auf sich alle diese anderen gleichzeitig um sich weisen als wie in ansteckender Verbindung mit den Toten dann drittes sehr kurzes im Umbruch hast du die eine Welt übergangen fehlt dir sofort die nächste als hätte sie sich verzögert wegen eines falschen Abiturs ich habe durstig sei wie uns ich habe ich glaube die Kamera ist ja die Verbindung war leider sehr schlecht das klang ein bisschen wie ein Gedicht von Oskar Pastior ich leze das Gedicht von Oskar Pastior sie sehen mich nicht, sie sehen ihn nicht ich habe es gewählt, weil es diese Frage sich dabei auftut wer liest da denn eigentlich, wenn es liest okay, da bin ich lieber ein Gedicht von Oskar Pastior aus dem Jahrbuch der Lyrik 95, 96 das Gedicht immer ich weiß nicht ob sie gehört haben was ich gesagt habe aber ich habe es gewählt weil es als ich da die Frage aufgelegt wer liest denn da eigentlich wenn es liest auch heute Abend es heißt immer das Gedicht gibt es nicht es gibt nur immer nur dieses Gedicht, das dich dich gerade liest aber wenn du in diesem Gedicht bist das Gedicht gibt es nicht es gibt immer nur und das Gedicht, das du nicht liest dich lest und es ist und es ist die Gedicht, die du tun hast und dies du zuweide es nicht nur hier gibt vielen entschuldigung für die technische die ich für die lieber Will Kustas der Oskar Pastior hätte sicherlich an diesem technischen an dieser technischen Fehlschaltung seine Freude gehabt und daraus wieder etwas Neues ganz eigenes eine Art Lautgedicht gemacht dennoch herzlichen Dank dass du dabei warst mitgemacht hast und uns an diesen unvergessenen Oskar Pastior erinnert hast danke dir herzlich dann darf ich ihnen vorstellen Iris Lilia Schmidt sie ist Jahrgang 1967 lebt in Düsseldorf soweit mir bekannt noch keine Buchveröffentlichung herzlich willkommen heute Abend Frau Schmidt ja guten Abend verstehen sie mich muss da glaube ich noch muss ich noch ein Video starten hier verstehen sie mich nee das ist nicht wahr ich habe also schon einen Roman veröffentlicht das ist jetzt einige Jahre her ich habe auch schon erzählbände veröffentlicht und in Anthologien und Literaturzeitschriften es ist jetzt nur ja für das erste Gedicht was ich veröffentlicht habe weil ich schreib noch nicht so lange Lyrik bin so erst vor eineinhalb Jahren angefangen und freue mich deshalb umso mehr dass das Gedicht ausgewählt worden ist für das Jahrbuch der Lyriks da bin ich ja stolz drauf auch Prima Kunstkamille wir Kinder hatten den Kopf in den Wolken und die Füße im Dreck bauten Rodelbahnen aus Schutthalden und starken im Morass der Kohlebecken im Schlamm der durch die Adern unser Väter und Großväter floss die fraßen in Ruß und Staub die fraßen in Tod und die Zeche fraßen Menschen mit schmutzigen Fingernägeln schon waren wir zur Welt gekommen hatten den Kopf in den Wolken und die Hände im Dreck die wusch uns die Mutter die wurden niemals sauber Bergmannshände die hinterließen ruchschwarze Flecken auf dem Weiß unserer Schulhefte wir hatten den Kopf in den Wolken und die Hände im Dreck wie eintätowiert wo Blumen täuschten Schönheit vor gepresst aus Grabeserde Kunstkamille die wir pflückten zum Muttertag zum Vatertag die verwelkten in Vasen ohne Duft eine Fälschung das zweite Gedicht stammt von Markus Henn Gesang eines Fahrrades das hat mich sehr angesprochen weil ich auch permanent mit meinem Fahrrad durch die Stadt unterwegs bin und das würde ich gern lesen Sank eines Fahrrads ich bin von den Maschinen die freieste der Welt muss nur dem Menschen dienen der mich am Lenker hält mich bindet mich bindet keine Straße an des Asphalts Gestalt mit meinem eigenen Maße durchquer ich Stadt und Wald drehen aber dich im Rade bis jede Speicher schweigt zum Glück des schnellen Lade den ein der auf mich steigt bloß fürchte ich euch zu fassen ihr Scherben von Berlin ihr lasst die leeren Massen aus meinen Mänteln fliehen und euch Automobile euch fürchte ich noch mehr ihr seid mir viel zu viele zu groß zu schnell zu schwer ihr brecht mir alle Speichen verbiegt die Stangen mir ach würdet ihr nur weichen ach wärt ihr nicht mehr hier vielen Dank vielen Dank die erste Stunde rundet sich und ich darf Ihnen jetzt vorstellen Andreas Hutt Jahrgang 1967 sein letzter Gedichtband Transitzonen in der Edition FZA 2019 herzlich willkommen Andreas Hutt ja hallo ich beginne erstmal mit der Lesung des Gedichtes aus dem Jahrbuch früher waren wir Streuobst liebten es wie zufällig auf unsere Plätze zu fallen unter Eichen lebten wir als Räuber von vermodernden Blättern Gendarmen die mit Ästen schossen Sommer schlossen uns in ihre Arme ein Mütter milde vom Abendrot wuschen Kleidung vergaßen melancholisch zu sein wie die Väter die den Feierabend mit Taschenrechner planten von der Abwesenheit des Waldes wurde nichts gesagt im Sonnenuntergangslicht in Sichtweite von Bäumen dieses Gedicht sollte ursprünglich in meinem zweiten Band erscheinen nach der Edition FZA mit Transitzonen gab es noch einen zweiten Band und ich habe Ihnen dann dieses Gedicht auf Bitten des Schöffling Verlags rausgenommen weil man im Jahrbuch ja immer unveröffentlichte Gedichte haben wollte also ja jetzt kommt ein Gedicht aus einem alten Jahrbuch ich bin als Dichter sehr beeinflusst worden von dieser Anthologie Lyrik von jetzt die 2003 erschienen ist die glaube ich auch eine ganze Generation von Dichterinnen und Dichtern beeinflusst hat und ich habe dort ein Gedicht rausgesucht von einer meiner Lieblingsdichterinnen Uliana Wolf und das möchte ich hier jetzt vortragen Nachtrag an die Kreisauer Hunde Wer sagt Gedichte sind wie diese Hunde im Dorfkern vom eigenen Echo umstellt vom Warten und Scharren bei Halbmond vom sturen Markieren im Sprachrevier der kennt euch nicht ihr rasenden Kläffer Kassandrin im Lautrausch der Walachai denn ihr fügt was Wort ist und was Wade hinterrücks in tollkühnem Biss zusammen als wäre ein Bein nur ein Blatt und die Ordnung der Dinge ein Tausch in meinem Stiefel noch der Abdruck eurer Zähne vom Tacker vier Zwacken so lohnt ihr dem Vers der euch nachlief folgt Welt wohl der Dichtung bei Fuß Vielen Dank Andreas Hutt dass Sie mitgemacht haben dabei waren ich schaue auf die Uhr und sehe wir haben noch ein klein bisschen Zeit bis die nächste Staffel loslegt und ich dachte vielleicht darf ich an einen Dichter erinnern der wohl sowohl noch lebt aber ganz versteckt es ist Johannes Kühn aus dem Saarland ein Mann der fast sein ganzes Leben lang kein Wort gesagt hat immer geschwiegen hat und es ist dem Dichter und Schriftsteller Ludwig Harich zu verdanken dass man Johannes Kühn überhaupt entdeckt hat als Lektor bei Hansa damals durfte ich mehrere Gedichtbände von ihm betreuen er ist insofern eine besonders kuriose Erscheinung weil er einer der wie soll ich das sagen letzten romantischen Dichter ist der Gedichte schreiben kann die auf heutige Weise ganz wunderbar altmodisch sind und ein Gedicht heißt woran wir dann sinken wenn wir diese wunderbare Lyrik Nacht dann hinter uns haben heißt Bett Johannes Kühn älter werdend schätze ich es gegen früher höher ein in seiner weißen Güte spät am Abend wie ein Paradiesstück o Jammer den es verglühen lässt mit seiner Daunenwärme der müde Kopf verliert die Sorgen wie ein Tümpel Wasser Bett das solche Wirkung hat wie steht es gut im oberen Zimmer wie glückt mir stets der Blick zur hellen Decke und es verjagt die Müdigkeiten dass sie am nächsten Tag gleich angst erfüllten Hunden lange von mir bleiben sei gelobt du lockst mich abends und nie am Tag nur wie viel Jahre noch mein Röchelatem macht schon grausige Musik zur Nacht vermute ich Johannes Kühn es gibt vier oder fünf Gedichtbände bei Hansa der Herr dürfte mittlerweile mitten in den neunzigern sein und ist eine ganz wunderbare Ausnahmeerscheinung im gegenwärtigen Betrieb die Gedichtbände sind bei Hansa erschienen und ihnen sehr anbefohlen liebe Lyrik Freundinnen und Freunde Lyriker und Lyrikerinnen den Stafettenstab darf ich jetzt an meine Mitherausgeberin mit der ich wunderbare Stunden bei der Auswahl dieses Jahrbuchs verbracht habe weitergeben an Caroline Kallis Caroline it's your turn darf ich dich vielleicht aber Christoph wenn wir hier noch die drei Minuten zusammen haben und bevor ich auch noch Gedichte zum Lesen auspacke vielleicht wenn ich immer noch mal Luft habe doch die Gelegenheit nutzen dir zwei Fragen zu stellen vielleicht schaffen wir die aber ich glaube bestimmt sind einige neugierig da draußen nicht nur unsere Gesichter zu sehen sondern auch zu hören ne weil es ja jetzt wirklich ein besonderes Jahr ist du hörst auf als Herausgeber der du das 42 Jahre warst wenn wir ganz genau sind von dem Jahrbuch der Lyrik und vielleicht magst du einfach mal erzählen wie ging das 1979 dass das zustande kam und hättest du dir je gedacht dass das so lange am Leben bleibt und so lange oder zu einer Institution wird so war es am Anfang eigentlich nicht gedacht es war eigentlich am Beginn 1979 eine pure Verlegenheit eine Notlage ich fing 1978 in Düsseldorf beim Klaassen Verlag damals noch ein sehr literarisches Haus an als junger Lektor und hatte natürlich auch die Aufgabe alle eingehenden Manuskript Zusendungen genauer anzugucken und da kamen auch viele Gedichtbände und bei diesen Gedichtbänden war natürlich vieles was eher in die Zeitschrift die Bäckerblume gehört aber hin und wieder auch ganz auffallende besondere Sachen und da ging ich zum Verleger und sagte was sollen wir doch da das ist doch eigentlich schade wenn wir jetzt da sind schöne Gedichte dabei wenn wir das alles wieder zurückschicken und dann sagte er in einer an einem gut gelaunten Dienstag na dann machen sie doch mal eine Auswahl davon und zwei Tage später kam er dann wieder und sagte wir können das ja vielleicht auch als feste Einrichtung machen denn vielleicht setzt das unseren Verlag ein bisschen mehr ins Rampenlicht und auf die Karte das klingt von heute aus gesehen sehr kurios weil mit Lyrik einen Verlag ins Rampenlicht zu setzen klingt etwas eigenwillig damals gab es aber noch ganz andere Auflagenzahlen wenn ich mich erinnere dass im Jahr 79 als das erste Lyrikjahrbuch erschien Christoph Mecke seinen Gedichtband Säure veröffentlichte und mehr als 15.000 Exemplare davon verkaufte das waren das waren unglaubliche Zahlen von heute aus gesehen Sie meine Damen und Herren merken es in Ihrer Lieblingsbuchhandlung schrumpft das Lyrikregal von so zu so und viele sagen ja das verkauft sich nicht verständlich traurig aber es ist so die Auflagen von Gedichtbänden sind deutlich zurückgegangen was aber nicht heißt jetzt die gute Nachricht dass weniger geschrieben wird und weniger gute Gedichte geschrieben werden warum das Lyrikjahrbuch so lange durchgehalten hat hat vielleicht es sollen kein Eigenlob sein aber da ist was dran man darf keine Freundschaftspolitik machen Autoren aus dem eigenen Verlag nur weil sie im eigenen Verlag sind aufnehmen in die Anthologie man muss versuchen absolut unbestechlich zu sein ich hatte damals wenig Ahnung von Lyrik gebe ich zu ich war vollkommen von den romantischen Dichtern fasziniert Eichendorf und Bretano und so weiter und dachte oh Gott oh Gott wie kann ich eine Auswahl machen mit meinen begrenzten Einsichten in das Handwerk der Poesie und kam dann auf die Idee Frage einen gestandenen Dichter als Co-Pilot und das hat sich als gute Idee erwiesen denn A habe ich unglaublich viel gelernt dabei über Kriterien Maßstäbe wie beurteilt man und so weiter und so fort und auch um deine Frage zu beantworten Carolin in der Zusammenarbeit mit dir und vielen anderen Lyrikerinnen und Lyriker aus einer anderen Generation habe ich gelernt auch ganz anders auf die Dichte zu schauen und Szenen wahrzunehmen die vorher sozusagen unter meinem Radar durch sind oder die ich nicht auf dem Schirm hatte das war etwas wofür ich schlussendlich unglaublich dankbar bin sehr schön Christoph ich danke dir wir hören vielleicht später noch ein paar andere Fragen wenn wir dazwischen kommen aber jetzt waren unsere Autorinnen und Autoren so fleißig und zeitgenau und wir verquatschen uns deswegen machen wir gleich weiter wir kommen sozusagen zum zweiten Block zur zweiten Stunde hier zu langen nach der Lyrik zur Präsentation des Jahrbuches der Lyrik und ich darf Hans Till vorstellen vielleicht nur wenige Kilometer von mir entfernt wir halten hier das kurpfälzische Fähnchen hoch lieber Hans ganz kurz deine Daten du bist 1954 geboren lebst in Heidelberg und zuletzt sind von dir erschienen Radegeber für Zeugleute bei der Prüterich Press und der heißere Anarchimedes im Poetenladen Verlag das war letztes Jahr herzlich willkommen lieber Hans und Bühne frei für dich der Sauerstoff heute fühlte er sich also stark genug immer dasselbe zu sagen heute fühle er sich also stark genug die Wurst zu essen die Luft füllt sich mit Staub sie braucht den Staub auch wegen der Bauten die Architektur der Moleküle ohne Staub würden sie im Licht vergehen alles wäre transparent den Sauerstoff stelle er sich vor als Rest von Ferne ironisches Element ähnlich dem blauen Metall mit fracking mit smoking man entziehe den Steinen ihren Staub eine Frage des Know-how zurück bleibe Dreck im besten Fall ein Teller neben ihm Platz zu finden so das war das erste und das eigene Gedicht jetzt das zweite Gedicht lese ich von Edward Kamau Brathwaite ein Gedicht namens Bermudas es gibt ja im Jahrbuch immer wieder auch Gedichte die übersetzt worden sind also Gedichte von nicht deutschsprachigen Dichtern die sind dann sozusagen die Rosinen im Jahrbuch Kuchen könnte man sagen dieses Jahr eben von dem Dichter Edward Kamau Brathwaite einem Dichter von den Antillen und wer genau zuhört wird sich wird feststellen dass in diesem Gedicht von einer Spur der Sklaverei die Rede ist Bermudas Marine to Noon Bericht auf Americas Airplane erst beginnt die dunkle See sanft zu atmen in Grün in Licht und Lichtesgrün hinein bis dann was wie blaue Rippen auf dem Wasser ist träumend und die wasserfarbenen Rippen sind Kiemen des ersten Fischs atmend das erste Land erstes Aug Land Eiland bis was da ist was nicht da auf dem Wasser sein sollte weiße Fußspuren aus Sand vom Grund des Ozeans werden zur dünnen Straße nach Eleutera lang und dünn auf dem Wasser gehend bis da plötzlich ein schwarzer Stein ist eine dunkle Schleier-Kabala umringend in Kreisen der Anbetung grüne Wassermuscheln die sich einfalten wie weiche Juwelen den ersten Riesenfisch aus der Schöpfung raus mit Rippen Venen Blinken von dem Schwanz und dazwischen tiefe Kanäle wo sie Berge sein werden und Kämme und Dörfer und Indigo Osur Sonnenaufgänge in Lapislazuli und weißes Salz hebt hervor die fein gewählten Ecken und dehnt sich aus zu tausenden Zungen meilenweit weichtreibende Lippen wie durchleuchtende Liebe auf dem Wasser dieser Fisch aus der Luft so vieler so vieler Unknäuel und zehntausend Jahre später sind da Bäume Dankeschön Danke lieber Hans Till ja es sind immer wieder Übersetzungen auch im Jahrbuch dabei da kommen immer wieder Einsendungen auch mit rein und auch gerade Hans der mit den Poesie der Nachbarn im Künstler aus Edenkoben sehr für diese Übersetzungstradition steht sozusagen zwischen mit LyrikerInnen und Lyrikern Übersetzungsprojekte zu machen also herzlichen Dank lieber Hans Willkommen zur nächsten Teilnehmerin des Abends das ist Julia Grinnenberg Hallo Sie ist 1970 geboren lebt in Hochhain am Main und zuletzt wurde von ihr veröffentlicht Kill Your Darling bei Gutloid war das 2009 und soweit ich weiß sind Sie auch beim Salon Fluchtentier mit dabei aber ich weiß gar nicht wie in Corona Zeiten in Frankfurt da ihr euch noch treffen könnt zum Austausch zum Lyrischen oder was ihr auch auf die Beine stellen könnt aber wunderbar dass sie dabei sind mit ihren Texten heute Abend Ihren Text Vielen herzlichen Dank für die Einladung nach meinem kurzen Gedicht lese ich noch drei ziemlich kurze Gedichte von anderen Autoren und hoffe dass ihr sie genauso lieben werdet wie ich sie auch angibt lieb gewonnen habe Mein Gedicht heißt Hilfsmaßnahme als was fühle ich mich als Zwischenbemerkung eines Zustandes eine fortlaufende Zweckentfremdung eines Daseins war dieses bin jenes auch etwas anderes ein Hochstapler zwischen Singtrossen und Turteltaugen Suche erkenne dass ich nach mir suche verdoppel den Elan vergeblich ich nicht ich Pseudo ich das Übrige vom Fasern am Straßenrand mein Keim hat kein einziges Auge laufe auf Spitzenschuhen um besser voranzukommen Anna Hetzer Anatomie Du meine perlenfingernde Nonne Oh Juna du meintest doch keinen Rosenkranz oder? Eine Woolly Rose vielleicht wie ein Sexten? Eine Wollenrose die beim Öffnen ihre Falten zeigt? ein pelziges Tierchen das anders als eine Auster nicht im Kalkgehäuse liegt eine Perle bebrütet oder von einem stummen Klinge gebrochen wird um sie dann mit Zitrone zu schlürfen auch keine Schnecke obwohl schon je Hermaphrodit etwas Süßes auch keine reife Pflaume keine halbgespaltene Kastanienhaut stachlig oder als glatter Huf nein ich meine all das nicht Gedicht von Franz Zobel heißt Österreich ist schön Österreich ist das schön und hundertmal und überhaupt Österreich ist schön und schon schön ist Österreich ich bin hundertmal verliebt in Österreich und Österreich ist sehr schön das lernen wir hundertmal dass Österreich richtig schön ist und das ist das Schöne an Österreich dass hundertmal schon die österreichischen Schulkindern lernen wie schön und überall dieses Österreich nun ist damit sie es nur ja nie mehr vergessen ist das schön und überhaupt die Sonne und damit sie es nur ja nie mehr vergessen wie schön schön Österreich ist müssen schon die österreichischen Schulkinder hundertmal hundertmal schreiben Österreich ist schön ist das schön so schön ist Österreich dass schon die Schulkindern es aufschreiben müssen müssen schreiben Österreich fängt schön an und schön hört Österreich auch auf ja so ist das mit Österreich durch und durch schön hundertmal und letztes Gedicht von Michael Wildenheim heißt Linkshändig wenn meine Mutter versprach warte bis Papa heimkommt roch ich den Odem der Schenkel bis hinauf in den Schritt zwischen den knien den Kopf an den Ohren fixiert knapp überm Steiß fasst seine Hand meine Finger Trost oder Takt Lüge und Fakt mir tut es mehr weh als dir Talkunggeruch seines Krotums Garn aus Trebera vielen herzlichen Dank herzlichen Dank herzlichen Dank Julia Greenberg für gleich vier Gedichte aus dem jetzigen Jahrbuch da sieht man schon das ganze die ganze Bandbreite und wir kommen weiter und weiter geht es mit die Helminger herzlich willkommen er schreibt auf deutsch und luxemburgerisch geboren ist er 1963 lebt in Köln und zuletzt von ihm erschienen nördlich der Ferne bei Red Fox Press 2017 war das und die Tagebücher der Tannen bei Edition Rügerup 2018 es ist ja so schön bei euch allen immer ein bisschen in die Wohnzimmer Arbeitszimmer und Schlafzimmer gucken zu können bei dir sehe ich auch Bücher im Hintergrund die herzlich willkommen dass du da bist und wir freuen uns auf deine Lesung ja schönen guten Abend Einstellung schon seit längerem stelle ich bei meinen Mitmenschen eine gesteigerte Sensibilität für Soßenbinder fest ansonsten drehen sich die Gespräche um die finanziellen Rennstrecken der Steuerberater oder Liebe die aufgespachtelte Zuwendung ans Dachgeschoss sie sind schwer zu bewegen meine Frau und ich reden höflich mit den Stadtplänen Falten und Zerren an ihnen aber ihre Faser ist zäh und sie ändern sich selten auch die Idee eines laubbläserfreien Herbstes findet keine Zustimmung dafür hat meine Stimme nun die Form eines Glaskontainers angenommen für den Bestand der Unterschiede und gegen die Aussöhnungsgier der Dialektik an der Fassade lehnt die Sackkare und blickt nach China Als zweites Gedicht habe ich eins ausgesucht aus dem Jahrbuch der Lyrik 98 99 und es ist von Peter Rühmkorf es ist ein Liebesgedicht und ich habe es ausgewählt weil es auf sehr verschmitzt witzige Art und Weise ein Moment eines Paares eigentlich einfängt, dass eine Beziehung auf Distanz hat und es beschreibt eigentlich einen sehr intimen Moment ohne dabei aber den Begriff der Liebe jetzt zu überhöhen aber hält ihn auf sehr schöne und sympathische Art und Weise hoch also es hat sehr viel Witz wie gesagt und das heißt wollte nur mal fragen wollte nur mal fragen wie es so ist wollte nur mal sehen ob meine Sterne noch am leuchten sind und man mich in der Ferne etwa gar vermisst wollte eigentlich wollte weil mein Sinn für das Posthume wie bekannt in engen Grenzen bleibt und der Geist auf seiner schmalen Kume ungenetzt nur parfümierte Blumen treibt also wollte fragen ob man sich ob man wenn es deine Zeit erlaubt und du kannst dich auch real entreißen weil du bist genauso spitz wie ich meine ob du dich in ein Auto einen Zug ein Flugzeug schmeißen würdest und du kämst schneller als man glaubt hier ganz einfach angestaubt ein speziell für mich in Gang gesetztes Ding an sich Herzlichen Dank jetzt haben wir schon einige sehr humorvolle Texte gehört die auch in Jahrbüchern immer wieder durchscheinen sei es wenn die Helminger nach der Sensibilität für Soßenbinder fragt Herzlichen Dank und weiter geht es mit Hartwig Mauritz den ich begrüßen darf ich schaue ein bisschen fragend in die Runde genau da ist er ich darf sie willkommen heißen wir überqueren heute immer mal wieder Grenzen wir waren heute schon in den Niederlanden mit Wilkustas und wenn ich das richtig weiß leben sie in Wals in den Niederlanden also auch hier wieder überschreiten wir die Grenze und zuletzt sind von ihnen erschienen die Bände Wälder kommen auf uns zu bei Rimbaud 2017 und genauso dort der Band Zentralgestirn das war im letzten Jahr herzlich willkommen vielen Dank Frau Kallis kann man mich hören wunderbar dann beginne ich mit dem Gedicht Äpfel schälen Schafe Äpfel breiten sich nach allen Seiten immer mit gleicher Geschwindigkeit aus Lichterscheinungen im Regen rot süße Düfte bleiben stehen die Landschaft ein Beinhaus wieder gras die Pest in Cambridge frisst die Weiden leer Wolle in Wollstorp die spärlichen Schafe zählen Fälle scheren in den Garten Eden hineingeworfen Apfelspalten Kerngehäuse Schalen fallen körbeweise aus ihrer Baumstruktur aus neuen Rechenschritten lösen sich die Früchte angezogen von einer trägen Masse Wolle in Bewegung Erde, Jupiter, Mars Kernobst und Mond greift die gleiche Kraft der Nacht zerlegt zerlegt das weißig rot und blau vom Prisma unterschiedlich stark gebrochen der Himmel ein Rabennest gefrorener Federn die Schafe grasen das Gravitationsfeld ab stellen sich in den Dunkelreden warten, dass der Mond sie holt die Hand streckt sich tastet nach den Zahlen schaut auf das Gestirn in der Frucht auch ich habe mir ein weiteres Gedicht ausgesucht das ist von Christoph Leisten Nachrichten im Dezember aus dem Jahrbuch der Lyrik 2013 und das heißt Nachrichten im Dezember die Verhandlungen sind vorläufig für beendet erklärt ein Ergebnis wurde nicht erzielt der arabische Frühling ist jetzt der arabische Herbst auch sonst bleibt alles beim Alten Finanzmärkte zittern sich durch vielleicht kommt Schnee in Sicht ein Kind ist geboren die Herbergen immer noch geschlossen 600 Lichtjahre entfernt haben Wissenschaftler einen erdähnlichen Planeten entdeckt sei wie es heißt für uns praktisch unerreichbar vielen Dank Herzlichen Dank und bevor wir zur nächsten Lyrikerin kommen wir eine weitere Grenze überschreiten eine ziemlich weite damit wir in unserem ganz ganz strengen Zeitplan bleiben dürfen wir Christoph Buchwald und ich ja immer zwischendrin nochmal Gedichte aus diesen Jahrbüchern vorlesen und ein besonders humorvolles möchte ich auch gerne noch zu Gehör bringen das ist aus dem Buch von 2008 damals herausgegeben mit Ulf Stolterfurt zusammen und es ist von Oswald Egger und es heißt Selbstrasur ich will nie wieder beim Lüriker Buch mitmachen ich will nie wieder beim Lüriker Buch mitmachen Ich will nie wieder beim Lyrikjahrbuch mitmachen. Ich will nie wieder beim Lyrikjahrbuch mitmachen. Ich will nicht beim Lyrikjahrbuch mitmachen und man sieht es hier in der Handschrift von Oswald Egger. Wir wollen natürlich nicht, dass ihr alle nicht mehr beim Lyrikjahrbuch mitmachen wollt. Deswegen bis zum 30. Juni kann man neue Gedichte einschicken beim neuen Team. Deswegen auf geht's ran. Das wird Matthias Knieb sein vom Haus für Poesie in Berlin und seine Co-Mitherausgeberin ist Nadja Küchenmeister. Also bitte schickt eure Gedichte und verzagt nicht. Wir kommen zur nächsten Lyrikerin und ich darf Uta Goßmann begrüßen und ich freue mich sehr, dass wir uns auch einmal sehen. Wir hatten ja tatsächlich schon einige Male E-Mail-Kontakt. Total schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Ganz toll. Sie übersetzt gerade Louis Glück. Vielleicht darf man das verraten. Und sie ist das erste Mal auch im Jahrbuch für Lyrik mit dabei. Geboren 1973. Sie lebt in New Haven in den USA und hat vor allem in Zeitschriften veröffentlicht bislang. Umso mehr freuen wir uns, Sie dieses Mal sozusagen im Jahrbuch der Lyrik mit in unserer Mitte zu haben. Und um die Mitte geht es jetzt auch. Viel Spaß beim Lesen. Hallo, Caroline. Und ich bin gerade zum nächsten Gedicht inspiriert, das so etwa gehen wird wie Ich bin so froh, beim Lyrikjahrbuch dabei zu sein. Mindestens 25 Mal, sonst zählt es nicht. Ja, in meinen eigenen Gedichten suche ich einen Ausdruck für Dinge, die Teil unserer Wirklichkeit sind, von denen wir aber nicht wissen, weil sie noch nicht beschrieben wurden. Das Gedicht, das ich lese, heißt Die leere Mitte. Es ist entstanden, während ich einen Sommer in Neumexiko im Südwesten der Vereinigten Staaten verbrachte. Die Landschaft dort ist eine Hochwüste. Es gibt also unendlich viel Platz, der sich auch in den eigenen Kopf ausdehnt und die Aufmerksamkeit auf das lenkt, was geschieht, wenn es um uns herum leer wird. Die leere Mitte. Das Dürre Land der Wüste. Die rissige Erde erträgt die nächsten Pinions nur ein paar Fuß weit entfernt. Dazwischen ihre rote Haut, nackt grenzend, an den sie abtragenden Wind, der zu ihr singt, von dem, was nicht ist, bloß in ihm mitschwingt. Herzlichen Dank. Genau, dann sind wir mit einem Gedicht dabei, auch sehr schön. Dann steht das in der Mitte, nicht in der leeren Mitte, sondern hier in der Mitte. Und umso mehr Zeit für mich noch ein kurzes Gedicht zu lesen. Also herzlichen Dank erstmal. Und wie viel Uhr ist es denn bei Ihnen gerade? 1.23 Uhr. 1.23 Uhr. Wow. Dann herzlichen Dank fürs lange Durchhalten. Gute Nacht wahrscheinlich schon mal. Nein, wir sind hier am frühen Nachmittag. Ah, okay. Sonntag im Kühl. Dann noch einen schönen Tag. Und auf bald. Tschüss. Auf bald. Tschüss. Genau. Dann mag ich doch gerne noch eines vorlesen. Und zwar finde ich ja auch das Großartige am Jahrbuch, dass es immer so eine ganz, ganz große Bandbreite ist. Von, wie gerade gehört, jemandem, der das erste Mal sozusagen eine Buchpublikation vorweisen kann. Und ich erinnere mich noch genau, als es bei mir das erste Mal war, im Jahrbuch veröffentlicht worden zu sein. Das ist irgendwie, ja, also es ist irgendwie ein großes, großes Momentum so. Aber das bis hin eben zu arrivierten Menschen und auch zum Beispiel Friederike Mayröcker, Elke Erb, Hertha Müller reichen immer wieder ihre Gedichte ein. Also das spricht, finde ich, wirklich für diesen Ort, für dieses Buch als so Zusammenkunft. Und ich möchte ganz gerne eines von Hertha Müller bringen. Das Besondere war nämlich, als Ulrike Almut-Sandik 2017 mit Herausgeberin war, hat sie auch visuelle Poesie oder Collagenartiges mit hineinnehmen wollen. Und da ist natürlich Hertha Müller ganz vorne mit dabei mit ihren eigenen Collagen. Und das lese ich jetzt kurz vor. Anton, erzählt im Krieg, war der Koch auch Truppenunterhalter und machte eine Art Dorfmusik für sein Publikum. In der Todesangst blieb diese Mischung aus Mondfrost, schwarzen Krallen und Zitronenfalter. Das ist Hertha Müller im Jahrbuch 2017. Wir machen weiter mit Barbara Maria Kloos. Herzlich willkommen. Sie ist 1958 geboren und lebt in Köln. Und zuletzt sind von ihr die beiden Bände erschienen. Fossile Infanten beim Poetenladen 2017. Und Amorette am Schleifstein. Liebesgedichte, versammelt von 1980 bis 2020. Also 40 Jahre Liebesgedichte. Und jetzt hören wir auf ihr Liebesgedichte. Schaut so fährt die Liebe hin, heißt ihr eigenes Gedicht. Schaut so fährt die Liebe hin, heißt ihr eigenes Gedicht. Wir schnäuzt. Wir tritt ins Tandem. Der Geistrolle entlockt das Männchen. Sie säuft das Schiff aus der Flasche. Absolut und überhaupt kein Penis. Aber du, Quark. Negro Amaro, Quark. Blutgold, Säuretanker. Quark, Quark. Sex, Schlachten. Wir, Sinkt. Verreist. Ein zweites Gedicht von mir. Am Hof der Orfale. Zum zweiten Mal ruft mich ihr Geist. Aus Schnabelflöten perlt mein Name. Klangwolke durch die Trance gereist. Wie's knisterte am Laden. Wie's knisterte am Laden. Echelzüge in windstiller Nacht. Am nächsten Tag ihr neues Siegtum. Sofa. Speckballett. Das Haus aus Zwielicht, unputzbar. Ein Waschlappen voll Blumenerde. O Kirschen. O Kirschen, Klicken, Latschenpferde. Schlemmerjagden von Ast zu Rast. Abends holt ich Milch beim Bauer. Die Kälbermolchen, Gülleschauer. Mein Haus von Plankton umhüllt. Zwischen Handtüchern verborgen, dein aschenes Kleid, Margarete. Du bübelte Hose im Phosphorgemach. Zum zweiten Mal fragt mich ihr Geist. Bist du bereit? Bist du bereit? Ein Ton, wie der tiefste Ton deiner Orgel, der in mir stehen bleibt, vibriert. Klage einer Verdammten, die sich räkelt, verwehrt. Klage einer, die sich im Gehen entleert. Vielen herzlichen Dank, Barbara Maria Kloos nach Köln. Und wir wandern weiter nach Graz zu Helwig Bruner. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Helwig. Helwig, der gerne mal auch bei Literaturfestivals in die Natur strömt und mit viel Tiergeschichten zurückkommt. Er ist ein großer Tier- und Naturbeobachter und postet auch bei Facebook gerne mal über Ringelnatter und Grünspech. Das ist immer eine große, große Freude, wie du diese Tiere vor die Linse bekommst. Ganz kurz zu dir gesagt, warte, ich muss hier einmal kurz ein Buch stellen. 1967 bist du geboren, du lebst in Graz und zuletzt sind von dir erschienen Denkmal für Schnee bei Berger 2015 und weißer Rahmen, weißes Bild. Das war im Pawelhaus 2019. Wir freuen uns auf deine zwei Gedichte, die wir ausgewählt haben für das dieses jährige Jahrbuch. Hallo, lieber Helwig. Hallo, schönen guten Abend aus Graz. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ja, gut. Ich beginne gleich mal. Etwas ist da, etwas spaltet den Kopf, wie er scheinbar zum Schein verwachsen war, etwas setzt am Gaumenknochen seinen Hebel an und legt seine Masse darauf. Schmerzen als Privileg des Lebens. Ich weiß nicht, was dort lebt in diesem toten Winkel von Geruch, Geschmack, Gehirn. Der Längsschnitt des menschlichen Schädels verrät nichts. Ich vermute einen weißen Fleck auf der Karte, eine unentdeckte Verkehrsinsel zwischen Atemwegen, Speisewegen, verwegenen Gedanken. Dass es dort ein Viertes gibt, Enklave der Andersartigkeit, Leitlinie knöchernen Niemandslandes, Seelennest im gemeinsamen Brennpunkt der Sinne des Unsinns. Oder bloß das ohnehin Bekannte an so Touren ineinander greift wie das Zahnradwerk in einer alten Pendeluhr. Der Zahnarzt wiegt den Kopf und schickt mich zu einem, der zur Graphic Novel geboren die Erzählung bildgebend aufzufächern weiß und mit dem Spaten ins Erdreich gräbt, Schicht um Schicht hinein ins Moorig, Humorig, Humose jenseits der Wurzeln. Dies sind unsere Toten. Solange sie leben, erkennst du sie verlässlich an Herzschlag und Atem. Manchmal laufen sie und springen, doch das ist kein Merkmal, oft sitzen sie reglos oder legen sich hin. Auch auf ihr Schweigen ist kein Verlass. Plötzlich beginnen sie zu reden, zu lachen, schlagen im Zorn mit der Faust auf den Tisch. Oft sprechen sie, ihr Urteilsvermögen getrübt von Sterblichkeit, viel und laut. Wundere dich nicht, wenn manche verstummend Gedichte schreiben, denn jedes ihrer Worte kann das letzte sein. Ein Gedicht im Zorn mit der Faust auf den Tisch. Wem gehört die Faust? Wem gehört der Tisch? Wem gehört das Gedicht? Wem der Zorn? Wer hat das Gedicht zornig gemacht? Ich habe den Dichter im Verdacht. Der Zorn gehört uns allen, so ansteckend, wie man eine Scheune ansteckt. Das Gedicht keinem, der Tisch dem Haus, die Faust dem Dichter. Lass ihn im Glauben, das Gedicht sei ein Ausweg. Nach der Lesung laufen und springen alle rasch nach Hause. Nachts liegen sie reglos, wie einen Schritt weiter. Dann öffnet sich die Faust. Der Stummel eines Bleistifts fällt heraus. Wenn der Zorn verraucht, ist das Haus abgebrannt. Wer schreibt auf verkohlten Tischen, erzählt die Geschichte? Am Ende sind wir es selbst gewesen. Danke. Herzlichen Dank, Helwig Brunner. Ja, wer erzählt die Geschichte zu Ende? Wir haben vielleicht noch eine kurze Minute für ein Gedicht. Auch nochmal hier aus diesem 2017er. Das, wie ihr seht, eines auch meiner, es gibt ja so Herzensjahrbücher immer wieder, wo einem ganz, ganz viele Gedichte entgegenspringen. So war das auch hier. Und vom Ende der Geschichte lese ich noch rasch ein Gedicht von Lars Reier. Wilde Zitronen heißt es. Wilde Zitronen. Wilde Zitate. Die Lohnarbeit steht uns hier als Befehl. Steht uns hier als Befehl bis ins zuckernde Blut eingeschrieben. Ich kenne kein Wir. Ich kenne nur Silben und Kleinstformate aus grellen Gesichtern. Aus den grellen Geschichten der anderen Trottel. Wilde Zitronen. Hinter zitternden Lidern die Scheinreservate. Ich kenne kein Wir an den Fließbandanlagen. Ich kenne nur Wände und Schutt und Gespeih. Man müsste das alles in Tinte einfangen. Meine schweißschwarzen Hände können das nicht. Meine Lungen atmen Lamellenlicht. Einmal aß ich die wilden Zitronen. Die Zitate schossen mir ein. Ich goss mir das zuckernde Blut in mein Glas. Die Geschichte ist längst schon zu Ende erzählt. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Brückengedicht zwischen dem gerade Gehörten von Helwig Brunner und dem, das jetzt von Monika Wasig kommt. Herzlich willkommen, liebe Monika, nach Wien. Denn du hast uns Gedichte eingeschickt aus einem Zyklus, der sich eben mit Feministinnen aus der Historie beschäftigt. Ein ganz spannendes Projekt, wie ich finde. Davon hören wir jetzt gleich. Du bist 1960 geboren, lebst in Wien, wie gesagt, und zuletzt erschienen Himmelhalb im Verlagshaus Hernals 2015 und hochgestimmt im Schön-Elif-Verlag 2019. Herzlich willkommen und deine digitale Bühne, liebe Monika. Das Gedicht, das ich zuerst lese, ist von von und zu Nina Kauers, die eine deutsche Frauenrechtlerin war, 1861 geboren. Liebe Monika, wenn ich ganz kurz reingehen darf, wir hören dich nicht so gut. Kannst du vielleicht ein bisschen näher ans Mikrofon versuchen zu sprechen? Wunderbar. Danke. Das Gedicht heißt Wagemut. Und während alle ins Sklavenhafte sich fügten, darten, litten, oft schweigend zerschelten, ergriffen ein paar Verwegene das Wort, fächerten Gedankenräume für Utopien auf, wieder die Ausweglosigkeit des Nichts und für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Wurde weitschauend, die eine vehemente Streiterin für ihre Ziele, mit Antigone, mit Iphigenie als Ideal, die über Tagesideen sich erhoben mit kolossaler Willenskraft bis an den Rand der völligen Erschöpfung. Denn es gab Höheres und Weltbewegenderes als den Sieg des Schwertes, sagte sie, glaubte an den Sieg des Geistes, des Rechts der Freiheit und klagte nie lauthals, was es sie kostete, wurde sie beschimpft, beleidigt, auch bedroht. Denn bloßes Verharren interessierte sie nicht, war lieber eine ewig suchende Frau, die Ideale sich aufbaute, riss energetisch mit als Rednerin stets ohne Manuskript, lebhaft, ihr Minenspiel, ihre Anmut beim Taktieren, programmatisch und offensiv gegen sogenannte natürliche Bestimmungen ihres Geschlechts, dies Gretchenideal einer Vernichtung des Nichts. Und als zweites Gedicht habe ich aus dem Jahrbuch 2007 mit herausgegeben von Wilke Scheuermann ein Gedicht von Martina Weber ausgesucht, das heißt Konzert im Hinterzimmer. Die Sängerin zieht ihre Schuhe, ihre Strümpfe aus und balanciert ihr Lied auf einem schmalen Balken. Eine Übung, die entkrampft, raunt mein Nachbar mir ins Ohr, ich bin einer ihrer Schüler. Und der Geiger, der nicht geigt in diesem Stück, sitzt mit starrem Blick im Ledersessel, krault den weißen Hals der Stofftierente. Beinahe hätte er sich auf sie draufgesetzt und schauen Sie mal, der Pianist, hat er nicht eben seinen Ring vom Finger abgezogen? Dann spielt die Stofftierente Jesuskind, wird in den Frauenarmen, in den sanften Baumwollschlaf gewogen. Danke. Herzlichen Dank, Monika Wasik, nach Wien. Und wir springen weiter direkt zu Claudia Gabler. Da sehe ich Sie. Hallo. 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 Du bist 1970 geboren, lebst im Schwarzwald und gerade hast du ganz frisch, also wirklich ganz, ganz frisch aus der Druckerei deinen jüngsten Gedichtband, wahrscheinlich schon in Händen. Er heißt Vom Aufblühen in Vasen, beim Verlagshaus Berlin erschienen und davor waren es Die Wohlstandshasen bei Horlemann. Das war 2015. Und du hast sozusagen so ein kleines Krönchen auf in diesem Jahrbuch, weil du drei Gedichte gleich mit drin hast. So umgehauen haben uns deine Texte. Insofern freuen wir uns sehr, dass du heute Abend mit dabei bist und uns was liest. Ja, vielen Dank, liebe Carolin. Ich will mich auch kurz bedanken für die Arbeit, die ihr euch gemacht habt mit der Organisation von dieser Mammutlesung. Das war wahrscheinlich relativ zeit- und kraftaufwendig. Dafür vielen Dank in diesen Pandemiezeiten. Unsere Orientierung war gut, als wir in die Wälder gingen mit den Waffen von Rangern. Als Azubis waren wir viele Jahrhunderte unter der Sonne gestanden und hatten Windrichtungen kontrolliert. Jetzt aber zogen wir Mücken von ihren Posten und suchten mit schweren Köpfen in den Gebirgsbächen nach Gold. Wo also sollte das Wünschen beginnen? Wann würden wir uns endlich einmal trauen, Glück zu sagen und Glück zu meinen? Wir träumten von Lungenzetteln und Baumharz, von Buchsbeuteln und Schneefliegen. Und von Windbeuteln träumten wir, wenn wir mit Sektgläsern auf dem Moosboden lagen. Wir ergossen uns in militärisches Schwitzen und bezeugten so unsere Lässigkeit, die jedem Rausch wohl voranging. In der Exploration nun liegen weitere Anfälle. Die sofortige Inhalation von Sauerstoff kann dann Linderung schaffen. Auch in der Kontemplation lege Kraft. Man müsse nur schauen, mit welcher Wucht die Sonne die Gletscher bricht. Sagen Touristikzentren und sagen noch mehr von den Krankheiten der Welt, die die Ranger jetzt heilen sollen mit ihren Fichten. Ich mache mit dem zweiten Gedicht, das ihr ausgewählt habt, weiter. Zukunft ist Mangelware, wenn wir die Wälder verlassen. Zecken kesseln sich ein, verkleben die Zellen. Sie produzieren Harz, schützen ihre Empfindung, während wir Epilepsien entwickeln. Heiliges Herumstreunen auf der Suche nach Gras. Überall Overalls, maßlose Ohnmachten. Von Bären aus China Bärengetue. Sehnsuchtstannen und Dschungelkomplexe. Blusen aus Erdwärme. Generelle Neubauern und ihre Suche nach Bräuten. Wir sagten ja. Buchten Ventilatoren dazu, Vinylien, ein Vaterersatz. Was sonst? Was, wenn wir Verwandte wären? Was, wenn wir wüssten von den Genen in unseren Brüsten? Nichts gegen die Wälder. Doch auf ihre Kühle ist jetzt nicht mehr Verlass. Ja, und dann lese ich auch noch gern das Dritte. Bei Trockenheit wird Deutschland zur Dürre für Feinde. Insekten singen im Sinkflug. Experten prognostizieren plötzliches Sterben. Unter Kerzen herrscht bald kein Vertrauen mehr. Was können wir also tun, um unsere Fälle zu retten? Was gegen die Schwärme von Schwärmen, die in Feuchtigkeit leben? Im Dickicht der Fliegen rascheln die Wälder in Wellen aus verrottetem Laub. Kellner kommen mit Decken zum Schutz gegen das Gift. Manche haben nur noch eine einzige Frage jetzt. Wie schwer, bitteschön, wie schwer wiegen die, die in unseren Zentren leben? Die, die einmal unsere Geliebten waren. Unter diese Fragen mischten sich immer mehr Neuankömmlinge. Sie kamen an und kamen doch nicht an gegen unsere Versicherung von Forellen und Weizen als Grundlage für gute Ernährung. Jemand holte Bier von der Bar. Die Stimmung löste sich unter den Zungen der Kellner. Geschichtslos machte sich breit. Trinkwasser traf auf durstige Seelen. Unterhaltung mischte sich unbemerkt unter die Krümel der Bildung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Claudia. Herzliche Grüße. Und wir wandern sozusagen von Bücherwand zu Bücherwand zu Bücherwand und können als nächstes Philipp Krömer begrüßen. Ich winke nach Erlangen wahrscheinlich, wo du sitzt, lieber Philipp. Du bist 1988 geboren, lebst, wie gesagt, in Erlangen und zuletzt sind von dir folgende Bücher erschienen. Imir oder Aus der Hirnschale der Himmel. Bei Homunculus, das war 2016 und Ein Vogel ist er nicht. Bei Topalian und Milani 2019 ein wunderbarer Geschichtenband. Und mein Gefühl war, dass sozusagen die Themen aus diesem Geschichtenband auch in deinen eingereichten Texten, eingereichten Gedichten drin waren. Das ist bei dir sehr viel um so biografisches Rollenspiel geht, um Lügengeschichten, um Menschengeschichten. Aber vielleicht interpretiere ich auch zu viel. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute Abend da bist, uns was liest. Und die digitale Bühne ist die deine. So, ja, vielen Dank, Caroline. Natürlich hast du da recht. So biografische Geschichtsschreibungen und die besonderen Lücken in Lebensläufen interessieren dich natürlich besonders. Mein Gedicht im Jahrbuch 21 heißt Jacques und Joseph und geht über die Ballonbrüder Montgauffier. Unsere Worte wiegen leichter als Luft. Der pralle Sack drückt uns fort von der Erdoberfläche. Wir atmen dünner. Hier oben braucht es außer einem weiten, klaren Blick und einem Nerz um die Schultern Licht. Wer Freiheit sagt, meint unsere Auffahrt. Meine unausgesprochenen Zweifel sind die Sandstrecke, die wir losschneiden, um immer höher aufzuschießen. Wie Karuss standen nur Federn und Wachs zu Gebote. Wir dagegen bestehen ganz aus Senkeltuch, Papier und Zwirn und Bass. Bass kann schief gehen. Das war mein Gedicht und als zweites Gedicht habe ich mir ausgesucht aus dem Jahrbuch 2019. Das von Eike Stachler, deren Lyrik ich sehr schätze und das keinen Titel trägt. Und es geht so. Etwas tun, das nur im Märchen schön ist. Einen Menschen im Tierkörper lieben. Einen Menschen im Menschenkörper. Jemandem etwas geben, das er nicht anfassen kann. An Orte gehen, die einen Fluss, einen Rand. Jemandem Namen geben, jemandem Namen nehmen, etwas anfassen wollen, das sterblich ist, weil es sterblich ist. Sich zurückverwandeln in den Fluss abfühlen. Zu sprechen versuchen, Dinge mit dem Mund, Dinge mit den Zähnen. Den Wald zurückverfolgen, das an die nassesten Stellen, die Wirbelsäulen der Wölfe. Und das war auch schon meine Kurzlesung. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Philipp Krömer nach Erlangen. Es geht hier Schlag auf Schlag. Ich finde es ganz wunderbar. Es ist einfach diese riesige Bannbreite an Texten, die ihr hier präsentiert. Und insofern nochmal danke an Sabine Schuh für diese wunderbare Idee, so eine lange Lesung dieses Jahr zu machen und wirklich aus der Corona-Not eine lyrische Digital-Dauertugend zu machen. Und ich lese vielleicht, bevor wir den letzten Kandidaten dieses zweiten Blockes hören, ein Gedicht aus dem 2008er von Ulf Stolterfurt, auch mit herausgegeben, von Ernest Wichner. Es heißt Maden. Ein Schädel liegt hier unter Zweigen, der schweigt. In Schichten leben, darin haarfein, rund eine Gier nach Vollendung. Sich walzend im Stillen wie Frieden, wie Tarnung, wie Frieden. Der da gelegen Schädel noch Maden nun um die Knochen, wuchern des Knospen und wühlen einem Ende zu, das nicht ist. Es wird nicht, es bleibt. Es bleiben von Zweigen beschattet, bedeckt, fast die gellend, weiß und eins überm anderen, die kriechende, die schmatzende Stille, fast ans Hörbare schlagend, Maden, die fett und genügsam wie immer und immer. Maden, weiß und hinüberfärbend, ins Rosa, beinahe besonnt und farbig, grünrandig, die lebende Hirnmasse vom Schatten, der Blätter im Licht, dem Widerschein des Laubs, ein knisternder, sieh, der leuchtende Abglanz. Zitterndes Grün, dann heller wie Federnd, verstreut über dem wuselnden Rest dem Schäl. Und sie erheben sich Maden in unmerkliche Höhe, von Leib über Leib über Rumpf, wie immer's auch heißt, erheben sich Schicht auf Schicht, darunter ein Schieben, ein Sichrecken, als ob da ein Wille wäre, ein Drang nach Meer, wie hinauf, wie empor zum Himmel, der Maden, dessen Ränder spitzfindrig begrenzt sind, von lautlos, fast bebendem Blatt neben Blatt und an wippenden Zweigen. Ein kleines Vanitas-Madengedicht und wir machen einen Break rüber zu Alexander Gums. Hallo, lieber Alexander. Katharina Schuldens hat vorhin schon gelesen und auch ein Gedicht von dir schon mit im Gepäck gehabt und jetzt hören wir dich selbst live und in Farbe. Ich darf dich kurz vorstellen, du bist 1974 geboren, lebst in Berlin, wenn nicht gerade wie im Moment irgendwo, im Nirgendwo auf der Suche nach Netz. Und zuletzt erschienen sind von dir Verschwörungscartoons bei der Parasitenpresse 2015, Barbaren erwarten, das war dein letzter Gedicht bei Cookbooks 2018. Und wir kennen uns tatsächlich seit 2009, als wir beim Open Mic zusammen auf der Bühne waren. Wer hätte damals gedacht, dass wir uns hier, also wir haben uns zwischendrin wieder gesehen, aber dass wir uns hier auch wieder sehen. Also deine Bühne, wir freuen uns auf deine Texte, lieber Alex. Also, vielen herzlichen Dank. Sorry, Karolin, ich bin gerade, glaube ich, mit einem Stimmcheck dazwischen gegräzt. Ich bin ja voll unzoomig und habe das echt so selten. Ich merke, dass, wenn man älter ist als 17,5, dann kennt man sich mit der Technik nicht mehr aus. Ich bin auch verpixelt, aber es funktioniert. Ich lese das Gedicht aus dem neuen Jahrbuch von mir, na klar, und dann noch eins von einer auch guten Freundin, die ich schon furchtbar lange kenne. Dazu später. Oh, als wir Königlose waren für allzu kurze Zeit, wurde uns das eine oder andere im Schnelldurchlauf vergeben, gründlich und mit Zeugnis, wie es nur echte Revoluzzer waren. Dann wurde uns von einer gigantischen Faust die Fresse eingeschlagen. Das war der Deal. Der Deal, der alle Deals beendet. Das war Sonnenlicht in der Wüste, war ein altes, feuchtes Handbuch im Waschkeller. Als wir Königlose waren für einen Nachmittag, stand alles, wo es stehen sollte. Der Stuhl auf dem Stuhl, der Tisch unterm Tisch. Und wir, in Reihe und Glied, hielten einander bei den Schwänzen, bei den Brüsten und wunderten uns nicht. Ein Gedicht von Carla Reimert aus dem 2020-Jahr-Buch, was lustigerweise direkt gegenüber meinem Gedicht von Dagmara Kraus und Christoph Buchwald platziert wurde und die, glaube ich, nicht wussten, dass Carla und ich uns schon seit Ende der 90er, Anfang der 90er Jahre kennen und Carla eine wichtige Rolle gespielt hat im ganzen Cook-Label und dann letztlich auch Verlagsumfeld, wo sie dann auch endlich ein Gedichtband gemacht hat und jetzt sehr bald einen zweiten. Genau, wir haben früher einander auch schon viel Gedichte korrigiert, lektoriert, sagt man einfach, lektoriert in beide Richtungen und mit vielen anderen Leuten zusammen, Daniela Seel und Jana Wolfs, da ist man bei Carla im Wohnzimmer. Ich erinnere mich bei Ofenheizung, als der Prenzlauer Berg in Berlin noch cool war. Das ist ja schon lange, lange her. Und sie schreibt ganz, ganz tolle Gedichte, zum Beispiel dieses. Sabotier dich nicht selbst. Schieb die Hand unter dein T-Shirt. Erfühle die Unebenheit mit nackten Fingern. Leicht sind es Löcher mit Heftklammern vertackert. Leicht Narben eines Gottes, der deine Syntax verstört. Ich sehe dich von seitwärts, deine Brüste, etwas befremdet vielleicht, wie ein Mann. Du liegst in einer weißen Wanne, dein Gesicht, eine wunderschöne, satzförmige Wunde. Vielleicht bin ich ein nachsichtiger Vater und du zeigst mir, wer dich erschossen hat. Vielleicht bin ich dein Sohn. Zwei Fäden führen jetzt aus dir hinaus. Ein weißer, aus deinem Rücken, daran geknotet, so ein rotes Plastikding. Ein anderer, ebenfalls weiß, zwischen deinen Beinen. An seinem Ende baumelt eine blaue Tasse. Seltsames Licht sickert aus, schmerzempfindlich. Du drehst dich in den Fäden ein, wie im Ferse. Ziehst nach und nach Klammern aus deiner Haut. Dann öffnet sich Wunde für Wunde ein Wort. Vielen Dank auch euch für all das. Herzlichen Dank, Alexander Gums. Und den Dank gebe ich auf jeden Fall auch noch mal hinter die Leute, hinter den Kulissen weiter, die sich um die Technik kümmern, vom wunderbaren Schöffling Verlag, der das Jahrbuch nun seit vier oder fünf Jahren schon unter seinen Fittichen hat. Und es geht quasi fast ununterbrochen weiter. Aber ich glaube, Christoph, doch, Christoph ist auch schon wieder da. Und wir haben hier fliegenden Wechsel und schon zwei Stunden unseres siebenstündigen Marathons herum, lieber Christoph. Aber es flutscht, würde ich sagen, oder? Ja, sehr einverstanden. Ich freue mich dem. Es ist wie ein großes Geburtstagsgeschenk. Ja, total. Im 35. Jahrbuch. Ich habe mir ja gedacht, eigentlich könnte man sagen, bist du der Mensch, der die meisten Gedichte in seinem Leben gelesen hat, weißt du? Weil du ja wirklich seit 40 Jahren jedes Jahr 6000 Gedichte oder so liest, die da eingesendet werden. Oder das auch noch mal gesagt, das finde ich das Schöne. Es gibt quasi keine Barriere, dass man sagt, man muss schon publiziert sein, man muss schon ein Buch vorliegen haben, sondern wirklich jeder, jeder ist aufgerufen zu schicken. Jeder darf zehn Gedichte senden, was ich ja auch jede Menge Holz finde. Also wenn man zusammenrechnet, Christoph, glaube ich, hast du weltweit und lebenslang die meisten Gedichte gelesen. Frage, These? Könnte sein, obwohl mir das nicht so bewusst ist. Es gab manche Jahre, einmal habe ich mit Katrin Schmidt in Rom die Auswahl gemacht, in der Villa Massimo und es war so heiß, dass uns die Gedichte förmlich sozusagen unter den Augen zerliefen. Aber früher, als alles noch eingeschickt wurde auf Papier, hatte man öfter mal Ärger mit dem Postboten. Weil da kamen doch vier oder fünf von diesen relativ großen Paketen und der arme Kerl musste die dann anschleppen und hinterher wartete dann natürlich auch, man kann sich das ausrechnen, bei etwa 10.000 eingeschickten Gedichten pro Jahr kommen dann 220, wenn es gut geht, ins Jahrbuch. Das heißt, es landen doch einige in der Abteilung Schmierpapier oder im Abfallcontainer. Es ist nicht anders zu machen. Vielleicht ist auch das, diese Beschränkung auf maximal 200, 220 Gedichte pro Jahrbuch ein Garant dafür, dass die Leute es nicht aufgegeben haben, denn für viele ist Lyrik natürlich immer noch ein Angstgegner und wenn es so massiv daherkommt, kann es auch leicht einschüchternd sein. Wir haben ja mit Hans Thiel gestartet und der auch ein übersetztes Gedicht mit dabei hatte. Kannst du dich erinnern, also war das von, es war ja nicht von Anfang an, dass übersetzte Gedichte mit dabei waren, dann gab es mal eine Phase, die rute dann wieder und jetzt seit einigen Jahren sind auch, glaube ich, wieder übersetzte Gedichte dabei, oder? Dass es mal zeitlang auch so Länderschwerpunkte tatsächlich gab, oder erinnere ich mich? Ja, da gab es einen Blick zum Nachbarn, wo man dann versuchte, sich schlau zu machen. Was ist in Frankreich, in den Niederlanden oder in Dänemark los in der Poesie? Da hat man natürlich erstmal meistens weniger Einsicht und muss dann eine Fachfrau oder einen Fachmann fragen, der einem dabei hilft, damit man wirklich ein paar besonders interessante gegenwärtige Autoren zu fassen bekommt. Und es ist nicht jedes Jahr sind genügend Einsendungen für ein Kapitel, deswegen ist auch manchmal weggefallen. Es geht ja immer nach Angebot und Nachfrage in diesem Lyrikjahrbuch. Das heißt, manchmal gibt es ganz reiche Jahrgänge, wo man auch auswählen kann und manchmal ist eben nur sehr wenig da. Aber es fällt auf, dass wenn Dichter andere Dichter übersetzen, dass doch meistens sehr besondere Übersetzungen zutage fördern. Ich habe jetzt mit größtem Gewinn die Übersetzungen gelesen von den Gedichten von Margaret Edward, wo viele Beiträger des Lyrikjahrbuchs daran mit übersetzt haben. Und da kann ich nur sagen, Hut ab. Das war schwer zu machen. Man sieht das Original und die Übersetzung nebeneinander. Und das war das reine Vergnügen. Man lernt außerdem auch Englisch und idiomatische Wendungen und sieht, was nicht übersetzbar ist und was schon. Aber auf Übersetzung kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Also insofern kriegst du jetzt die nächste Stunde auf deine Schultern und in deine Hände und mit einem ganz wunderbaren Blog, wie ich auch finde, ganz tolle Leute mit dabei. Genau. Also ich sage bis später und wünsche euch viel Spaß und ich höre euch natürlich zu. Ja, danke einstweilen. Meine Damen und Herren, wir gehen in die dritte Stunde. Ich finde es besonders beeindruckend, dass sich so viele Lyrikerinnen und Lyriker hier bereit erklärt haben, auf dieser enormen Festgala des Gedichts zu lesen bis ein Uhr nachts. Und jetzt habe ich das Vergnügen, Sascha Kokot begrüßen zu können. Wir kennen uns aus einem Seminar vor vielen Jahren. hier in Berlin, wo mir Sascha Kokot schon auffiel als einer, der auf eine sehr stille und zurückhaltende Weise sehr viel Besonderes zu sagen hat. Er ist Jahrgang 82, lebt, glaube ich, immer noch in Leipzig und zwei Gedichtbände sind im letzten Lyrikjahrbuch genannt. Das ist einerseits Rodung in der Edition Azur in 2013 und der Gedichtband Ferner, ebenfalls bei der Edition Azur erschienen. Sascha Kokot, herzlich willkommen und dir die Bühne Vorhang auf. Vielen Dank, Christoph. Danke auch für all die Jahre. Das Lyrikjahrbuch ist, glaube ich, eine feste Institution und für dich immer wieder ein Schatz. Ich lese zuerst mal meinen Text. Die Fische sind bei uns angekommen. Gestern fiel mir zunächst die Forellen auf. Kaum aus der Hintertür des Kinos getreten, stand ich direkt vor ihrem Lokal. Im Schein ihrer blassen Leiber. Wie sie hinter dem Tresen ihr Bier zapften, auf den Bänken über Bärte stritten, im Hinterzimmer gekonnt Ping-Pong spielten. Und all das so selbstverständlich, als wären sie schon immer hier gewesen. Und so stelle ich mich einfach dazu, trank unauffällig ihr Helles und versuchte, den Geschmack des Planktons zu ignorieren. Ab und zu fiel mir noch das Atmen schwer. Doch die Karauschen meinten, daran gewöhnt sich ein jeder sehr schnell. Und sie hatten recht, nie war der Laden leer und bis zum Morgen traf ich dort mein ganzes Viertel. Irgendwann trafte ich den trunkenen Paketboten heim und fütterte meine Kater. Wohne Gott, bitte versprechen, ihn morgen dahin auszuführen. Und ich würde gerne noch aus dem Lyrikjahrbuch 2015 den Text von Simone Hürth vorlesen. Simone Hürth hat parallel mit mir am Institut studiert. Und wenn Christoph sagt, meine Texte sind schon still und haben etwas zu erzählen, dann finde ich, passt das für Simone erst recht. Und ich finde, sie ist da wirklich eine Königin drin. Wenn und aber. Aber was, wenn alles unentschieden ist? Wenn das Kind bis zehn gezählt hat, die Wasserleitung dicht ist? Wenn die Rezepte ausgetauscht sind, die Adressen veraltet und nichts bleibt zu besprechen. Das Schlimmste ist zu Ende gedacht. Die Katze sitzt auf dem zum Trocknen aufgestapelten Holz und nichts weiter. Vielen Dank. Danke herzlich, Sascha. Die zweite in unserer dritten Staffel ist Elke Bludau, die ich hier herzlich begrüße. Sie ist Jahrgang 61, lebt in Neuss und hat in Zeitschriften veröffentlicht. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es noch keinen eigenen Gedichtband. Wir hoffen aber, dass einer in der Mache ist. Herzlich willkommen. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Organisation. Und es ist tatsächlich im März ein Gedichtband erschienen. Zettelheimat, mein erster Lyrikband. Ich habe ja spät angefangen. Ich möchte zunächst mein Gedicht vorlesen. Es heißt Glaswirken. Schlag mich durch Gebinde, taste vor auf Reisig. Knie tief im Heidemoor entdecke ich das Heimatgift und träume grau darauf. Ein Eisenofen frisst die Kondolenzien. Das blau-weiße Geschirr, das aufgerissene Schwarz, das Beileid. Bei 2900 Grad kocht das Kobalt. Beileid schwebt auf als feine blaue Wolke. Im Osten regnet sie ab. In Altkleidern bester Zucht wache ich auf. Mir ist heiß, will Ausgang nicht wahr. Liege gebunden im Narz, schwer wie ein toter Bär. Und ich frage mich, was war das? Die Zeit. Winter, ich klicke Winter, lege den Schnee aus. Ich fahre keine langen Strecke mehr. In die Moorheide gefrorener Gedanken. Dorthin zieht es. Noch immer ein fremdes Fell. Reisege ich den Abend entlang. Es wird spät sein, bis ich nicht rieche. Rhabarber ist ein Duft schmuckgrün mit Mooskramp, mein roter Grund. Wasserlastige Böden braucht der Hybrid für seine dunkle Seite. Ja, rot reicht zum Leben. Immer schon. Nur, wenn einmal das Rot raus ist aus dem Leben. Wie ausgewaschen die Leerstände. In Glaswirken wohnst du und reibst dich bunt. Mein zweites Gedicht, was ich mir ausgesucht habe aus dem Jahrbuch 2018, ist von Hendrik Rost. Und ich mochte es so gerne, weil sich die Zeit so aufklappt und man in einen Raum hineinkommt, der so Leichtigkeit und Gelassenheit atmet. Und deshalb möchte ich vorlesen intensiv. Aus dem Gebirge kommend Berge, die Berge noch an den Fersen. Im Tal bei rot und runtergelassener Scheibe hing ein Arm aus dem Fenster. Sleeve mit Tribals, Horrorklauen und Dürers betenden Händen. Ich strecke die Augen nach den Wolken aus, um Wolken zu sehen. Bumm, bumm, bumm kommen die Einschläge der Bässe aus der Karre. Der Meridian des Obskuren deckt sich zu großen Teilen mit der Strecke von Lenins verplomptem Zug ins Baltische und Gewaltige. Seit 2000 Jahren steht die Ampel auf rot. Ein Sandkorn in meinem Auge war früher Stein, davor eine glühende Zunge. Irgendeiner hat einem anderen den Kopf eingeschlagen mit Ideen. Das ist mein Ding. Augen zu und durch, um Wolken zu sehen. Dankeschön. Vielen Dank, Elke Bludau, für die beiden Gedichte, das eigene und das eben vorgelesene. Die Stafette geht weiter und ich habe das Vergnügen, Andreas Unterweger zu begrüßen. Er ist Jahrgang 1978. Von ihm ist erschienen zuletzt Poems, La Traducière, 2019. Die Bühne steht Ihnen offen. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können. Ich habe zugehört, Karolin Kallis hat mir sofort mächtig gute Laune gemacht und ich gratuliere herzlich zu 40 Jahren Lyrik-Jahrbuch. Das ist auch eine großartige Leistung. Ich lese zuerst aus dem aktuellen Jahrbuch mein Gedicht, die Rummelsburger See. Die Rummelsburger See, angesiedelt irgendwo zwischen Berlin und der Adria vielleicht. Ich bin ja nicht so weit weg davon, hier in Leibniz im Süden von Österreich. Die Rummelsburger See. Der zeichnet nicht, der schwimmt übers Papier. Unter den sieben Weltmeeren ist sie dasjenige, über das niemand, nicht einmal Else Lasker-Schüler, je ein Schenti verfasst hat. Und das, wo doch die Rummelsburger See heute Morgen zum Beispiel mit all dem Gelb der immer noch viel zu weißen Frühlingssonne auf dem vom Wind zerzausten Wasser eine Goldrüstung trägt, die jedem maritimen Prinzen der Vergangenheit, dem Danubius etwa, Held zu Mautern und Stein zur Ehre gereicht hätte. Von dem unterm Glitzerschuppenpanzer versteckten Blau, das um nichts weniger blau ist, als die letzte Eber-Eschen-Fähre bei Else Lasker-Schüler-Rot, eine Koralle am Ast, einmal ganz abgesehen. Das röteste, blaueste, goldenste und darum auch gelbste an der Rummelsburger See ist aber leider nicht die Kita Hoppetosse. Auch nicht die Rührrichtbestände oder die Liebesinsel für Biber. Weder die Henni aus Holland noch die Plastiktonnen und Bretter, die von ein paar Planern und Leitern zusammengehalten ein am Kei verteutes Hausboot bilden. Nein, das blaueste, röteste und so weiter, hier sind jene Tafeln, die auf die Knabenhäuser, Arbeits- und Bewahrungshäuser und die Strafvollzugsanstalt verweisen. Darauf, dass es all das hier nicht mehr gibt. Das Gold zu einer braunen Tafel ist gelber als das Rot einer Koralle am Astblau. Und zum Glück ist auch das kleine Zelt des Friedens, vier Stock über dem Meeresspiegel, keineswegs der entgaste weiße Mond. Nein, vielmehr handelt es sich dabei um die Terrasse, auf der ich heute Morgen früh wach über die Rummelsburger See segle. Wir müssen jeder auf seinem Posten etwas ganz Ungeheures leisten, sonst hat die Sache keinen Sinn. Ich richte diesen Aufruf an die Mannschaft, sprich mein Telefon, das die Fotos macht, meinen roten Notizblock, meinen wie immer gelben Stift, der schwarz das blau karierte Weiß des Papiers beschreibt. Bist du die Sonne, So erleuchte meinen Glauben an diese Welt, in der ich leben muss. Ja, soweit mein Gedicht, das meinem Freund Reinfrit Blacher gewidmet ist, dem ich dieses T-Shirt auch verdanke. Und ich möchte noch ein Gedicht vorlesen aus dem Jahrbuch der Lyrik 2009. Das ist ein Gedicht der slowenischen Lyrikerin Maruja Crese, die in Graz gelebt hat eine Zeit lang, leider schon verstorben ist. Und dieses Gedicht, das er geschrieben hat, ist einem guten Freund von mir verstorben, der leider letztes Jahr auch verstorben ist, dem Alfred Kolleritsch, dem ich dieses T-Shirt verdanke. Ich hatte heute ein Bekleidungsproblem mit zwei tollen T-Shirts. Das Gedicht von Maruja Crese heißt Braune Schuhe, Motto von Frank Zappa. Brown shoes don't make it. Fredis Schuhe. Wirklich, die braunen Schuhe sind an allem schuld. Das alte Palais am Fluss und das Haus am Hang. Die Grenzen zwischen den Hügeln, die Madonnen an den Straßen, das Haus am See, der ans Meer erinnert, an Frieden und Leben, Familie, Glück. Alles wäre in Ordnung gewesen, hätten sich nicht die braunen Schuhe eingemischt. Schuhe in der Sonne braun, im Schatten schwarz. Wer soll sie tragen? Ich kann nicht schlafen. Die Sterne flüstern, vielleicht wegen der braunen Schuhe, die nicht schwarz waren, vielleicht wegen des Vollmonds dort oben über der Stadt. Vom Schlossberg sehe ich auf den Fluss und das Leben. Es war lang und wütend, voll verlogener Zärtlichkeit, unbekannter Mutterstimmen, Marienbilder und Lügen. Die Kerze am Fenster, die nicht verlöschen will. Und ich weiß bis heute nicht, woher ich sie habe. Wahrscheinlich aus dem Tal, unter dem Plastikkreuz, errichtet für die Heiden und die, die da leiden, obdachlos wartend. Wirklich. Die braunen Schuhe waren nicht schwarz. Nur damals in Rojna Dolina, als die Sonne verschwand und Wind und Wolken herbeirasten. Dort bei den Weiden, die an Vater erinnerten, an sein kleines Glück, sein Dorf, von dem selbst Gott sich losgesagt hat. Dort bei den leeren, mit moosbewachsenen Gräbern, den unglücklichen Witwen, den einsamen Seelen, die ohne menschlichen Atem durch fensterlose Häuser taumeln. Ich lösche die Kerze am Fenster, denn es ist mir eingefallen, woher ich sie habe. Ich warte, dass der Kirschbaum im Garten blüht, dass der Postbote einen gelben Briefumschlag bringt mit dem richtigen Inhalt und der Landkarte und sagt, guten Tag. Ich warte, dass die Schuhe schwarz werden und weich. Ich warte, dass die Schuhe aufbrechen können, die braunen, nicht die schwarzen, die falschen. Um Himmels Willen, lasse mich wenigstens putzen, die braunen, nicht die schwarzen, die Schuhe. Für Alfred Koloritsch. Dankeschön. Lieber Andreas Unterweger, vielleicht noch eine Frage, weil Sie gerade den Alfred Koloritsch genannt haben, der ja unglaubliche Arbeit geleistet hat, um auch die Poesie der umgebenden Länder um Österreich herum sichtbar zu machen und sozusagen den Lesern vorzustellen. Kann es sein, das ist eine spekulative Frage, dass man aus österreichischer Sicht vielleicht viel mehr auf die Poesie der umliegenden Länder schaut, als man das in Deutschland tut? Vor allen Dingen Osteuropa und Südosteuropa. Ja, auf jeden Fall. die Manuskripte haben das ja schon seit Jahrzehnten immer wieder versucht, im Auge zu behalten. Es gab sehr gute Kontakte nach Polen, nach Slowenien, immer noch zum Allestäger zum Beispiel. Ich nehme an, dass das in Österreich stärker ist, wobei ich mir wünschen würde, dass in Österreich auch die Bevölkerung sich dessen, also die nicht lyrisch lesende Bevölkerung sich dessen bewusst wäre, wie nah sie an diesen Ländern ist und wie verwoben in diesem mitteleuropäischen Ganzen. Also ich lebe hier, ich weiß nicht, 15 Kilometer von der slowenischen Grenze, aber man merkt, dass die meisten Leute hier machen nicht den Eindruck, als ob es wirklich so wäre. Ihr Wunsch, dass es mehr Leute geben sollte, um die Poesie der umliegenden Länder wahrzunehmen und zu lesen, schließe ich mich voll in den Eichel an und danke Ihnen herzlich. Danke. Als nächstes darf ich vorstellen, Signe Lebe-Johann, die schon öfter im Jahrbuch der Lyrik publiziert war. Sie ist Jahrgang 1972, lebt in Berlin. Zuletzt gab es 2013 in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung den Band in den Hirschen und dann 2020 in der Parasitenpresse die idiotische Wucht deiner Wimpern. Schöner Titel. Signe Lebe-Johann, wir haben zusammen mal in Berlin ein Jahrbuch der Lyrik vorgestellt, wenn ich es richtig erinnere. Long, long time ago. Herzlich willkommen und der Vorhang auf für dich. So, ja, das stimmt. Wir haben mal zusammen in Berlin gelesen. Ich weiß aber auch nicht mehr, welches Jahr das war, aber es ist lange her. Ja, ich fange auch an mit meinem Gedicht im diesjährigen Jahrbuch der Lyrik und es heißt Ein Vogelschwarm, ein leuchtender Himmel. Ich weiß, wir werden nicht dieselben sein. Wir haben ja doch nur die Flügelbreite einer Mücke. In der Sonne zittern deine Lieder, trüb ist das Wasser, rastlos und schwach, aber verbrennen tust du mich. Dein Mund, der spricht, aber ich höre nichts. Wann ist der Moment, da alles still steht? Du wirst nicht wiederkommen, du trägst den Winter in dir, du singst auf den Grund des Meeres. Ich bin ein Insekt, mein Oberkörper nackt, ich treibe nur durch die Nacht. Wenn ich dich berühre, berühre ich die Haut eines anderen und du träumst von meinem Nabel so frierend der Atem deiner Lippen, die sich zu wilden Tieren wandeln und beißen. Ich sammle Schäden, mein Körper öffnet sich, ich weiß jetzt, ein stechender Schmerz ist endlich, man brennt eine Wunde aus. Die Flügel eines Engels sind wie mein Herz, wenn du deinen Atem anhältst, wenn die Sekunden sich dehnen, wenn ich mich aus mir selbst beschleunige, ein leuchtender Himmel, ein Vogelschwamm. So, und als zweites habe ich ein Gedicht ausgesucht aus dem Jahrbuch der Lyrik 2019 und das ist einer der Dichter, einer der vielen Dichter und Dichterinnen, in jedem Fall ein Dichter, den ich über das Jahrbuch entdeckt habe, den ich vorher gar nicht kannte und ich finde immer, das ist somit das Schönste an diesem Jahrbuch, dass man immer wieder ganz neue Stimmen auch hört und dieser Dichter ist tatsächlich dann auch einer meiner Lieblingsdichter geworden, Hassoune Elkoli. Es gibt keine Metaphern mehr, keine Lippen, die leise und bedächtig Worte formen, in Geschichten durch die Jahre reisen und bis ins kleinste Detail eine Welt zu beschreiben, die aus Molekülen entstand und wieder an ihre Moleküle zerfällt. Ich schleiche langsam durch die Räume, berühre mit den Fingerspitzen das, was uns Menschen überdauert, bewundere diese erstaunliche Beständigkeit der Gegenstände. Das Mobilar, die Tapeten, die Bilder an den Wänden. Relikte wie Steine, wie mineralisierte Lebewesen, die im Staubsarkophag einfach weiteratmen. Aus dem geöffneten Fenster die Nacht mit ihrem dunklen Antlitz, wie Erz aus den Tiefen der Gruben, getränkt im hellen Schein des Mondes, beobachte ich die Schönheit der Sterne am Himmel und die Zeit fällt senkrecht zu Boden. Ja, vielen Dank. Ich verstehe die Vorliebe für diesen Dichter. Vielen Dank, dass sie dabei war. Die nächste in unserem Stafettenlauf ist Judith Hennemann. Herzlich willkommen in unserer Runde, in der großen Lyrik-Gala. Judith Hennemann ist 1975 geboren und hat zuletzt zwei Gedichtbände, publiziert Bauplan für etwas anderes im Axel-Dielmann-Verlag 2017 und All die goldenen Hunde im selben Verlag 2019. Herzlich willkommen, Sie sind dran. Vielen Dank. So, jetzt ist auch mein Ton an. Vielen Dank für die Einladung, heute zu lesen. Jedes Jahr, wenn das Jahrbuch der Lyrik rauskommt, fieber ich ein bisschen entgegen und gucke, bin ich denn drin diesmal? Und ich habe es insgesamt dreimal geschafft. Bin sehr stolz. Und deswegen, ich hoffe, es ist okay, wenn ich mich selber belohne, Herr Buchwald, und einfach zwei kleine Gedichte von mir lese. Das sind aber nur ganz kurze. Ich lese für euch aus dem Jahrbuch der Lyrik 2018 eine Anleitung zum erfolgreichen Verfassen von E-Mails. Es heißt Äther. Wann immer Sie keine Antwort erhalten, entsteht eine Leerstelle in Ihrem Kopf, die nicht beschrieben werden kann. Erhöhen Sie die Chance einer relevanten Resonanz wie folgt. Die höchste Antwortwahrscheinlichkeit haben Nachrichten mit 89 Worten. Finden Sie den perfekten Zeitpunkt, etwa kurz nach einer Pause. Direkt bevor Sie den Auslöser drücken, atmen Sie einmal ein und aus. Geben Sie etwas Ausdruck, etwa einer Erwartung, Um die Angst zu bekämpfen, legen Sie einen Wiedervorlageordner an. Erst wenn gar nichts hilft, treffen Sie die Person. PS, vermeiden Sie Redundanz. Und aus dem fabelhaften Jahrbuch der Lyrik 2021 lese ich das Gedicht ein teilmöblierter Traum und das ist tatsächlich ein Traum gewesen. Dir fehlt der überwiegende Teil eines Arms. Ich frage mich, welche Tätowierung dort war, wie sich ein Kugelgelenk ohne Funktion fühlt. Niemand muss das erfahren, du und ich kauernd am Boden vor dem Terrarium voller Pelz und Zähne. Wir trafen uns viel zu spät und du holst zu weit aus für einen Kaffee. Das ist unser Raumzeit-Kontinuum, das Nagen, vibrieren, das Pochen. Wir flüstern, um nicht aufzuwachen. Ein teilmöblierter Traum. Wir haben uns nichts ausgesucht. Nichts gehört uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, herzlichen Dank. Und es waren bis jetzt drei Jahrbücher, sagten Sie, möge es auch ein viertes werden. Sehr gerne. Ich darf mir jetzt vorstellen, Marius Hülpe. Er ist Jahrgang 1982, zuletzt der Gedichtband Süße elektrische Nacht in der Edition Haus Notback im Jahre 2014 veröffentlicht. Lieber Marius Hülpe, Sie haben das Wort. Herzlich willkommen. Bin ich schon da? Hallo zusammen. Dankeschön, Christoph Buchwald, erst mal. Ja, für die Gelegenheit. Und ich habe eben festgestellt, es ist jetzt inzwischen auch mein fünftes Jahrbuch, der Lyrik. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal und auch das einzige Mal 2008 fiel mir daneben bei auch noch ein in Köln im Gloria Theater getroffen. Da moderierten Sie etwas. Das ist alles inzwischen auch so eine unwahrscheinliche Geschichte. Ja, ich lese aus dem Jahrbuch ein Gedicht aus dem Zyklus Staubgelände und danach noch ein weiteres eines Kollegen. Morgenrundgang. Fahle Hecke Längstes schummrigen Kanals Versuche ums Erinnern betrogen Halbe Jahreszeiten Knapp vernäht In das Verstumm Mit einem Mal die Sätze gestrig Atem Und Überlebensversuche In Wahrheit Und Gelb Auseinandergezerrt Pferde des Irrsinns Reißen Streben Voneinander Fort Spuren in alle Himmelsrichtungen Schweife im Aufbruch Und schon wieder in der Dunkelheit Erstmal meinen Froschlos werden Ich lese noch ein Gedicht eines Jurekas den ich den ich persönlich gar nicht kenne und zwar deswegen weil es da also ich habe nach etwas das kurz ist das eindringlich ist und das aber auch mit meinem Gedicht in gewisser Weise korrespondiert insofern ich habe nach etwas mit einer stillen zurückgenommenen drastik gesucht und gefunden glaube ich Good Night 6 von Lewin Westermann zum Beispiel das Herz es schlägt bei Tag und Nacht so laut es kann ein Leben lang und stoppt und steht dann plötzlich still der Körper auf dem Boden vor der Tür Vermessung einer Seele Alter Farbe Form Gewicht zitternde Hände Verwischen das Licht Dankeschön Herzlichen Dank für die zwei Gedichte meine Damen und Herren es ging ja oft wir haben noch kurz etwas Zeit es ging in vielen Gedichten über Wahrnehmung über Schauen über wie man Dinge aufnimmt und zu Wort bringt ich darf Ihnen jetzt noch weil wir vorhin auch über Übersetzungen gesprochen haben ein Gedicht vorlesen von einer niederländischen Autorin Marjoleine de Voss und das Gedicht heißt Platzangst hinter den Wiesen Weiden und da dahinter Deiche Meer und Schweden wo geht's hin der Blick verliert sich und den Raum so weit und breit kein Auskommen ist anders der Erpel der plötzlich und unbändig grün ins Sonnenlicht und dir ins Aug wind schau neben deinem Fuß mahnt er wo die Ranunkeln blühen die Luft im Graben blau gespiegelt fühl die Wärme auf der Nase sieh nicht das frühe Blatt vom Flieder du hast zu weit geschaut das was du suchst ist hier das Gedicht hat mir so gefallen dass ich es selber dann übersetzt habe und das noch als kleine Fußnot in dem Gedicht kommt eine Blume vor schau neben deinem Fuß mahnt her wo die Ranunkeln blühen im Original ist das eigentlich übersetzt das Schabox Kraut nur Schabox Kraut in diesem Gedicht hat viel zu viele Silben klingt überhaupt nicht und dann habe ich mit der Autorin abgemacht dass ich eine Frühlingsblume suchen darf die auffällt im Graben wächst und dann kamen wir auf die Ranunkel auch solche Probleme und Fragen gilt es beim Übersetzen von Gedichten immer wieder zu lösen weil jetzt habe ich das Vergnügen Ihnen Elena vorzustellen sie lebt in Athen sind wir jetzt über die Grenze mit Athen in Verbindung oder sitzen Sie irgendwo anders ich bin genau diese Woche in Hamburg zu Besuch also nicht in Athen sondern aus der Nähe verstehe auf jeden Fall herzlich willkommen Sie haben Gedichte in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht und arbeiten vermutlich auch an einem Gedichtband ja hoffentlich dann darf ich Sie dazu einladen Ihr Gedicht Transitzone vorzulesen also ich möchte mich erst mal bedanken bei Ihnen Herr Christoph Buchwald und auch bei Carolin Kahles und Florian Kind für diesen tollen Abend und genau dann gehe ich gleich zur Transitzone das war bei dem letzten Jahrbuch der Lüge mit dabei diesjährigen damals wollte ich die Freiheit nicht haben ich weiß noch alle waren froh aber worüber eigentlich das wussten sie selbst nicht Tschechow der Kirschgarten Transitzone es steht ein Umzug an in eine neoepochale Weite und wir tun als seien wir bereit ein längst ungültiger Reisepass aus einer handschriftlichen Zeit ein warmes Fell aus Schafshaar die gestickten Tischdeckchen der Oma ein Liebesbrief noch unverhalter Kummer eine Handvoll Köschkerne von unserem Baum wir packen nach Herz nicht nach Überlegung ich fülle einen kleinen Rucksack du schleppst fünf große Koffer wir stehen am Bahnhof und reden kurz vom Abschied angespannt über La Palien wird man in der Neuzeit unseren undokumentierten Akzent begreifen und lassen so die Angst den Raum zwischen uns einnehmen ich steige in den ersten Zug du sagst du müsstest noch auf deinen warten der Zug setzt die Tatsachen ruckartig in Gang ich ich presse dir noch ein schnelles liebe wohl gegen das Glas und begegne deinen eingegrabenen Augen hinter einer Schutzwand aus Koffern und Kirschbäumen vielleicht verschmerzt du den Abschied nicht vielleicht Bruder werden deine Füße an diesen Gleisen haften bleiben und ich dich so erstarrt noch viele Epochen später als Fixierbild einer uns überrollenden Zeit unter den Augenlidern tragen Wir verlassen uns in unterschiedliche Richtungen im Herzknoten dieselbe Fragestellung ob wir eines Tages fruchtbare Erde finden jenseits der Mauern unseres abgeholzten Kirschgartens ich fahre fahre und will nicht stehen bleiben ich wechsle Sitze Waggons Kleider und Ozeane doch mir gefallen die neuzeitlichen Ankunftshallen nicht und so bin ich die Tasche voll Köschkerne wie du einst am Geis gefangen Ich wünsche allen noch viel Freude beim weiteren Zuhören und danke dass ich dabei sein konnte Sie haben nicht den Wunsch nach einem Gedicht vorzulesen von einem anderen Lyriker aus einem der früheren Jahrbücher Ich hatte etwas ausgesucht aber dadurch dass ich jetzt auf Reisen war leider kein Jahrbuch mitgenommen Letzte Frage an Sie Übersetzen Sie aus dem griechischen Poesie Deutsche Ja das mache ich auch von anderen Dichtern die mir gefallen ich schreibe selbst auch auf griechisch also es gibt manche Stücke die schreibe ich gleich auf deutsch und andere auf griechisch und dann übersetze ich die und auch Dichter die nicht so bekannt sind im Rahmen von Treffen mit Freunden übersetze ich das veröffentlicht habe ich keine Übersetzungen und hoffentlich kommt es bald wahrscheinlich auf griechisch zum ersten Gedichtband und wenn sie Lyriker aus dem griechischen übersetzen vergessen sie das Lyrik ja Buch nicht denn griechische Autoren da haben wir wenig Ahnung wenig Kenntnis und es wäre sehr wünschenswert wenn wir unseren Blick auch in diese Richtung öffnen zu meiner Schande noch eine kleine Anekdote erzählen ich war gerade als junger Hüpfer im Klassen Verlag in Düsseldorf tätig und da kam ein Anruf aus Stockholm und eine freundliche Dame sagte Odysseas Elitis hat den Nobelpreis gewonnen und ich frage wer Odysseas Elitis wer Odysseas Elitis sagte die Dame deutlich ich hatte den Namen noch nie gehört und der Mann hat gerade den Nobelpreis gewonnen zufälligerweise hat der kluge Verleger Eugen Klassen einen so weiten Blick gehabt dass der Odysseas Elitis auf Deutsch in Übersetzung veröffentlicht hat also weiter arbeiten an den Übersetzungen herzlichen Dank Tschüss Der nächste den ich Ihnen vorstellen darf ist Ralf Bonicki 1962 geboren hat Gedichtbände nämlich Hoch lebe sie die Anarchie Anarcho Poetry Edition AV 2014 und der Sound von UWL zusammen mit Günter Specht in der Edition Blackbox 2016 Lieber Ralf Bonicki herzlich willkommen Sie haben das Wort Ja Dankeschön Ich lese das Gedicht Good News zugeeignet Benjamin Peret und seinem Gedicht Hund und Katze Benjamin Peret ist ein Surrealist gewesen mit sozialrevolutionärer Ausrichtung ein Begriff vielleicht noch das Glückskalkül nach Jeremy Bentham bezeichnet ein mathematisches Verfahren zur Ermittlung moralisch guten Handelns also gutes demnach dasjenige Handeln welches das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl Betroffener bewirkt Good News Die erhofften Gewissheiten kamen heute früh als Sammelpaket Lieferung frei Haus wohl behalten die wichtigsten Kategorien Kernsätze Denkfiguren schön auch die Entfernungen noch etwas kleinlaut mit ihren aufgeklebten Ereignissen optimal haltbar bei plus 18 Grad und geduckter Körperhaltung dazu der auf künftigen Besitz stand eingestellte Erwartungs Horizont der Bonus Beutel kluger Fragen zur Kunst ein Minimal Gebinde aus Zahlen alles ausbaufähig zum Lebensstil Anleitung an bei auf Seite drei steht Landluft eben da und siehe auch Niederholz und an anderem Orte leuchtet das Bentham'sche Glückskalkül Ja als zweites Gedicht habe ich ein Gedicht von Ilma Rakusa ausgewählt aus dem Jahrbuch der Lyrik 2017 Es heißt von wegen Regen Schäumender Tag Es hat sich ausgeregnet und Sanftmut ist kein Wort für danach Das trotzige Tropfen bis in die Stelle den Mund Jetzt ticken die weichen Uhren Sag nicht der Donner kommt durch die Tapetentür und alles von vorn Wer will schon einen wässrigen Milchwald Ein akutes Lüftchen genügt Zwischen Schreibpapier Zweifeln und dem Oxford Dictionary Horrig wie kühl Dankeschön Was hat Sie kurze Frage noch an diesem Gedicht was Sie von einer Kollegin ausgewählt haben besonders affiziert Pointe zu hören wie etwas kühl ist das ist Poesie also ich wenn etwas in einen Zusammenhang gerückt wird der so im alltäglichen nicht vorkommt also das hat mich auf den ersten Blick angesprochen weil ich manchmal auch dazu neige Gedichte von hinten aufzurollen verstehe ich sofort vielen Dank meine Damen und Herren liebe Zuhörerinnen und Hörer Zuschauer und Schauerinnen die nächste die ich Ihnen vorstellen darf ist Silvia Geist die Lyrik Jahrbuch Passionados haben Silvia Geist wahrscheinlich schon öfter gelesen in diesem Kompendium sie ist 63 geboren die letzten beiden Bände sind Gordisches Paradies bei Hansa Berlin 2014 und Fremde Fälle ebenfalls bei Hansa Berlin Jahr 2018 liebe Silvia Geist herzlich willkommen it's your turn vielen Dank Christoph Buchwald ich freue mich sehr heute Abend dabei sein zu können ich hoffe die Verbindung steht ich bin hier in der Uckermark und naja also Internet ist manchmal Glückssache es ist ein bisschen dunkel in der Uckermark aber sonst ist alles prima das beruhigt mich ich lese mein Gedicht auf der Veranda aus dem aktuellen Lyrik Jahrbuch ein Schild nannte die halbe Nummer des Maklers die andere Hälfte war abgeschmirgelt oder verblichen bis spätestens vier ist dort alles wild darauf einzufrieren für bedeckte Tage wir dachten an Leerstand und sinkende Preise fotografierten zwei Stühle die Hügel und unsere Gesichter die auf dem staubigen Spiegel der Fenster ins Innere des Hauses schwammen verjüngt als böte es Raum für eine neue Geschichte als wäre es etwas in das man einziehen kann um zu Hause zu sein von den Hängen rutschte das Katzengold aufs Vordach Salbei Senkblei Echsenlied lag zu nah um es zu sehen der Nachmittag in den Büschen wir unter seinem reglosen Auge das Tal ließ sich hören als kämen die Bienen zurück auf ihren Kasten vor der verriegelten Tür das zweite Gedicht das ich vorlesen möchte stammt von Char Piano D ein südafrikanischer Autor und auch dieses Gedicht ist im aktuellen Lyrik Jahrbuch enthalten zur Zeit der Aufstände ich hatte meine Schuhe vergessen und wusste nicht wie weiter gehen kaum einer lässt sie zu Hause stehen wo keiner dran denkt sie zu vermissen ich war ersetzbar sie noch zu gebrauchen ich hätte damit werfen können nach ihr die zu gut war für mich oder laufen laufen waren das dieselben alten heute die wir auf der Flucht vor den Wächtern verloren Bukermark und wir sind super pünktlich in der Zeit das heißt ich kann Ihnen noch etwas kurz zum besten geben nämlich von einem Autor der dieses Jahr leider viel zu früh verstorben ist lange in Wien lebend kommt aber eigentlich aus der Gegend von Nürnberg nämlich Ludwig Fels Ludwig Fels kenne ich sehr lange und deswegen möchte ich sozusagen hier noch einmal vielleicht sieht das ja da oben den Hut ziehen denn er war einer der mit einem kleinen Roman sofort viel Erfolg hatte die Sünden der Armut und als ich ihn mal in den Ferien besuchte sagte er weißt du wovor ich nachts immer Angst habe dass irgendwann rauskommt dass ich nicht wirklich ein Dichter bin sondern jemand der einfach nur gelernt hat Häuser anzustreichen das hat mich nie losgelassen und Ludwig Fels verdient es wirklich dass man ihn als Dichter nicht vergisst jung und jung in Salzburg verlegt seine Bücher Gott sei Dank weiterhin Cabo Verde heißt das Gedicht von Ludwig Fels seit Jahren nie komme ich hin seit so vielen Jahren nirgends das Meer unter mir der blaue Schnitt des Himmels durch die Augen wo die schwarze Haut einer Frau im Schatten eines Zimmers spät in der Nacht mit einem tanzenden Mond Gesänge der Hunrigen und Betrunkenen vorm Fenster und weicher Hitze niemals und vielleicht nächstes Jahr bis zum Tod nicht wissen wie der Sand am Morgen riecht dann wenn die Fische geschuckt sind Wolken wie falsche Gemälde am Himmel kleben gnädig von der nächsten Ferne Ludwig Fels ich habe jetzt das Vergnügen Ihnen Markus Breidenich vorzustellen er ist Jahrgang 72 seine letzten Bände sind am Milchstraßenrand in der Lyrik Edition 2000 im Jahr 2010 und Onemonenbesuch ebenso in der Lyrik Edition 2000 erschienen 2015 Lieber Markus Breidenich herzlich willkommen Vielen herzlichen Dank und guten Abend Tatsächlich bin ich hier in der Landschaft gelandet da wo auch das Gedicht spielt eine Eiffel Tour in der Grenzzone zwischen Belgien und den Niederlanden Le Tour Eiffel Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt Auch die Nachbarn sind leicht zu erreichen Manchmal trennen nur Grunstreifen die Landstraße in Ost oder West und beim Wildwechsel bekommt man die Roaming-Tarife aufs Handy geschickt Früher versetzten die Schmuggler winzige Essensberge auf Rädern Heute patrouillieren über den Hügeln nur Ameisen Soldaten und die Schlagbäume sind sonntags von Prozessionsspinnern befallen Die Anträge auf einen Passierschein liegen seit Tagen hinter der Hecke Aber in dieser Einöde passiert einfach nichts Es ist diese Art von Vegetation die auf lange Sicht das Zusammenwachsen erlaubt Das zweite Gedicht was ich lesen möchte ist von Jane N. Eagle aus dem Jahrbuch der Lyrik 2009 durchaus mit Bezug zu dieser Region weil wir hier in Lorden auch einen berühmten Tagebau haben und dieses Gedicht dieses Wort Tagebau in seinen Schichten interpretiert Drift durch den Forst auf einem der Fahrräder die nummeriert ich bevorzugte die fünf das vertraute Geräusch der Kette die ungehöhlt ein Quietschen Schleifen das mich zurückversetzte in eine andere Zeit einen anderen Zeitraum an an die Küste der Braunkohlen Tagebaue der Klang der Eimerketten von fern als wären es Möwen die über der Abbruchkante schwebten und ihre schreie Appellationen an den Fisch tief unten eingegraben im Grunde oder die Artgenossen das eigene eiszeitliche ich das über der Abbruchkante kreiste stundenlang plötzlich war wieder gegenwärtig wofür sich dies kreisen lohnte in eigenartiger Konsistenz fiebrig hart der Tag der Unterschichten von Tagen lag schwarz braun Unterschichtungen grauer bleierner Tage Tage aus Ton jeden Klang wieder halt erstickt vielen herzlichen Dank vielen Dank Markus Breidenich Sie sitzen mitten in einem Vogelparadies das ist wunderbar Gedichte mit Vogelgezwitscher das hatten wir noch nicht wir haben Bücherregale und schöne Lampen und andere schöne Dinge aber Vogelgezwitscher das ist ganz besonders und danke Ihnen herzlich dass Sie das mal anders gemacht haben als viele andere und vergessen Sie nicht den Einsendes Einsendedatum fürs nächste Lyrikjahrbuch alles Gute ich danke Ihnen sehr es ist mir eine Freude danke liebe Carolin wir haben noch ein bisschen Zeit aber wir haben überlegt vielleicht Christoph dass wir kurz Pause machen damit auch unsere Leute hinter den Kulissen einmal kurz durchatmen können deswegen machen wir tatsächlich jetzt zehn Minuten Pause auch für das Publikum wenn das vielleicht auch mal noch in irgendwas reinbeißen will wobei die das zumindest nicht dabei zugeschaut bekommen aber genau wir machen zehn Minuten Pause und um neun geht es weiter mit dem nächsten Blog jawohl dann guten Appetit bis gleich tschüss 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 Vielen Dank. 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 Also mit der Fitnessstunde jetzt überschreiten wir quasi auch den Gipfel unseres siebenstündigen Marathons. Und ich bin gespannt, wer bis ganz zum Ende durchhält, außer natürlich Christoph und ich. Und wir dürfen jetzt um 21 Uhr Ulrike Almut-Sandig begrüßen, die auch schon das Jahrbuch mit herausgegeben hat und die auch die nächste Thomas-Kling-Poetik-Dozentur übernehmen darf. Deswegen bei ihr darf man immer gespannt sein, ob sie singt, tanzt oder rappt. Wir sind gespannt. Du bist 1979 geboren und lebst in Berlin und zuletzt von dir erschien die Gedichtbände Dickicht. Und ich bin ein Feld, ja, jetzt darf ich deinen ganz, ganz schön langen Titel aufsagen. Ich bin ein Feld voller Raps, verstecke die Rehe und leuchte wie 13 Öl-Gemälde übereinander gelegt. Das war 2016. Und genau, Bühne frei für dich. Wir freuen uns, dich zu hören und zu sehen, liebe Ulrike. Schön. Das hast du genau toll gemacht, meinen Titel so fehlerfrei vorzulegen. Ich fange an mit einem Gedicht, das nicht von mir ist, sondern von Valle Seyer. Und weil ich so Angst habe, die fünf Minuten zu überschreiten, lege ich gleich los. Und damit läute ich jetzt hier offiziell wahrscheinlich den Corona-Blog ein. Aber natürlich müssen in diesem Jahr auch Gedichte von Pandemien gelesen werden, wie ich finde. Und das habe ich aber auch deswegen rausgesucht, weil es ist so, ich kenne Valle Seyer nicht oder kaum persönlich. Ich glaube, ich bin ihm einmal kurz begegnet, habe aber nicht mit ihm gesprochen. Und es ist aber so, dass in jedem erscheinenden Jahrbuch der Lyrik es immer so ein paar Dichter und Dichterinnen gibt, wo ich schaue, sind die drin. Und Valle Seyer gehört definitiv dazu. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich von ihm wieder ein neues Gedicht entdecke. Mundschutz. Das, was die Seuchenhistorikerin im Radioforum gerade wie nebenbei sagte. Dass im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, die Pestkarren nicht mehr mit Metall beschlagen werden durften, damit das Klappern in den Straßen aufhörte. Das dauernde Totengeläut ausgesetzt wurde und nur noch am Freitag für alle gemeinsam geläutet. Es rasch notieren. Ein mechanischer Impuls. Genau wie heute Morgen das Ausschneiden des Detailbildes im Lokalteil. Als ausgeschnittenes Rechteck, kaum größer als sein gegenwärtiger Mundschutz. Ein Mundschutz für die Augen, ins Tagebuch eingeklebt, auf dem die Dämonen-Skulpturen an der Westfassade eines Stadtkirchturms zu erkennen sind. Sie stellen ein Drachenrelief dar, einen Bärenkopf, sein aus dem Maul wachsendes Geweih und ein grinsendes Gesicht mit Schweinsohren. Und das Gedicht steht direkt hinter meinem aktuellen Gedicht im Jahrbuch der Lyrik 2021, also dieses Jahr. Und jetzt meins. Ja, Carolin. So, also ihr werdet gleich sehen, warum ich das mache. Denn Anleitung zum Lachen auf Abstand. Zuerst die schlechte Nachricht. Alles, was dir alles war, verkleinert sich auf die Größe eines Insekts am geschlossenen Fenster. Aber das tut es auch dann, wenn du diese Anleitung nicht befolgst. Jetzt müsste eigentlich die gute Nachricht kommen. Wir werden einander in Forsten begegnen. Der ganze Sauerstoff wird uns richtig heim machen. Und hier gehen wir ein wenig auf Abstand, Hände locker an die Seite, rechter Fuß zurück, linker Fuß zurück und immer so weiter. Es wird ein ganz neues Gefühl sein, die Natur dabei zu betrachten, wie sie dich geschmeidig überholt. Wir werden die Heiterkeit zwischen den Bäumen ausbuchstabieren. Und das geht so, kurz bücken, Hände im Laub waschen, dabei zweimal Happy Birthday singen. Happy Birthday für dich, die Geschenke für mich. Den Kuchen musst du suchen, doch du findest ihn nicht. Jetzt müsste sich das Lachen eigentlich schon bemerkbar machen. Die meisten spüren ein deutliches Kratzen am Kielkopf und zwar genau hier. Happy Birthday, Lynn, werden wir rufen und über die Antwort im Echo der Bäume in heftiges Lachen ausbrechen. Und das ist jetzt wieder wie High sein. Aber nicht wegen des ganzen Sauerstoffs um dich herum, sondern weil du kaum Luft kriegst vor lauter Lachen. Langsam fühlt es sich an, als würdest du versuchen, durch einen Strohhalm zu atmen. Die einen stecken das besser weg als die anderen. Aber vor allem ist es ein ansteckendes Lachen, das nach und nach auf uns alle übergreift, bis der ganze Forst in einem einzigen großen Gelächter erbebt. Am Ende wirst du am Boden liegen und noch ein bisschen weiter lachen, bis du wirklich nicht mehr kannst. Die Challenge besteht eigentlich darin, nicht aufzuhören mit dem Lachen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das geht auch im Liegen. Lachend wirst du zum Umriss der lachenden Sonne heraufschauen. Dunkel und klein schwebt sie wie ein lachendes Insekt über den Kronen der Bäume. Und das ist gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht. Vielen Dank. Tausend Dank, liebe Ulrike. Wunderbar. Und ich finde es toll, wir hatten ja vorhin schon einen Bären im Hintergrund und jetzt hatten wir noch ein Einhorn. Das klatschende Einhorn. Genau. Wir sammeln noch Tiere und Fabelwesen im heutigen Abend. Ich danke dir sehr. Danke fürs zum Lachen bringen. Tschüss. Tschau. Und wir machen tatsächlich weiter mit dem Corona-Kapitel, wenn man so will. Es hatten sich ja tatsächlich, also bis 30. Juni durfte man sich auch letztes Jahr einschicken mit Gedichten. Und das heißt, der erste Lockdown lag schon hinter uns. Und es kamen tatsächlich einige Texte, die sich um die Pandemie drehten. Und so auch von Florian Voss, der jetzt als nächstes lesen wird. Und sein Vers, Schu-Schu, hier kommt der Seuchenzug, hat das Kapitel überschrieben und wird auch sehr gerne bei Besprechungen genannt. Florian, du bist 1970 geboren, lebst in Berlin. Und zuletzt von dir erschienen in Flipflops nach Armageddon im Verlagshaus Berlin 2013. Wir freuen uns auf die Lesung und herzlich willkommen. Hallo, Karolin. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich möchte gleich mal dazu anmerken, ich fand das ja auch ganz faszinierend, dass diese Zeile sowohl dem Kapitel, den Titel gegeben hat, als auch in Besprechungen vorkam. Weil ich habe ganz lange darüber nachgedacht, die Zeile zu streichen. Und sie ist dann doch drin geblieben, aber ich war mir sehr unsicher drüber. Ich lese das Gedicht, das Plager heißt. Schu-Schu, hier kommt der Seuchenzug, außerplanmäßige Krise. Morgens beim Lidl pflanzen sich die Träume vom Herbst in die ausgehobenen Kühlregale. Pizza, Hawaii, noch nicht aus. An den Kassen Selbstschussanlagen und Stacheldraht. Draußen auf den Wiesen lachen die Kinder dem Tod entgegen. Krankenschwestern fliegen auf Schaukeln in die Lüfte empor. Ihre blauen Strümpfe flattern im Wind, der Rotik des Untergangs. Und überall Blumen und Pollen und Lungen verzehrende Stäube. Auf den ausgekühlten Speichern unter alten Trockenleinen knistert Ionen alter Taubenkot die nächste Plage hervor. Der Sommer wird lang und heiß und leer wie eine Morg. Und im November, die Hike Kumori dann, war was? Und als zweites lese ich, und dazu muss ich meine richtige Lesebrille aufsetzen, weil ich das natürlich nicht so halb auswendig kann, ein Gedicht von Isabella Vogel aus dem Jahrbuch der Lyrik 2011. Isabella Vogel ist leider gestorben vor fünf Jahren, hat den Freitod gewählt im sehr jungen Alter von 28 Jahren. Eine große Tragödie. Und um ein bisschen auch an sie zu erinnern, lese ich dieses doch sehr, wie ich finde, sehr schöne Gedicht, das Schneezeit heißt. Meine Mutter schläft im Schneewaggon in der Kälte eines besonderen Winters. Sie schlürft am Kaffee, der sie nicht aufwecken will, und sie hört das Flüstern von mir und meinem Bruder und von Obama, der im Radio wohnt. Es fällt kein Wort in ihr Abteil, nur Genuschel. Ein Boskopbaum wächst aus ihrem Bett, ein Fliegenpilz aus ihrer Stirn. Es kann sein, dass im Sommer ihr Mund auftaut. Die salmonellen Gesprächspartner werden hinzutreffen, sich anschweigen, wieder ausschweigen und allmählich die Herzen zu Fäusten ballen. Das habe ich bei einem Geflüster aufgeschnappt. Herzlichen Dank nach Berlin und einen schönen Abend und schauen wir, wie lange wir noch im Seuchenzug sitzen. Ein Beinchen noch. Ein Beinchen noch, ich denke auch. Hallo, Birgit. Hi. Genau. So wie dann. Können wir einfach übergeben, wahrscheinlich einmal quer durch Berlin, weil du, liebe Birgit, als nächstes lesen wirst. Birgit Greipe ist da und es sind ja tatsächlich immer so Kapitel, die wir dann formen. Also immer wir formen, ich war ja jetzt das einzige und erste Mal dabei. Und das ist, man sichtet die Titelsucht, die man für bringenswert hält, aus und versucht anschließend, das in Kapitel zu fassen, die sich thematisch nahe sind. Und wie gesagt, es gab ein Corona-Kapitel und in dem Kapitel, in dem Birgit Greipe drin ist, haben wir vor allem Naturgedichte, wenn man das so will, zusammengefasst. Und wir hören jetzt gleich von Kohl-Weißlingen. Birgit Greipe ist 1964 geboren, lebt in Berlin und zuletzt von dir erschien die Schönheitsfarm im Verlagshaus J. Frank, das war 2012, und Soma bei Cookbooks 2016. Und ich glaube, uns erwartet auch bald wieder ein Gedichtband, nicht wahr? Ja. Ja. Ich danke für die Einladung. Ich danke, liebes Jahrbuch und freue mich sehr, dass ich mitmachen kann. Florian hat gerade so ein kleines, dunkles Kapitel aufgemacht. Ich danke dir sehr, Florian, für diese Erinnerung an Isabella. Und mein Gedicht hat nicht nur was mit Kohl-Weißlingen zu tun, sondern auch mit einer anderen Künstlerin, die ebenfalls sehr jung gestorben ist. Und die aber nach ihrem Tod sehr, sehr bekannt geworden ist. Und so wie diese Gedichte, die in dem neuen Band, der tatsächlich bald bei Cookbooks erscheint, er, drin sind, wurden von ihr inspiriert und heißen Francesca Woodman-Gedichte. Und so wie die fertig waren, eröffnete plötzlich zu meiner großen Überraschung eine riesige Ausstellung in Berlin, die dann, und damit sind wir wieder bei der Pandemie, leider nach, ich glaube, zwei Tagen schließen musste. Und ja, Francesca Woodman hat diese Gedichte mit ihren Bildern inspiriert. Und ich lese die Evolution der Kohl-Weißlinge. Die Kohl-Weißlinge liegen am Boden, innen. Erster Vorschein von Denken, Ahnung vom Doppelcharakter der Hitze, ihren Spiegelungen. Wolkenband, schneller Flügel, verwandelten Spuren, frühe Gedanken. Traumsturm, die Wundermaschine des Flugs stottert, verliert an Kraft. Sie stürzen ab, bröcklich feucht von Mondflüssigkeit oder Tau. Kohl-Weißlinge, Putzstücke aus einer Wand, die Verwehungen bilden, Haufen zusammengekehrten Lichts oder Papiers, durchsichtig. Augen, Schüsselchen, hochentwickelte Zellen, überfordert mit einer noch unspezifischen Form. Zucken auf breiter Fläche oder Flügel eines unvorsichtigen Engels, dessen Posaune rostet in der Erde des Kraniums. Der aufsteht um Mitternacht, wehe, mit seinem wurmstichigen Fledermausgesicht. Flüchtige Bewegung oder Laub oder nur Spiel von Schatten und Licht? Kohlköpfe, schlammige Monde, hinter jedem eine winzige Nacht? Dieser sah aus wie ein antikes Gewand oder erflog wie ein frühes Modell von Wright, knarzte beinahe. Du versuchst sie einzufangen, ihr Wirbeln in langer Belichtung. Das Feld, frühe Flugschule, ist jetzt Todeszone. Die Falterstranden sind übersteuert, kämpfen, so scheint es, mit der Flüchtigkeit ihres eigenen Bilds. Schuppenrieseln, sinnlose Bruchstücke eines weißen Alphabets oder Halde von Albträumen. Keine Derwische mehr, die um Kohlköpfe tanzen. Kein fliegendes Kirchenfenster, nur Skizzen, leicht in die Luft geworfen. Die Astern der Wiese wölben sich vor, wie Kuhaugen. Der eine Kohlweißling, der es schafft über das Feld, wird Meister der Blumen, höre ich. Idull, Gottesfalter und großer Clown. Filtert mit seinen Flügeln das Licht, taumelt, wie in der Aufführung eines uralten Stücks. Hält die Absprachen ein zwischen Licht und Staub und zu allen Astern gleichermaßen Distanz. Die Flügel fest wie Hostien, kaum wahrnehmbar und vollkommen stirbt er nach drei Tagen, Weise und weiß, weiß und weise, auf einer transformierten Wiese, in die der Verlust eingeschrieben ist, als ständige Bläuung. Sekunden körperloser, unsichtbarer Bewegung, deren Vorschein er ebenso in sich trägt wie ich. Auf Wiedersehen, großer Kohlweißling. Ich danke euch. Danke dir. Wunderbar. Einen schönen Gruß nach Berlin und wir fliegen weiter zu Christoph Wenzel. Hallo. Du bist 1979 geboren, lebst in Aachen und zuletzt hattest du publiziert Weg vom Fenster in der Edition Haus Notback, das war 2012 und Liedschlussedition Korrespondenzen 2015 auch schon wieder. Siehst du mal, es kommt mir irgendwie vor wie gestern. Aber du bist frischer Dresdner Lyrikpreisträger, also vielleicht können wir bald auf mehr Gedichte oder einen neuen Gedichtband wieder von dir hoffen und du bist auch mit zwei Gedichten jetzt im Jahrbuch drin. Wir freuen uns, dich zu hören. Herzlich willkommen, Christoph Wenzel. Ja, danke, lieber Karolin. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ich schaue seit Anfang an zu, habe nur wenige von euch und von ihnen verpasst und finde das ganz fantastisch. Du sagtest es schon, es gibt von mir zwei Gedichte im aktuellen Jahrbuch der Lyrik. Die sind beide relativ kurz, deswegen lese ich die auch beide und auch mein Bonusgedicht ist relativ kurz. In den Seelenlandschaften stehen natürlich auch Windkraftanlagen. Ganzjährige Saisonkräfte, die über Kopf arbeiten, lesen. Das Klima hier ist nüchtern. Die Erregungslinien am Horizont sind flach. Im Herbst allerdings hat man hier oft und leicht einen Sitzen. Das vergorene Fallobst, Pflaumen, Äpfel, Schnaps in der Luft. Spazieren gehen wie Frühschoppen, atmen, inhalieren, Sauerstoff. Das Landschaftsbild verschwimmt. Der Autohof ist nah, er kann nicht schlafen. Der laufende Motor, die Tonspur hinter den Seelenlandschaften. Es gibt hier Angstgärten vor und hinter den Häusern, Auslegeware in gut geführten Amtsstuben, Vegetationsdecken, Spannteppiche von Wand zu Wand. Die Nutzschicht darf nicht betreten werden. Sie ist nur zur Zierde. Lebensbaum, Buxus, Aktenschränke, Hängeregister. Grüntöne, fast alle der Natur entnommen. In den Behörden herrscht ein streng hierarchischer Farbcode. Grün ist stets dem Minister vorbehalten, Rot den Staatssekretären. Nach Feierabend oder vor Dienstbeginn wird der Rasen gründlich gesaugt, abgestaubt. Und meine Wahl für das Bonusgedicht fiel auf eine ebenfalls schon verstorbene Dichterin, die mir bislang noch gar nicht aufgefallen war. Das ist Sabine Techl, die in Berlin lebte und dort auch starb, 2017. Und wer weiß, dass ich hier im Rheinland nur als sozusagen exilierter Westfale lebe, wird sich, wenn ich das Gedicht jetzt gleich lese, auch denken, warum ich das ausgewählt habe. Ich habe es übrigens entnommen aus dieser Jubiläumsedition, die eine Auswahl trifft aus den ersten 25 Jahrbüchern der Lyrik. Und erschienen ist es ursprünglich im Jahrbuch der Lyrik 9, 1989. Also Sabine Techl, ein starkes Stück. Und in der Trauer noch westfälische Gesichter, der spitze Schlaf zu Stunden lang, so ist die nächste Hand selbst Meilen fort. Das Leid verschiebt die Knochen noch. Der Kopf wird anders, kann man sehen, und reich die nächste Decke mir. Ich gehe die Brille ab, ein Nagel ins Knie, hör du zu kratzen auf. Vielen Dank, das war mir eine große Freude. Herzlichen Dank, lieber Christoph. Wunderbar. Das ist ja das Tolle. Jeder hat irgendwie dann doch das ein oder andere Jahrbuch doch auch noch im Schrank stehen, sei es, weil man selber noch mit drin ist oder das ein oder andere sich auch besorgt hat. Und das ist ein wahnsinniger Fundus, aus dem ihr da alles schöpfen könnt. Insofern ist das eine wunderbare Zusammenstellung heute Abend. Vielen lieben Dank, bis ganz bald. Und wir machen weiter und kommen zu Cornelia Köpsel. Ich darf Sie vorstellen, Sie sind 1955 geboren und leben in Höchberg bei Würzburg und auch in Berlin. Und zuletzt sind erschienen Epiphanien bei Königshausen und Neumann, das war 2019, und die Mundharmonika in der Edition Faust 2020. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Bin ich verständlich? Kann man mich hören? Ja, wir hören Sie sehr gut. Wunderbar. Danke. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann, wie alle anderen, denke ich, auch. Und dass es das Jahrbuch der Lyrik überhaupt noch gibt, ist eigentlich ein ganz großes Geschenk. Wirklich. Und ich möchte drei kürzere Gedichte lesen aus verschiedenen Jahrbüchern. Das erste aus dem jetzt gerade Aktuellen mit dem Titel Ich möchte im Pflanzenreich wohnen. In einer mythischen Blume möchte ich wohnen, die Blätter schön wie ein Baldachin. Plötzlich wärme die Zeit nichts als ein ununterschiedenes Sitzen und Schauen. Der Sommer kennt ja das Sterben nicht. Und durch die Blütenhaut schimmerte mattgelb die Sonne herein. Ich wachte wohl tausend Nächte und fühlte kein Leid. Manchmal, den klebrigen Pelz putzend, säßen Bienen an meiner Seite. Die Sehnsucht wäre ein Paradies. Niemals mehr, schwöre ich mir, kehre ich in das kleine Stübchen zurück, wo sie hausen, Kreuz über ihrem Bett, heiligen Bild auf der Brust, Bilder Gottvaters am dunklen Wandschrank und Haufen aus Asche trittfest ihrem Schuh all der Verstorbenen. Sechs Fuß im Acker, das Liebste. Ich möchte im Pflanzenreich wohnen. Metamorphpose Aus geworfenen Steinen sind wir gewachsen, so sagen alte Erzählungen. Tausende Menschen erschuf Destoikalions Steinwurf und der seiner Gattin. Man nannte es das harte Geschlecht. Da war die Sintflut vorbei. Und es begann die Urbarmachung der Länder. Die Menschen putzten sich das Gebiss, schnitten die Fußnägel ab, stachen Hirschen und Feinden ins Herz und machten aus Trauben einen berauschenden Saft, später auch Himbergelee. Rührstäbe wurden erfunden, die Wasserstoffbombe, das Schlagzeug. Spenden für Afrika kamen in Mode. Es starb Wordsworth bei der Gestaltung des Gartens. Der Dichter bewohnt noch ein versunkenes Reich. Kriegsweisen aber gelingt kein normales Leben. Sie fürchten sich, Auto zu fahren oder werden zu dick. Überall schimmert ein Licht, dünne Mädchen verbreiten sich wie Feuer, ihr iPod passt in den Minislip, über die Ziellinie rast, Maserati mit sechs Zylindern beim Preis von Monaco. Kaum, dass der Jubel verebbt. Aber sie sterben allein, trotz aller Nervenzusammenbrüche noch immer die Menschen. Röchelnd, nach etwas Luft oder in schrecklichem Schmerz. Das war aus Jahrbuch der Lyrik 2020. Ich lese jetzt noch ein kürzeres aus Jahrbuch der Lyrik 2018, was auch thematisch dazu passt. Auch zur heutigen Situation, denke ich. Transzendenz. Zweimal krähtet der Hahn, der Erlöser wartet beklommen auf den dritten Schrei, auf den unendlichen Schmerz. Alles löst sich auf in Partikel oder Gestöber. Morgens, beim üblichen Check, sehen Roboter ihr Bild an im Spiegel. Die unbestechliche Strenge der Ströme simuliert ein Gefühl trostloser Hässlichkeit. So sind sie bereit fürs Putzen und andere hilfreiche Taten. Immer noch scheint der Mensch Herr über alles zu sein. Wenn das Dorf in der Nacht verschwindet, verrohen die Siedler. Ein verlorener Trupp fürchtet den Weltuntergang, kämpft sich durchs Eis, durch klirrende Kälte und trotz der Entbehrung hat man Kraft genug Mörder zu kreuzigen. Schnaps geht zur Neige, die Schlittenhunde sterben, doch manchmal, wie es die Mutter gelehrt, singen sie abends ein Lied. Um ihre Seele muss die Menschheit bitterlich kämpfen, dieses zarte Gespinst tröstlicher Melancholie. Zweimal krähtet der Hahn, der Erlöser wartet beklommen auf den dritten Schrei, auf den unendlichen Schmerz. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Cornelia Köpsel. Sie waren schon in einigen Jahrbüchern mit vertreten. Wunderbar, auch eine Stimme, die man immer wieder sieht und entdeckt. Danke fürs Vorlesen. Ich danke auch. Wir machen weiter mit Peter Zemmler und ich bin ganz gespannt, Sie hier auch gleich sicherlich zu sehen, denn er war auch jemand, der mich in dieser, also ich bin ja selber jemand, der körperlich, Gedichte, in denen Körperlichkeit eine Rolle spielt, sehr schätze und das war auf jeden Fall ein richtiges Ohrfeingedicht für mich. Ich fand das richtig toll. Sie werden es gleich hören. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Zemmler. Sie sind 1964 geboren in Bayreuth und haben bislang in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht und wir sind froh, dass Ihr Gedicht mit im Jahrbuch mit dabei ist und freuen uns auf die Lesung. Hört man mich? Jetzt hört man Sie wunderbar. Wunderbar, ich hatte gerade eine Meldung, Stummschaltung aufheben. Also, ich hoffe, das klappt alles. Guten Abend an alle, die zusehen. Guten Abend, liebe Carolin. Ich lese mein Gedicht Parasiten. Wir essen, wir knabbern, wir nagen, was wir eingeweicht mit Speichel, so viel wir eben aufbringen können, aufgeweicht haben. Wir schaben mit fauligen Zähnen hinter den Ohren die Kopfhaut entlang. Wir knuspern mit unseren entzündeten Kiefern am Schenkelinnern und wo es heikel ist unter den Achseln. Wir knirschen, wir weiden uns weidlich. Wir essen. Einer des Anderen. Jener Andere den Einen, weil es so sein muss, weil es das Sonstige weggeschmort hat, weil nichts geblieben ist außer dich und mich, verhakt ineinander, verbissen, verzahnt, das unklar geworden ist längst, wo der Anfang des Anderen beginnt, wo aufhört der Eine, dem Schwinden getrotzt, doch nicht zur Kugel geworden, zum Haufen schon eher, zum Knäuel einer des Anderen. Schorf, wir nehmen Vorlieb damit, wo Sonstiges nicht mehr zu haben ist. Wir entkleiden einander, kratzen einander die Wappnung herunter, das Schanzwerk, verleiben uns ein, was aufgebracht werden kann, gegen die Wundheit. Der Schorf, kacheln mit ihm uns ausinnerlich, rüsten uns aufinnerlich, panzern uns ausinnerlich, mit des Anderen harnisch, der Schorf, wir essen einer des Anderen Schorf. Und als Bonusgedicht hoffe ich, darf auch mal vom Jahrbuch abweichen. Ich habe mir Rohrwolf ausgesucht, es wurden schon einiger Toter gedacht, leider ist Rohrwolf ja im letzten Jahr verstorben und ich möchte aus Pfeifers Reisen ein ganz kurzes, kleines Gedicht des ganz großen Rohrwolf vortragen mit dem schönen Gedicht Klöße und Gesang. Das war ein Tag vor ziemlich vielen Tagen. Er war nicht schlecht. Jawohl, das kann man sagen. Wir überschlagen jetzt die nächsten Jahre. Es wächst das Gras. Es wachsen uns die Haare. Wir stehen auf. Wir steigen in die Kleider. Auf Wiedersehen. Und morgen sehen wir weiter. In diesem Sinne. Herzlichen Dank, lieber Peter Semmler. Wir sind ja eigentlich streng sozusagen, aber bei Rohrwolf machen wir gerne eine Ausnahme. Zum einen natürlich, weil er ein Autor bei Schöft und zum anderen, weil er selber auch mal Herausgeber des Jahrbuches war. Das war 1997, 1998. Also insofern schön, dass wir ihn heute Abend zu Gehör bekommen haben, zusammen mit ihren Parasiten. Danke Ihnen sehr. Als nächstes hören wir Dorina Marlene Heller und ich freue mich sehr, liebe Dorina, dass wir uns hier sehen und dich gleich hören werden. Du bist 1995 geboren, warst eine Weile lang in Heidelberg, lebst aber mittlerweile in Wien und in Oxford und hast schon in einigen Anthologien veröffentlicht und bist auch gerade dabei, ein Manuskript für deinen ersten Gedichtband zusammenzustellen, wie ich das weiß. Stimmt das soweit? Hallo, liebe Carolin. Schön, hier zu sein. Ja, das stimmt. Da ist gerade was im Entstehen. Und genau, ich darf erst mal mit meinem Gedicht beginnen aus dem diesjährigen Jahrbuch. Ist ja auch mein Jahrbuch-Debüt. Sehr gern. Das Gedicht ist tatsächlich im allerersten Lockdown letztes Jahr entstanden. Rückzug ins Innere Von den Wänden blättert die Farbe ab Nachts rieselt dir Kalkstein aufs Gesicht Draußen haben längst die Schlimmsten unter den Narren das Kommando übernommen Öffnest du das Fenster schlägt dir laut die Welt entgegen Aber du wohnst im Inneren des Kerngehäuses In der holzig-feuchten Fruchtstille Wo alle Farben Wie durch Augenlider gedämpft schimmern Du kühlst dir die Stirn An den glatten Zellwänden Atmest in dich hinein Und das Vorpreschen der Jahre Ist nur ein Luftzug Genau und als Bonusgedicht quasi Habe ich in alten Jahrbüchern gestöbert Und bin bei dem 2000er Jahrbuch Von rausgegeben von Christoph Buchwald und Raoul Schrott Damals noch bei Beck hängen geblieben Und lese ein Gedicht von der wunderbaren Friederike Mayröcker Die ich tatsächlich erst so richtig für mich In den letzten paar Monaten entdeckt habe Und an ihrem Gedicht bin ich auch vor allem hängen geblieben Wegen diesen leisen Querverbindungen Zu meinem diesjährigen Jahrbuchgedicht Die ich darin so entdeckt habe Also Friederike Mayröcker Pupille des Einsamseins Traum Du hast Erfahrungen gemacht Und die vielen Bücher Der gepolsterte Sessel Das Lachen wenig Des Lammes Zypressengesicht Die Wälder in Kränzen ums Herz Um die Stirn geschlungen Ich habe gewusst, dass du sagen wirst Dieser Satz gefällt mir Sagst du durchs Telefon Mir träumte Besuch beim Arzt Und eine Seite zersprang Im Konzertflügel nachts Alles mit allem vergleichbar Ich stelle mir vor Du schreibst Briefe an mich Als Interbruckner Mit dem kleinen Löffel Geschaufelt das Erbsenpüree Verschrottet bin ich halb blind Die säumige Zahnradbahn In P ist 99 geworden Ich sollte nach Japan Amorphes Gedicht Danke Vielen lieben Dank Dorina Genau Also auch du bitte Wieder einreichen Bis zum 30.06. Wenn das nächste Jahrbuch Sein Einsendeschluss hat Und Dann mit Matthias Kniep Und Nadja Küchenmeister Also danke für dein Lesen Bis bald Tschüss Als nächstes ist Karl Christian Else An der Reihe Und ich bin gerade nochmal Davongestürmt Lieber Karl Christian Weil ich sozusagen Das hier aus dem Regal Ziehen wollte Eine ganz ganz alte Blum bum Irre oder? Eine ganz alte Zeitschrift Die du mal herausgegeben hast Das ist eine Weile her Um dich kurz vorzustellen Du bist 1974 geboren Lebst in Leipzig Und deine letzten beiden Gedichtbände heißen wie folgt Nämlich Langsames Ermatten im Labyrinth Das war im Verlagshaus Berlin 2019 Und ein Poesiealbum 303 5.3 Im Märkischen Verlag Und das war im letzten Jahr Und Ich freue mich Dass du da bist Dass du zugeschaltet hast Und dass du uns jetzt Was vorliest Hallo Caroline Vielen Dank Toller Abend bis jetzt Ich lese Zuerst das Gedicht Aus dem aktuellen Jahrbuch Das Gedicht Gehört eigentlich Zu einem längeren Zyklus Mit dem Titel Panikparadies So viel Falsches Und Gutes in einem Heillos Heilig verpackt Was überwiegt Nichts bleibt In der Schwebe Auf Dauer Alle Figuren Werden sich Zu ihrem Ende entwickeln Keine Figur Verlässt das Spielfeld Als dieselbe Figur Etwas Kommt ins Rutschen Etwas wird die Wippel Mit der Faust Oder dem Herzen Nach unten schlagen Oder Vorsichtig drücken Etwas wird dem Kind Mit den aufgeschürften Beinen Die restliche Haut Abziehen Oder ihm einen Verband Anlegen Wie in alten Fast vergessenen Zeiten Eine Süßigkeit reichen Die den Schmerz besiegt Wie ein Spatzenhals Die Guillotine Etwas wird überwiegen Nichts Ist dafür gemacht Zu lange Zu sein So viel Falsches Und Gutes In einem Nur ein Zustand Äußerster Kürze Jetzt kommt das zweite Gedicht Ich habe Lange Lange gesucht In den letzten Tagen Und hatte viele In der engeren Auswahl Und plötzlich sprang Mich ein Gedicht an Und das ist es geworden Aus dem Jahrbuch 2019 Von Kerstin Preivus Tiger, Tiger Tiger, Tiger in der Nacht Liegt er bis zum Anschlag da Kauert vor dem Sarkophag Tiger, Tiger, Lichtgestalt Setzt nur an zum Winkmanöver Grinse Katze Ihre Schwünge Enden vorn wie hinten gleich Tiger, Tiger reißt Das Schöne aus dem Leben Noch Ist alles unentschieden Was wir lieben Was uns tötet Noch sind die Bye-Bye Symmetrisch Enden vorn wie hinten ganz Schön symmetrisch Ist das Hirn Schlägt brutal Die Augen nieder Vom Tiger Vielen Dank Vielen herzlichen Dank Auch dir, Karl-Christian Elze Als gern gesehener Gast Im Jahrbuch Würde ich es denken und sagen Und wir haben Uns ja die Freiheit genommen Immer mal wieder Wenn ein Minütchen Puffer ist Auch ein Gedicht zu lesen Das wir so heraus Uns beobachtet haben Und da ja schon einige Jetzt einiger gedacht wurde In diesem Blog Dachte ich Ich lese ein Gedicht von Barbara Köhler Das aus dem Jahrbuch Der Lyrik 2002 Zu finden ist Das hat Christoph Buchwald Zusammen mit Adolf Endler Herausgegeben Und das heißt Nullmorphem Und das bringe ich jetzt noch zu Gehör Erstens Die Frau Zweitens Der Frau Drittens Der Frau Viertens Die Frau Feldgefällig Ungebeugt Beziehungsweise Unsichtbar Er scheint Vereint Vermeint Verneint Zu sein Allein Es ist ein Kreuz Sie Ihr Sie Nimmt es an Und mit ihm Auf jeden Fall Er trägt sie Ihn Als wäre Wer dem Viel Leicht Schwer Viel Der Die das Wasser Reicht Zu reichen Barbara Köhler Ist ja leider Vor nicht allzu langer Zeit Gestorben Insofern Ist auch der Jahrbuch Immer ein Ort Denjenigen Kurz zu gedenken Und Denjenigen zu gedenken Die auch Dieses Mal Nicht mehr dabei sein können Wir machen weiter Mit Dorothee Arndt Herzlich Willkommen Sie sind 1980 Geboren Und leben in Rostock Und haben bislang In Zeitschriften Und Anthologien Publiziert Und insofern Sind wir froh Dass Sie heute Abend Auch mit dabei sind Und uns Ihr Gedicht Vortragen Und den kleinen Bonus Track Hallo Ich freue mich Zuerst mein Gedicht Schlafende Schuhe Wie vieles Mit einem Märchen Vermischt Meine Schuhe Fragen nicht Wie kannst du Schuhe zu uns sagen Sie fordern sich nicht mal Eine Anrede ein Es ist nicht einmal klar Ob sie sich selbst genügen Oder ob sie selbst Gespräche miteinander führen Es ist nicht einmal klar Ob sie mich spüren Ob ich sie spüre Weitläufiges Gummiband Drüber springen Und verhaspeln Dass ich den Alltag Nicht versäume Vielleicht sind sie Überreste Merkurs Flügelschuhen Verwandt Die keine Schritte Zu zählen brauchen Und einen vergessen lassen Wohin man geht Wo war noch einmal Der Widerstand Kaltschrift Kalte Schrift Bedingungslose Grenze Mit Liebe verwechselt Mir steht der kalte Schweiß Auf der Stirn Es ist doch alles Kein Spaziergang Mit dieser Maske Und den vor Kälte Tauben Schuhen Und doch Es ist ein Spaziergang Mit Zehen Die ich nicht mehr spüre Die Hoffnung Und alles weitere Überlassen wir den Vögeln Sie Picken sie schon weg Singen ihnen schon fort Den Alltag Aus der Luft Schlafende Schuhe Wie vieles Mit einem Märchen vermischt Meine Schuhe Fragen nicht Wie kannst du Schuhe Zu uns sagen Sie fordern sich nicht mal Eine Anrede ein Es ist nicht einmal klar Ob sie sich selbst genügen Oder ob sie Selbstgespräche Miteinander führen Es ist nicht einmal klar Ob sie mich spüren Ob ich sie spüre Weitläufiges Gummiband Drüber springen Und verhaspeln Dass ich den Alltag Nicht versäume Vielleicht sind sie Überreste Merkurs Flügelschuhen verwandt Die keine Schritte zu zählen Brauchen Und einen vergessen lassen Wohin man geht Wo war noch einmal der Widerstand Kaltschrift Kalte Schrift Bedingungslose Grenze Mit Liebe verwechselt Mir steht der kalte Schweiß Auf der Stirn Es ist doch alles Kein Spaziergang Mit dieser Maske Und den vor Kälte Taubenschuhen Und doch Es ist ein Spaziergang Mit Sehen Mit Sehen Die ich nicht mehr spüre Mein zweites Gedicht Mit der Schuh des Wanderers Jetzt auch noch nicht Im wunderbarsten Sinne Dass jemand sein Gedicht Zweimal vorgelesen hat Plus Plus Accessoire Vielen herzlichen Dank dafür Das war ein wunderbarer Doppelschwung Durch diesen Text Das hat mir sehr sehr gut gefallen Also herzlichen Dank Nach Rostock Und einen schönen Abend Noch weiter Und wir können Übergehen zum Letzten Letzten Lesenden In diesem Blog Das wird Johann Reißer sein Und da ist die Ankündigung So kurz Lieber Johann Nämlich 1979 Bist du geboren Und lebst in Berlin Dabei warst du So noch so viele Dinge Die aber in so einer Kürzes Biografie Nicht mal mehr aufschimmern Aber wir sind ganz ganz froh Dass du mit dabei bist Und liest Und das wird dich Im Jahrbuch versammeln Versammelt finden Ja vielen Dank Es geht ja auch um die Lyrik Nicht um die Biografie Genau Ja Dann fange ich gleich mal an Ich habe auch ein bisschen Sounds da Ich hoffe mal die funktionieren Ansichtskarten aus dem Frau Holleland Ein Tag um sich mit Mehl Ein Tag um sich mit Mehl einzustäuben Die Nebelmaschinen Das Rauschen Die Gespenster in uns Ein, zwei Steine Malen nicht all die Säcke unserer Grießgrämmigkeit Das wissen schon die Gesellen Im ersten Jahr In den Freistunden Sie schüttelt und schüttelt Torten Deuten uns Träume Da ruft uns etwas Wehe Ein Sack bleibt über Oder erzählt von Pech Wir sind Goldmarie Rufen wir Wir sind Goldmarie Als wüssten wir nicht Was uns erwartet Und dann Und dann lese ich noch ein Gedicht aus dem Jahrbuch der Lyrik 2008 Von Marcel Bayer Für das Gedicht habe ich mich entschieden Weil es zum einen Wirklich einen sehr schönen Rhythmus hat Einen sehr schönen Flüstrigen Und zum anderen Gefallen mir die abgründigen Bilder In dem Gedicht Sehr gut Bilder, die immer wieder kippen Alphabet Oberlippe Als Weibchen kam ich auf die Welt Ich habe Efeu, Wasserspiel und Kies genossen Zum weißen Engel, sagt man Oder Mon Bichoux Ich wollte Sprache sein Mein Leibgericht War mir ins Blut geschossen Ich knirschte Wurde angestrudelt Und versuchte mich als Blume Ich sah euch an Da ging die Klammer zu Zwei Das Leibchen Ein Salzwasser Ein Kälteschockgesicht am Strand Das Schwimmkleid schwarz Die Beine und sein Hals Ein Bauer, der mit Sand nichts anzufangen weiß Schwimmkleid Venedig Hat ihn dauerhaft aufheitern können Dieser Ausflug Nein Das Schwimmkleid Limanova Das Schwimmkleid Krakau und das Schwimmkleid Salz Drei Wobei, ich habe wochenlang in meinem Kopf geschlafen Es waren viele Leute da und mir war kalt Vers, bis Vers, groch ich durch den Saal Man kratzte sich Man hing in Scheiben Es wurde operiert Alphabet Oberlippe Alphabet Unterleib Und das Gejammer Wochenlang Blumensprache Wochenlang Badeangst Wochenlange nicht rasiert Ja, vielen Dank Johann Reißer Ich höre immer meinen Huch Genau, da ist er Deswegen schweige ich mal kurz Genau, jetzt ist das Mikrofon aus Vielen lieben Dank Johann Reißer Marcel Bayer Da hätte ich auch vielleicht Vielleicht lese ich später noch Ein Gedicht von ihm Der hat nämlich auch ganz, ganz tolle Gedichte Über die Jahrzehnte im Jahrbuch publiziert Und das war auch ein sehr schönes Was du gelesen hast Merci Christoph rufe ich so lange mal ins Off Ob er schon da ist und mich hört Wenn, da ist er Dann können wir ja noch eine Runde erzählen, oder? Also lieben Dank, Johann Und tschüss, rufe ich dir schon mal zu Und wir können noch eine Runde erzählen Bis der nächste Blog startet, oder? Ja, das machen wir Ich glaube, um 10 Uhr Um 10 Uhr bin ich mir ganz sicher Gehen die Einschaltquoten ganz nach oben Weil dann alle zu Hause sein müssen Und dann gucken alle spätestens Gedichte Bin ich mir ganz sicher Erstmal wollte ich nur kurz anmerken Ich bin sehr beeindruckt Über alles, was wir hier so hören In seiner Verschiedenartigkeit In der Art des Vorlesens In der Themenwahl Man bekommt Oder andersrum Es lässt sich nicht verleugnen Dass die deutschsprachige Gegenwartspoesie Besonders reichhaltig In der Form Und in ihrem Blick Auf die Welt ist Das finde ich wunderbar Caroline, ich habe an dich noch Ich habe an dich noch eine Frage Und zwar als letzte Mitherausgeberin Oder nicht als letzte Als Mitherausgeberin des letzten Jahrbuches Womit hast du überhaupt nicht gerechnet? Damit habe ich gar nicht gerechnet Also ich Das sagen ja tatsächlich alle Deswegen ist mein Nachwort Ja auch so eine Mischung aus alten Nachwörtern Weil ich das Gefühl hatte Manches doppelt sich mit anderen Ich war wirklich Man ist ja erstmal erschlagen Von dieser Menge an Text Dem irgendwie Herr zu werden Und jedem einzelnen Gedicht Auch angemessen zu begegnen Also weißt du Ich finde das ist ja unfair Wenn derjenige Der mit A anfängt Anders betrachtet wird Als der Den man völlig erschöpft Mit P gerade liest Also sozusagen Dem gerecht zu werden Fand ich anspruchsvoll Und tatsächlich überrascht Hat mich dann doch Ich schätze ja Naturlyrik Wenn man das so glatt sagen mag Da gibt es ja Ganz tolle Dinge Aber ich war dann doch überrascht Wie viele Sich so in dieser Betrachtung Eins zu eins Versucht haben Also die gar keinen Mehrwert In ihr Gedicht So mit hineingepackt haben Also wirklich ganz viele Texte Auch die So was rein Abbildendes haben Und das war dann Doch auch Oft eine Enttäuschung Wenn man so will Also das hat mich doch überrascht Dass das da Manchmal nicht mehr versucht wurde Und Was mich noch überraschen kann Nach 40 Jahren Was mich noch überraschen kann Einerseits Eine gute Entwicklung Eigentlich Dass die Gedichte Die Mit dem Was wir unter Lyrik Verstehen Auch wirklich nichts zu tun haben Sondern was Lyrik mit CK ist Und mit Ü Und eigentlich nur für die Bäckerblume poetelt Dass das vollkommen weggefallen ist Das Lyrikjahrbuch ist In den letzten Jahren Also kam Das hat sich irgendwie rumgesprochen Kam sehr wenig Von solchen Gedichten Die Ja einfach nur die Wirklichkeit Auf eine Platte Weise Einkleiden Und die Möglichkeiten Der Poesie Nämlich zwischen und hinter den Wörtern Etwas anderes heraufzuholen So nicht benutzen Zum Zweiten Hat mich Überrascht Im Laufe der Jahre Dieser Umschwung Von Deutlich Politischen Gedichten Hin zu Gedichten Die nach wie vor Politisch Argumentieren Aber das Auf sehr Eindrückliche Und möglicherweise Auch viel Glaubwürdigere Weise Ins Individuelle Spiegeln Was macht die Außenwelt Mit uns In der Innenwelt Oder wie Belämmert sie uns Oder Beflügelt sie uns Oder was auch immer Dieser Umschwung Vom Pendel Sagen wir mal Von dem Eher Predigenden Ich hab die Wahrheit Bis zu dem Sehr vorsichtigen Fast Timiden Mit der Wirklichkeit Und mit der politischen Wirklichkeit Umzugehen Das ist sicherlich Ein ganz großer Unterschied Von den Anfängen Bis jetzt Zum Zweiten Ja Bitte Darüber hinaus Merke ich auch In der Rückschau Wie viele Besondere Dichter Die ich sehr hoch Geschätzt habe Und schätze Vollkommen vergessen Sind Zum Beispiel Jemand wie Rolf Haufs Der hat bei Rowold Fünf oder sechs Gedichtbände Dann ist er Freundlicherweise Zu mir Zu Hansa gekommen Und dann haben wir Da weitergearbeitet Das war ein Weit unterschätzter Melancholiker Wunderbarer Lyriker Der Mit der Tradition Sehr genau Umgehen konnte Und das Das große Und das kleine Mönchengladbach Und die Welt Sehr gut Zusammenbringen Konnte Wir haben mal Um noch eine Kleine Anekdote Zu erzählen Die Die einem Die einem Natürlich auch Die ganze Aura von dem Mythischen Großen Gedicht Wegnimmt Erzählen Und zwar Wir saßen Rolf Haufs Und ich Am Tisch Und haben Sein Lyrikband Durchgenommen Dann gab es Immer mal Wieder Zeilen Die Nicht Recht Reinpassen Wollten Und dann Haben wir Damals noch Im Vorkomputer Zeitalter Die Schere Genommen Und diese Zeilen Rausgeschnitten Einfach Schnippschnapp Und dann Musste ich Zur Lektoratssitzung In den Verlag Und sagte Zu Rolf Wenn ich Zurückkomme Möchte ich Wünsche ich Mir von dir Aus allen Diesen Schnipseln Die Ürig geblieben Sind Ein Gedicht Und Es muss Ein Pinguin Darin vorkommen Ich kam Nach drei Stunden Zurück Und in der Tat Es war ein Wunderbares Pinguin Gedicht Entstanden Aus Den Schnipseln Wie der das Gemacht hat Ein Rätsel Irgendwie hat ihn Die Muse Dreimal geküsst Und das Buch Ist dann auch Das Gedicht In den nächsten Band Reingekommen Sehr herrlich Also Lektoratsarbeit Als Collagenarbeit Sozusagen Das ist auch Sehr schön Sehr gut Ja was ich Also ich finde Es lohnt ja Wirklich immer dieser Blick in diese alten Jahrbücher Wie du sagst Viele Stimmen Sind total vergessen Und was mir auch Aufgefallen ist Viele Die man heute Als Prosa Autoren Als RomanautorInnen kennt Also Rolf Lappert Katja Lange Müller Und wer es mir noch begegnet Gert Lohschütz Die waren alle mal mit Gedichten Im Jahrbuch drin Und ich weiß gar nicht Und möchte so viel Romano brauchen In den Startlöchern Zu lassen Das wäre für den Verlag Und die entsprechende Und die entsprechende Namen einen nicht mehr Dass ein Lyriker Dann sagte ich Dann sagte ich zu ihm Lieber Christoph Und wünsche viel Spaß Und winke Nora nochmal Ganz herzlich zu Danke Carolin Und herzlich willkommen Nora Wir haben im Jahre 2015 Zusammengehockt Wenn ich es richtig erinnere War das in Frankfurt Ja Warum war es in Frankfurt Warum war es in Frankfurt Einfache Erklärung Der Zeitungskritiker Und Freund von mir Martin Lüttke Hat eine freie Wohnung gehabt Wo ich während der Messe Immer nächtigen durfte Die ganze Wohnung Hatte ich für mich Und konnte die Messe So gut überstehen Und im Anschluss An die Frankfurter Buche Konnte ich dann auch Da sein Und in aller Ruhe Und ungestört Mit dir Dieses Jahrbuch Durchventilieren Und alles was dazu gehört Dafür bin ich dem Martin Lüttke Immer noch Dankbar Und wenn es mal wieder Eine Frankfurter Messe Geben sollte Darf ich möglicherweise Da wieder nächtigen Aber du bist jetzt dran 1980 geboren Lebst in Bangenberg Tust da viel für andere Künstler Und hast zuletzt Zwei Gedichtbände Gab Moden Bei Vorland Und Quist Und die Gottesanbieterin Eben da Ebenso Und ich erinnere mich noch sehr gut Das Anliegen Wieder in Frankfurt Ich bin in einer Gym von jemandem Und ja Lese jetzt mein Gedicht Und bedauere Keinen Kollegen Keine Kollegin Vorlesen zu können Wie mein Lateinlehrer sagte T absolvo Oh je Und was ist die ordentliche Antwort dafür Wie schlimm Das kollektive Stillhalten der Füße Das kollektive Stillhalten der Füße Leert die Straßen Leert die Straßen Die Kommentarspalten füllen sich mit Erstaunen über Brot Vogelsang Nachbars Güte Das Seufzen über Kinder Und alle wollen sich merken Was sie derzeit Nein Genau jetzt Fühlen Um in Zukunft Bessere Menschen Bessere Eltern Und Arbeiter zu sein Der Planet soll spüren Dass wieder Dass wir Wiederwillens sind Eine Schicht aus Mindestens Guten Absichten Um ihn zu krusten Oh diese Angst Diese stille Präsente Angst Wir sind Verzögerer von Natur Sind späte Retter Und weithin Verschlepper Nun diese Phase Des dasis verra Sie lässt uns das Fernmündliche Und nimmt den Kuss Das Küssen Lecken Die Frikative Die Plosive Und die Spucke Wir ahnten Dass wir einander durch Nähe Auch verrieten Folterten Und töteten Die Scheidungszahlen rechneten es vor Doch dass wir absichtslos Des anderen Vergiftung sind Wer wirklich Wer hätte es geahnt Denn die Ahnung Ist Sache Aller Tiere Ist Beunruhigung Im Sinn des Hundes Bevor ein Beben Seinen Herrn gefährdet Ist vor dem Sturm Der Rückzug Der Insekten Und ist vor der Mitternacht Das Fauchen Grauer Katzen Oh diese Stille Diese Stille Präsente Angst Poetisch Ungerecht Ist das Kinder Alte Und Sänger Schweigende Gefährden Denn wer einander braucht Wird voneinander Abgetrennt Mit der Strenge Neuer Kommandanten Der Pantomime In der Straße Wird als Der geduldete Typus Artist Im letztmöglichen Auftrittsort Verbleiben Der Leierkastenmann Darf Kurbeln Aber nicht mehr Sprechen Was seinen Akt Ad Absurdum Und klar vor Ohren Führt Erleiert Musik aus Ferne Wie körperliche Liebe Ist in Zukunft Mehr denn je Die Sache Der menschlichen Erfindung Und damit Von Geistern Die man Zwischenzeitlich rief Und nicht mehr weiß Wie zu entlassen Wo diese Angst Diese Stille Präsente Angst Ob ich die Eltern Ob ich die Neffen Ob der ersehnte Urlaub Ob das entgangene Geschäft Ob die geübten Rituale Ob die Momente Angereichert mit Berührung Ob die Natur Ob wir einander Ob die Zeit Ob Herz und Hände Ob neue Werte oder alte Ob Freiheit Ob neue Definition Ob du mich Ob ich dich Ob Angst Ob am Ende der Zeit Ob wir doch Und ob wir endlich Ob wir mutig Oder ob wir feig Ob ich je wieder lese Zu den Bedingungen Vor unserer Krönung Alle Fragen bleiben Ungefärbt im Ansatz Das Grau Wächst sich Von der Wurzel aus Das kollektive Stillhalten Der Füße Sorgt für Verstummung Der Gedanken Und so wissen wir Bestätigt An unsere Versen Ist seit Jahr Und Tag Geheftet Unsichtbar Selbst Für die Gedehntesten Summen Sehnsüchtiges Gefühl Und auch die Peristaltik Braucht den Gang ums Haus Um nicht vom Glauben an Bewegung Auch des Herzens Abzufallen Danke Liebe Nora Nach Frankfurt Merci Und hoffentlich Bis bald mal wieder Bei irgendeiner Lesung Danke Florian Kind Der das hier alles Mitorganisiert Merci Wir springen Von Frankfurt Nach Wien Vermute ich Zu Christian T. Klein Auch seine Vita Ist extrem Kondensiert Sozusagen Eine Brühwürfel Vita Geboren 1961 Lebt in Wien Herzlich Willkommen Christian T. Klein Sie haben das Wort Oder ist er noch gar nicht da So das Mikro sollte gehen Sehen Sie mich Nein noch nicht Ich habe zwei Also Moment Mein Video starten Das kleine Kamera Symbolchen Anklicken Unten links Ja aber es geht nicht Wieder starten gedrückt Wenn Wenn wie man So schön Auf Deutsch Sagt Die Technik Nicht Mitspielt Dann schlage ich vor Wir lauschen Anlächtig Denn zu verstehen Sind Sie gut Okay Gut Gut Das Video Symbol Sehe ich Aber ich kann es nicht Unmuten Sozusagen Also Gut Dann beginne ich mit dem ersten Gedicht Also mit meinem Das heißt Erwägungen Für Georg Escht Das Unwägbare Ist nicht Gewichtslos Eher Andersrum Selbst die Seele Wiegt Überschlagene 21 Gramm Und jeder Gedanke Hat das Gewicht Eines Tropfens Auf den Heißen Stein Dies Könnte ein Grund sein Weshalb Augenblicke Meistens Verdunsten Bevor sie Uns etwas Vom Wasser Erzählen Können Sich Verflüchtigen Beim Zusammenstoß Mit dem Vergangenen Oder Weshalb Einige Von uns Freiwillig Überglühende Kohlen Laufen Gleichwohl Ergibt Das Nahtlose Nacheinander Von Augen Aufschlägen Meist Eine Plausible Geschichte Eingewebt Ins Feinmaschige Netz Das Uns Trägt Und Gleichzeitig Fesselt Uns Anbindet An den Anfang Ans Ende Ans Ja Und Ans Nein Und An all die Anderen Vibrierenden Intervalle Und Das zweite Gedicht Das ich lesen Möchte Ist aus dem Jahrbuch 2020 Und Stand von Nadja Küchenmeister Und Heißt Rauperich Lange Lange Nicht Gesehen Rauperich Dein Gesicht War Immer Umständlich Bist Du Müde Sag Es Mir Nicht Dein Rücken Ist Erinnerlich Ich Schlafe Lange Dieser Tage Schlicht Schlichter Schlaf Wie Pelz Ein Bisschen Fürchterlich Kein Wort Soll Kommen Lippig Lange Nicht Gesehen Rauperich Ich Habe Aufgeräumt Geträumt Ich War So Wenig Lich Du Warst So Rauperich Nochmal Deine Briefe Gelesen Jedes Wort Vergiss Mein Nicht Aber Ich Habe Dich Vergessen Rauperich Du Mich Nicht Liege Ich Richtig Wer Aufräumt Der Begegnet Sich Wie Ungünstig Lange Nicht Gesehen Rauperich Fast Fühle Ich Mich Sonntäglich Als Mir Auf Den Finger Glitt Dein Finger Ich War Ich Ein Feilchen Unsäglich Dann Wieder Ich Das Gegenteil Von Rauperich Verstehe Ich Nicht Als Ich Mich Umsah Warst Du Da Was Sucht Mein Schuh Da Und Was Suche Ich Vielen Dank Nach Wien Sie Sehen Meine Damen Herren Sie Haben Es Gehört Man Kann Auch In einer Art Radio Wenn So Schön Vorgelesen Wird Höchst Aufmerksam Lauschen Ohne Dass Man Den Autor Sieht Vielen Dank Nach Wien Sehr Dann Habe Ich Das Vergnügen Katrin Niemela Entschuldigung Vorzustellen Sie ist Jahrgang 73 Lebt In Passau Und Hat Gedichte Veröffentlicht In Zeitschriften Und Anthologien Herzlich Willkommen Und Sie Haben Das Wort Ja Hallo Guten Abend Freue Mich Sehr Heute Dabei Zusein Es Ist Mein Erster Jahr Buch Beitrag Und Es Natürlich Wunderbar Heute Die ganzen Autor Ohren Zu Sehen Und Bei Dieser Großen Lesung Dabe Zu Sein Ich Werde Ein Gedicht Lesen Aus einem Paris Zyklus Paris Ist Meine Lieblingsstadt Im Moment Unerreichbar Und Dieser Zyklus Erscheint Auch In meinem Debüt Wand Der Im Herbst Bei Der Parasiten Presse Erscheint Parasitär Ist Auch Eine Zeile Aus Mein Gedicht Und Das Wirts Gedicht Ist Von Nadja Küchenmeister Und 2019 Von Ihr Ein Gedicht Vorlesen An Das Mainz Angeknüpft Hat August Sonntag Mit Balsack Wie Schläfrig Alles Wirkt Als Ich An Lamuet Den Zug Verlasse Paris Steht Träge Wie Ein Karpfen Im Wasser Rührt Sich Nicht Wartet Sich Von Fressen Zu Fressen Durchs Leben Zuweilen Gassi Gang Gras Rabi Schlaf Bei Balsack Der Sich Tot Gesoffen Hat Sagt Man Fünfzig Kaffee Kaffee Lang Die Arbeitsnacht Im Mönchs Gewand Aus Den Augenhöhlen Floss Tinte Die Cafetiere In Der Vitrine Das Also War Die Kanne Von Balsack Der Gehstock Bibliothek Niemand In 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 Kaffeekanne Gespiegelt Familien Und Objektive Die Menschliche Komödie Spielt In Gedachten Kathedralen Aus Steinen Die Beim Berühren Zerfallen Und Sich In Starbucks Bechern Sammeln Und Nun Folgt Nadja Küchenmeister Am Grund Niemand Wusste So Genau Wie Spät Es War Wenn Es Zu Spät War Ich Kam Zurück Ein Luftzug Nahm Mich Bei Der Hand Der Hof Erkannte Mich Wie Immer Ohne Zu Erwachen Glaubte Ich Vom Klingelschild Die Alten Namen Bein Kuhhahn Henke Rum Ich Lies Sie Trocknen Auf Der Wäscheleine Keine Wäsche Klammern Wo Eine Pfütze War Keine Pfütze Mehr Wo Keine Bäume Standen Standen Bäume Die Hecke Sprach Mit Mir Ganz Leise Ein Schatten Unter Der Tischtennis Platte Länger Als Ein Nachmittag Schien Nur Die Lebensdauer Der Laterne Jenes Schüppchen Haut Dass ich sich bitte den Einsendetermin Fürs Nächste Lyrik Jahrbuch Danke Dann Darf ich Ihnen Anna Hetzer vorstellen Herzlich Willkommen In unserer Großen Lyrik Runde Anna Hetzers Jahrgang 86 Lebt In Berlin Letzter Gedichtband Letzte Gedichtbände Stempelkissenbuch Subkultur 2017 und Kipp Bilder Im Verlags Berlin 2019 Sie haben das Wort Guten Abend und vielen Dank für die Einladung Ich lese zum einen mein Gedicht aus dem aktuellen Jahrbuch 2021 mit dem Titel Anatomie vielleicht kann ich kurz sagen dass es sich um eine kleine Studie handelt zwischen medizinischen und Begrifflichkeiten der Kunstwelt und im Anschluss werde ich aus dem Jahrbuch 2018 ein Gedicht von Dagmara Kraus lesen wo es um die Mehrsprachigkeit geht mit der sie sehr viel arbeitet und die mich in meiner eigenen Arbeit ebenfalls viel beschäftigt Anatomie Du meine perlenfingernde Nonne Oh Juna du meintest doch keinen Rosenkranz oder Eine Woolly Rose vielleicht wie Anne Sexton Eine wollene Rose die beim Öffnen ihre Falten zeigt Ein pelziges Tierchen das anders anders als eine Auster nicht im Kalk Gehäuse liegt eine Perle bebrütet oder von einer stumpfen Klinge gebrochen wird um sie dann mit Zitrone zu schlürfen auch 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 keine Schnecke obwohl schon eher Hermaphrodit etwas Süßes auch keine reife Pflaume keine halbgespaltene und jetzt geht es aber weiter sozusagen mit Mehrsprachigkeit und einem Gedicht von Dagmara Kraus mit dem Titel Satodas Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund mein Kind kau dir an der Kruste hier Muskeln annimm an Floskeln tuste gut daran tusteste zu meiden ah das wusstest du schon na dann Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund mein Kind die eine hockt noch schief im Rachen indes die anderen angenähte Tanten machen wie damals die aus Lisa Stara am Saalrand der Parada Rara Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund mein Kind sagst du Belier verbrauchst du zu viel Spucke meinst du wie Hure und zeigst aufs Regen Zuckeln und rührst dir was aus drei Familien führst Krudes in die Fleur de Lilien und setzt dort Wechsel Belgier aus Kuckuckskinder Bülbülschinder wie du Wörtchen aus drei Sprachen klaubst wie du Urkreol verschraubst was syntaktisch Syncu sich nie binden ließe Pfui du fiese Mutter Biest du Arge hast dein Kind betrogen um die eine Muttersprache alles dreimal dreimal Strache drei Satodas selbst tritt fels durchs Fehlerfach deine Zunge Kindlein splisst so quator ist äquator vielen dank und viel vergnügen mit der weiteren lesung ja ihnen vielen dank wir bleiben im sprach misch marsch beziehungsweise das ist ja das tolle von poesie dass sie gerne über die grenzen springt und mit anderen sprachen arbeitet ich darf begrüßen und vorstellen franziska bayern la lorette ich denke wenn ich hier richtig informiert bin dass sie in frankreich leben also in einer ganzen mannsprache 1977 geboren und zuletzt als gedichtband warteschleifen auf holz im zieten verlag 2015 herzlich willkommen und sie hat das wort ja kann man nicht gut hören super das ist schön also freue mich ganz sehr dabei zu sein freue mich wahnsinnig ich habe schon so viele Leute jetzt gesehen die die ich auch ein bisschen kenne schon einige und einfach eine tolle Veranstaltung ich lese als erstes mein Gedicht aus dem Jahrbuch in diesem Jahr das ist Endzeit und das spielt in der Tat in der Provence Endzeit unter brüchigen brauen kniet das Haus mit zugezogenen Augen es braut sich was zusammen drin der Feigenbaum wächst und gedeiht greift über aufs Dach die untreue Quelle fließt nicht mehr Demeter ordnet nichts wirft nichts weg war mal die Unbändigkeit in Person geht heut gebückt als Mütterchen das sie nicht sein will trägt noch rot die fadenscheinigen Blusen laufen ihr ein Wasser wird nicht mehr warm auf ihren Tischen Reste von gestern rumen in halb gegessenen Nüssen auf ihren Büchern Staub verschluckter Epochen er tanzt nicht verdichtet sich hinter blinden angelaufenen Fenstern bleibt der Windberg verborgen sie war so stolz auf die Aussicht auf den Kamin den sie kalt lässt sehr selten setzt sie sich aufrecht unters Gebäck in Ziegel zwischen Räumen lernen Siebenschläfer stecken Köpfe mit wachen Knopfblick ins Zimmer flitzen wie Eidechsen an bröckelnden Mauern hinauf noch klopft kein Winter auf Holz jedoch im Sonnenofen hat es sich ausgekocht zu schwer sagt sie pfeift der Mistral ja ich wäre gerne wieder in der Provence aber das hat jetzt erstmal nicht geklappt bin jetzt in West Frankreich zu Hause aber auch nicht weit von mir ja und mein Gedicht was ich mitgebracht habe das ist aus dem Jahrbuch hier 2018 das habe ich mir extra noch besorgt für den Anlass und zwar dieses Gedicht von Johanna Hansen aus Düsseldorf die ist eine ganz wunderbare Dichterin und auch eine wunderbare Malerin und die habe ich entdeckt auf Poetry das es ja nun leider nicht mehr gibt also dieses Gedicht stammt aus einem Band der heißt Zugluft der Stille und mit dem Untertitel Schneeminaturen und das hat mir sehr sehr gefallen schon alleine der Titel und ich hatte da schon die Verwandtschaft gespürt irgendwie weil der Schnee auch bei mir eine große Rolle spielt aber ganz anders natürlich also ich lese das mal dieses weiße Rauschen ein und weiter nichts sagen als Schnee Luft als lieber am Ende nichts anderes nur dieses weiße Rauschen in den Ohren sie rieselten als rieselten unentwegt Flocken in jedes Wort das uns entfallen wird und an das Ausmaß eines Fiebers bei Windpocken erinnert als wäre ein Schneeball eine letzte Handbewegung auf die Sonne stolz und jeder geschmolzene Gletscher ein belangloser Geruch als wäre es möglich gewesen noch mal von vorn zu beginnen und noch mal zum Vorschein zu kommen und blauäugig durch den ersten Schnee wie durch verschüttetes Milchpulver und die Stapfen hinter uns stürzten wie Kunstwerke aus Dominosteinen ein Herzlichen Dank und alles Gute nach Frankreich hoffentlich kommt ihr da schneller weg von dieser Pest die uns hier alle das Leben schwer macht sieht leider nicht so aus aber wir hoffen liebe Lyrik Freunde Autoren Autorinnen weiter in unserer wunderbaren Lyrik Gala geht es mit Wilfried Happel den ich hier herzlich begrüße seine Biografie ist kurz 1965 geboren lebt in Berlin vermutlich correct me if I'm wrong ist das die erste Veröffentlichung in einem Buch die erste Lyrik Veröffentlichung stimmt das ja erstmal hallo es ist ja in einem so tollen Buch würde ich sagen ja die erste Lyrik Veröffentlichung in Zeitschriften habe ich schon veröffentlicht in in den frühen 90er Jahren in Batteria und im Literaturboten also Literaturzeitschrift und Anthologien gibt es mich schon als Lyriker ja das können Sie nicht gut hören ja danke also ja okay hallo ja wir hören Sie ja ich kann also etwas mit Unterbrechungen aber kann ich schon anfangen ich denke das losgehen ja okay ich hoffe das funktioniert jetzt technisch also okay so erst mal schönen Dank für die Einladung und für die Auswahl natürlich hat mich sehr gefreut dass ich hier in diesem Lyrik Jahrbuch vertreten bin ja ich lese zwei Gedichte das erste ist von mir aus meinem Manuskript die Höflichkeit der Schatten und ein zweites Gedicht mit dem Titel Sibirisches Gedicht von Michael Angelmi und ich habe diese beiden Gedichte oder das zweite Gedicht ausgewählt erstmal weil ich es auf den ersten Blick und auf den zweiten Blick dann noch mehr richtig toll fand und weil es so ganz anders ist als mein Text also weil dieses Gedicht von Michael Angelmi so in aller Kürze auch wie mein Text auch sehr kurz ist aber also so richtig mit Vers Reim und Strophe ganz starke Bilder erzeugt die ich einfach hier in diesem Rahmen auch gerne präsentieren möchte aber ich beginne mal mit meinem eigenen Text aus die Höflichkeit der Schatten alles sei viel einfacher alles sei viel einfacher als befürchtet hier geht ein Licht aus und im Haus gegenüber geht ein anderes Licht an mehr ist es nicht dies könne er bezeugen sie hat sich umgedreht ist gegangen und nicht zurück gekommen als hätte sie den Ort ihrer Sehnsucht gefunden als sei ihr mit einem mal eingeleuchtet dass die Angst ein Irrtum war wie wenn der Hund Beute wittert und von der Leine gelassen Fährte aufnimmt er hat ihr hinterher gesehen wie sie die Straße überquert und durch das Hoftor geht auch der Hund kehrt nicht zurück und Michael Angelmi Sibirisches Gedicht den Eltern nicht zu sagen dass wir nach Japan wollen denn ob im Winter wagen Spagate auf den Schollen seit wir es wissen durften dass drüben Inseln liegen mit reich beflagten Burgen die ihren Willen kriegen und wenn die Platten beben wie Mascha beim Ertrinken stolz ihre Wimpel heben und eigensinnig winken Vielen Dank Ja Ihnen vielen Dank und auch für Sie vergessen Sie nicht den Einsendetermin fürs nächste Lyrikjahrbuch Ich habe jetzt das Vergnügen Ich denke dran Sehr gut in den Kalenderschreiben bitte Julia Trompeter herzlich willkommen Wir haben uns zuletzt gesehen in Düsseldorf in der wunderbaren Buchhandlung Müller und Böhm Ja Und da hast du den Lyrik Debutpreis bekommen was mich damals sehr gefreut hat und immer noch freut Schön dich wiederzusehen Herzlich Willkommen Jahrgang 1980 der letzte Gedichtband zum Begreifen nah bei Schöffling 2016 erschienen und ich vermute dass du wieder an Neuem brütest Das stimmt Ja Brüten genau You have the word Ja Danke Also ich lese mein mein Gedicht aus dem aus dem aktuellen Band zuerst und dies Geringelte Ja Nichts Geringeres als dies und das Gekringelte Lungen Summen versunken die singen davon was gelungen ist Ja das Gedicht ist eine kleine Hommage ans Geringelte und an den schönen Buchstaben HMS und hat mich sozusagen grob oder hat für mich eine Wahlverwandtschaft nahegelegt vielleicht an ein kleines Gedicht von Oswald Egger in dem Jahrbuch der Lyrik 2018 das heißt mein in sich dichtestes Gedicht und ist auch ziemlich ringelig muss ich sagen und das das fand ich super und es hat mich auch darüber hinaus noch gereizt für den performativen Vortrag sozusagen ja mir das mal anzugucken und ich habe das ein bisschen auch als eine Partitur gelesen und ich bin natürlich überhaupt gar keine Musikerin aber ich habe ein Glockenspiel zu Hause und ich möchte jetzt dieses schöne Gedicht von Oswald hier live performen ich hoffe ich verspiele mich nicht also sie müssten mir das dann natürlich nachsehen bis zum bis zum bis zum bis zum Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, dass ich heute dabei sein durfte und noch schöne zweieinhalb Stunden oder so. Ich bin schon seit 18 Uhr dabei und es hat mir total gut getanzt. Ein Jungbrunnen nach anderthalb, nach einem Jahr Sendepause gleich mal alle wieder zu sehen. Also super schön. Vermutlich ist dieses Gedicht Kalken, Mergeln, Gibson sein erstes in einem Buch. Stimmt das? Das Gedicht ist das erste in einem gebundenen Buch, neben zwei Romanen, aber das erste Gedicht. Herzlich willkommen und Sie haben das Wort. Danke. Also es wird bald ein weiteres Gedichtebuch geben mit vielen Gedichten. Das heißt Handbuch der Pflanzenkrankheiten und erscheint in zwei Wochen bei Heimon. Und das Gedicht aus dem Jahrbuch, mein Gedicht, das ich jetzt lesen möchte, handelt von einem Wochenenddienst und ich lese es hier im Abend wenige Stunden vor einem Wochenenddienst. Kalten, Mergeln, Gipsen. Verordnung für die kommenden Tage. Der Kalk ist regelmäßig bei windstillem Wetter mit der Schaufel aufzutragen. Es gilt, ihn vor der Anwendung zu lüften. Er löscht sich nicht von selbst. Wochenende, wir kalten, Mergeln, Gipsen. Im Allgemeinen ist man dankbar. Als kalkfeindlich gelten nur Sandklee und Lupinen auf Zimmer 9. Vor zehn Jahren habe ich mir einen Topf mit mehreren Kilogramm voll Gersten und Weizenkorn gekauft, um dann meine Hände hineinzustecken. Und dies alles, um einen Absatz aus einem Gedicht aus dem Jahrbuch 2011 besser nachvollziehen zu können. Ist eines meiner Lieblingsgedichte, ist von Lutz Seiler und heißt Alles von mir. Alles von mir. Gab's eine Zeit, als ich ganz langsam mit den Ohren aus dem Regen kam, Regen sah und Regen denken konnte. Wie Götter des Öls krochen die alten Motoren hinter dem Hügel hervor und die Ernte begann. Ich steckte meine Arme tief ins Korn. Ich presste die Saat zwischen den Fingern und musste meine Augen schließen. Vom Balken hing ein dünnes, abgeschöpftes Fett, auf dem die Toten Fliegen schliefen und in der Hohlform der Wände schwebte ein Kind, das mir vorsprach. Es wusste alles von mir. Herzlichen Dank. Gehen nach Österreich. Wir machen weiter mit Lars-Avid Brischke. Herzlich willkommen hier. Wir sehen ihn noch nicht, aber wahrscheinlich gleich. Guten Abend, Lars-Avid Brischke. Jahrgang 1972. Lebt in Berlin. Letzten beiden Gedichtbände. Flügelzeug. Als E-Book und bei 120-Millimeter-Books 2015. Und dann, wer fällt schon aus der Welt? Edition Art Science 2020. Lieber Lars-Avid Brischke, Sie waren ja schon häufiger in den Lyrik-Jahrbüchern. Schön, Sie heute Abend hier zu haben. Herzlich willkommen und it's yours. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und für die Vorbereitung dieser umfangreichen, mit vielen guten Kolleginnen und Kollegen durchgeführten Lesung und auch Marathon-Lesung. Ich bin auch seit 19 Uhr dabei und freue mich, dass ich so viel gebündelte Lyrik auch hören und die Leute dazu sehen kann. Wenn man jetzt auch selber was lesen kann, aus dem diesjährigen Jahrbuch der Lyrik, mein Gedicht Genese einer Genesung. Alles wird wieder herangesoomt daheim. Gebliebene Geliebte stecken sich die nächste Zigarette an. Ein Risiko, das sich der wissenschaftlichen Ortung entzieht. Bildet Antikörper, bevölkert die Balkone und zoomt euch rein und schnell wieder raus. Beifall oder Beischlaf, vieles kann, nichts muss, beides sollte zu machen sein, bevor wieder zugemacht wird. Bevor die Wertschätzungsketten ununterbrochen sind und sich nicht anstecken lassen von Zahlenmagie, rein rausgezoomt und durch, immunisiert wie nie zuvor, wird alles wieder. Und bei der Überlegung, welches Gedicht ich noch lese, ist mir eigentlich relativ schnell dann auch eingefallen oder wieder ins Bewusstsein gekommen, dass Barbara Köhler dieses Jahr gestorben ist, was auch im Jahrbuch dieses Jahr vorne drin stand, zum Gedenken. Caroline Kallis hatte ja vorhin schon ein Gedicht zum Gedenken gelesen und ich möchte auch eins lesen, ein anderes aus dem Jahrbuch der Lyrik 2006, damals von Norbert Hummelt, mit herausgegeben. Und das heißt Nelken. Barbara Köhler, Nelken. Ein naives Parfüm, keiner dieser raffinierteren Düfte, die vergessen machen, betäuben, berauschen, keine ästhetische Anästhesie, eine ungewöhnlich gewöhnliche Blume der Erinnerung an 60er Jahre Vasen, 1. Mai Demonstrationen an eine Illusion, eine Revolution, eine frisch gewaschene, geschrubbt und gebügelte Kindheit, rosig-weiß-rot, eine Glashausblume, seltsam künstlich und leicht zu brechen an den Knoten, aus denen die Blätter trieben, spitz und schmal aus dem Pionierknoten, die blauen Halstuchenden, eine zerkaute Spitze, mal links, mal rechts, mal mir eine Nelke, Spuren am Buntstiftende von Zähnen, den Patronenfüller, durchgenagt, ein Loch wie eine gezahnte, saubere Blüte, rotknisternde Plasteblüte mit Solimarke, wirklicher als echt, ein wirkliches, solides Rot, vollkommen künstlich. Das war ja nicht nur eine Illusion, eine Revolution, aber die zu schön war, so hoffnungslos schön, wie es nur lusitanischen Losern gelingt, die ihre und anderer Träume so zu würdigen wissen, der Tod nur ist wirklich alles andere, kann man auch sein lassen, damit es mehr davon gibt, von Träumen, von Nelken, die riechen, nach Wäschestärke und Herrenfriseur, nach weißen Laken, die noch auf der Wiese bleichen, von Hand, ausgebessert, mit einem blassen Faden gestopft, ein Loch in den Erinnerungen, ein naives Parfüm. Vielen Dank. Herzlichen Dank nach Berlin, Lars-Avind Brüschke. Und sehr schön, dass Sie nochmal an Barbara Köhler erinnert haben. Als letztes in dieser Staffel darf ich Mirko wenig vorstellen. Jahrgang 1977 und wenn die bio-bibliografischen Angaben stimmen, ist das Gedicht das erste, was in Buchform erscheint. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht so ganz. Gott sei Dank. Es sind schon in einigen Anthologien die Texte erschienen. Ich meine keine eigene, keinen eigenen Gedichtband. Nein, leider noch nicht. Na, kommt noch. Sie haben das Wort. Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Sag schon mal vorneweg, ich bin super aufgeregt, werde sicher viel zu schnell lesen. Und habe mir zwei Texte ausgesucht. Eins aus dem aktuellen Jahrbuch und ein aus älteren Jahrbüchern. Sind beide leicht biografisch gefärbt, spielen beide in meiner Heimat Zäulenroda, einer austüricher Kleinstadt. Und ich sag schon mal, da geht es auch schon ganz schön zur Sache. Der erste heißt Rittstadt Friedenshöhe. Ein Hügel liegt nördlich der Stadt und hier, so wird erzählt, soll den Sünder ihre Schuld abladen. Das letzte Mord gesöhnt an dieser Stelle. Die Frau des Handwerksmeisters schlug ihrem Mann einen Nagel in den Kopf. Dies berichtet F.L. Schmidt, Kronis der Stadt. Berichtet auch vom Ende der Mörderin. In eine Kuhhaut eingenäht, so schleifte man sie zum Richtplatz. Dort wurde sie aufs Rad geflochten. Galgenberg Friedenshöhe, von hier aus auch beobachtbar. Der Einsturz der großen Brücke. Damals im Jahr 1973. Vier Arbeiter starben unter Beton. Und würde man die alten Leute fragen, sie erzählten wohl. Der Tod kam als müder Tourist, schwer die Treppen aufsteigend, zog sich am Gelände rauf, schoss noch ein Foto und machte sich wieder zum Absturz bereit. Zweite Gedicht ist im Jahrbuch der Lüriq 2011 erschienen. Das war mein erster Beitrag, den ich im Lüriq Jahrbuch veröffentlichen durfte. Biografischer Hintergrund. Als Kinder haben wir teilweise sehr oft in alten Autowracks gespielt, die irgendwo ausgebrannt im Wald lagen. Der Text heißt Wrack. Im Grunde war es immer derselbe Wald. Dieselbe Stelle, Gebüsch hinter der Datsche, ein ausgetrockneter Graben. Dort stand unser Wartburg, Schiff, Ufo und Panzer. Es gab keinen Zündschlüssel. Kurzes Stottern, Brummen im Mundraum. Dann ging es los, musste in die Gurte angelegt werden. Fahr nicht zu schnell, du hebst gleich ab. Nach Öl stank es, nach Benzin und Tarts. Sitzpolster aufgerissen, wir hielten das Lenkrad umklammert. Und die Lachse im Wasser, die tödlichen Strom schnellen, die wilden Bären. Auch der Hund musste mit, wir fuhren ins Wienenfeld. Alle Helme aufsetzen, Schokolade half gegen Raketenbeschuss. Dann schoss uns der Gegner das Heck weg. Räder hatten wir schon lang nicht mehr. Die Türen brachen aus dem Rahmen. Jemand brachte ein zweites Lenkrad mit. So konnten wir uns aufteilen, den Feind einkreisen. Umzingelt zur nächsten Richtungsentscheidung. Die einen fielen raus, die anderen gingen zu Fuß weiter. Im Grunde war es immer derselbe Wald. Ich bedanke mich. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mitmachen konnten, dabei waren. Und alles Gute für das nächste Lyrikjahrbuch. Bitte nicht vergessen, einzuschicken. Danke. Bevor wir in die nächste Runde mit Carolin wiederkommen. Genau, darf ich sozusagen als Sidekick, lieber Christoph, es gab den Wunsch der Technik, auch eine kurze Pause noch mal einzulegen. Weil wir kommen ja jetzt langsam hier in den Nachtbereich. Ich freue mich auch, in der nächsten Stunde werden wir endlich uns auch dem Kapitel nähern, in die Nachtöffnung und über Einschlafessays und weitere gute Dinge der Nacht sprechen. Aber was es dazu auch braucht, ist ein Glas Wein. Habe ich hinter den Kulissen gehört. Deswegen, wer jetzt noch schnell möchte, wir machen kurz Pause. Um zehn geht es um elf. Wir sind ja schon um elf Uhr. Wahnsinn. Um elf Uhr geht es weiter mit einem Glas Wein in der Hand. Und dann dringen wir tief in die Nacht ein. Genau, nicht schwächeln. Nicht schwächeln, nie. Genau. Okay, bis gleich. Und dann dringen wir tief in die Nacht. 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 Vielen Dank. 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 Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. auf den Schultern der Meere und sag mir, was denkst du, wenn die Sterne erloschen, wenn selbst die See ruht und alles um uns herum stiller ist als die Nacht, als die schwarzen Löcher über, in uns drinnen und alles verschluckt. Es ist schön, die Nachtstunde auch ein bisschen einzuleiten, ich freue mich da sehr. Ich bin ja auch ein Nachtvogel, also von daher passt es auch wunderbar. Das zweite Gedicht von José Olivier Schwarzmilan für Björn Heyer. Mein Vater ist gewandert auf dem Gotthard, nicht und doch verlog er sich die Arbeitshände unter dem fremden Schnee. Er sagte, es ist kalt, die Lügen kälter und Jahre später verlor er auch die Sprache ans gemachte Eis der Migration, einander schauernd, nein, einander er und seine Hände und stumm poliert die Frage, wohin bleiben wir? Danach war Tod und dort wirst du ihn finden, hier. Ich danke. Herzlichen Dank, lieber Raul Eisele. Toll, dass du dabei warst und wir können einfach überschwenken, tatsächlich in die Nachtöffnung hinein. Tristan Marquardt ist da. Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Tristan. Du bist 1987 geboren, lebst in München. Vielen, viele kennen vielleicht auch deine Veranstaltungsreihe, die du hast mit den drei, meine drei lyrischen Ichs. Heute wirst du wahrscheinlich ein lyrisches Ich mindestens dabei haben. Zuletzt erschienen von dir Scrollen in Tiefsee bei Cookbooks 2018 und du wirst uns lesen, Auszüge aus deinem Schlafkatalog und du bist tatsächlich jemand, der sehr gerne in diesen Katalogen arbeitet. Das ist eines in den Stilprinzipien und vielleicht magst du dazu ein bisschen was uns erzählen und was übers Schlafen erzählen. Hallo Carolin, hallo Internet. Ihr seid ja heute Abend schon zu Recht mehrfach gelobt worden für eure unermüdlich ausdauernde und unendlich zugewandte Moderation. Ich möchte das unbedingt wiederholen, aber ich möchte auch an dieser Stelle mal die Gelegenheit nutzen, das Publikum zu loben. Denn die Zuschauer und ZuschauerInnenzahlen sind seit 18 Uhr, ich bin immer wieder im Stream gewesen, habe versucht so viel wie möglich mitzubekommen, kontinuierlich hoch. Ich weiß, dass Menschen gerade sozusagen vom Freitagsspiel der Bundesliga kommen, hier um jetzt dabei zu sein. Das ist wunderbar. Ja, du hast es angesprochen. Ich werde einen Katalog lesen. Ich schreibe immer wieder Kataloge, in denen ich verschiedene Formen davon, wie Dinge möglich sind, denkbar sind, erfahrbar sind, zusammenfasse. Der jetzige Text handelt von den verschiedenen Möglichkeiten dessen, was wir alle tun werden, und wenn Axel Görlach dann kurz vor eins gelesen hat. Und das sind die Auszüge eines Schlafkatalogs. Einschlaf. Eine Art Schalter, der im Inneren liegt. Betätigt von mir ohne mich. Lässt sich aktiv nur suchen, nicht finden. Ihn umzulegen, ist Handlung als Handlungsverzicht. Etwas zu lassen, zu tun. Schafe in etwa zahllos zu zählen. Gedankenlos denken. Ausknipsen, mich schlaf an und dann stehen an der Schwelle zur diesnächtigen Gegend. Tiefschlaf. Phase, in der man, wenn der Schalter umgelegt ist, vergessen hat, dass es ihn gibt. Zu entrückt, wie man ist, vom Schlaf, weil Schlaf sich gesteigert hat. Erst schlief ich und jetzt schläft mein Ich. Folgt Tiefschlaf auf Einschlaf, war mein erster Schritt in der Gegend, mich auf der Schwelle schlafen zu legen. Kein Schritt. Erster Schlaf im Schlaf, erste der Nächte, der Nacht. Traumschlaf. Phase danach, Tage der Nacht. Aufwachen im Schlaf, die Augen sich reiben am Lied. Unwürdig Dinge wirklich erkennen, im Dämmern des Traumlichts. Ihr Kauern auf Verarbeitung lauern. Schlaf, der sie weckt. Traum für Traum wach macht, was sich in mir, als ich wach war, schlafen gelegt hat. Fetzen von gestern, Lafting vor Jahren zu Traumstoff verbunden. Mich derart verwickelt befinden. Rastlos verfolgen, was sich entspinnt. Lose Fäden, Knäuel an Handlungen, die mich behandelt. Deren Behandlung ich bin. Ausschlaf. Den Schalter umgelegt lassen, Schlaf, Schlaf. Alle Zeit sich nehmen, dass der letzte Abend der Nacht auslaufen darf. Abwarten, bis alle Gäste sich von sich aus verabschiedet haben. Phase, nach der man von innen aufwachen kann. Seltene Zeit. Bleibt sie aus, droht der Abbruch eines Traums. Verschlossen der Raum, in dem sich die offenen Traumenden stapeln. Verschlaf. Verirrt in den Phasen, keinen Zugriff zum Schalter mehr haben. Unfreiwillig ausschlafen, weil gesteigerter Schlaf sich gesteigert hat. Erst schlief ich, dann mein ich und jetzt schläft mein Schlaf. Halbschlaf. Den Schalter zur Hälfte nur umgelegt haben, weder an- noch ausgeknipst sein. Bei dem, was man sieht, nicht wissen, worauf Traum, worauf Wachlicht liegt. Die Sicht driftet, das Bewusstsein auf Kipp. Nicht mehr, noch nicht fähig zu steuern, welche Dinge im Gedankenstrom treiben, aber sie und sich zu lenken in ihm. Schwimmen im Unbestimmten. Halb ich, halb bei mir, nur zu halben imstande. Sich aufstehend hinlegen, keinen Halt haben, aber sich halten darin. Wachschlaf. Variante von Halbschlaf. Schlafen, ohne eingeschlafen zu sein. Weiterschlaf. Variante von Ausschlaf, aktiv, oder Verschlaf, passiv. Beim Aufwachen, eingeschlafen zu sein. Sekundenschlaf. Variante von Einschlaf, möglich als Folge von Wachschlaf. Erst beim Einschlafen einnicken, dann beim Einnicken aufwachen. Seine kürzeste Form, Aufschlaf. Vom Einschlafen aufwachen. Dankeschön. Danke dir, lieber Tristan. Danke. Es ist so schön, irgendwie immer wieder in eure Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder Büros vielleicht auch hinein zu blicken. Ich dachte es. Sehr schön. Also einen schönen Abend noch dir. Und wir schlafen alle nicht ein. Wir bleiben noch ein bisschen dabei und gehen weiter zu Ruta Dreyer. Ich glaube, die Jüngste, die heute Abend liest, auf jeden Fall ist sie 2002 geboren, lebt in Göttingen und Hannover. Und wir sind ganz froh, dass sie mit ihrem Gedicht Gezeiten in unserem Jahrbuch mit dabei ist. Herzlich Willkommen, liebe Ruta Dreyer. Ja, vielen Dank. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr große Ehre für mich, dass ich hier dran teilnehmen darf, neben so vielen Lyriker, die schon so viel Erfahrung haben. Und es ist auf jeden Fall auch total toll, die ganzen Gesichter zu sehen, hinter den Armen einfach. Ja, es ist auf jeden Fall eine große Ehre für mich. Ich freue mich sehr. Ja. Genau. Und Gezeiten. Heißt mein, ähm, Gedicht. Gezeiten. Und ich bete dafür, dass du sammelst, dass du Folgendes sammelst. Handschuhabbrücke auf feuchten Gesichtern, die Ecken von französischen Büchern, abgenagte Leinwandstaffeleien, Leuchtreklamen, Leuchtreklamen zwischen deinen Schenkeln. Ich bete dafür, dass du sammelst, und dir auffällt, dass du strandest. Und ich bete dafür, dass du anfängst, Ebbe und Flut zu unterscheiden. Ich habe da noch ein Gedicht rausgesucht aus dem letzten Jahrbuch der Lyrik, also von 2020. Ich glaube, mein Laptop war jetzt so gut. Das ist von Martina Weber. Das hat keinen Titel. Und ich fand es irgendwie sehr interessant. Es hat mich sehr angezogen und alles so ein bisschen so eine Geschichte erzählt, auf eine Art. Und vor allem die letzte Teile fand ich irgendwie sehr ansprechend oder sehr interessant. Ja, dann werde ich das jetzt vorlesen. Und es war zehn Grad kälter geworden. Abgeblättert die Farbe vom Himmel. Die Brücke immer noch in Camouflage. Es sind blass gewordene Flechten. Starre Gestalten, die man hier an den Ästen entdeckt. Kinder mit Masken von Tiergesichtern in sepiafarbener Landschaft. Im Kosmos lauschen den Messinstrumenten, der Schrittfolge eines weißen Pferdes im Schwarzlicht. Nebeneinander gelegte Röntgenbilder, oszillierende Bänder, ein Flimmern. Es ist etwas in diesem Licht, das die Körper zum Verschwimmen bringt. Vielen Dank. Ich freue mich, sehr dabei zu sein. Vielen Dank. Dankeschön fürs Vorlesen und fürs Raussuchen und fürs Dabeisein. Dankeschön. Und wie gesagt, am 30. Juni ist wieder Einsendeschluss fürs nächste Jahrbuch der Lyrik, also das Jahrbuch der Lyrik 2022. Da geht es weiter und wir machen hier weiter mit Mara Daria Kojukaru. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, liebe Mara. Dich ganz kurz vorgestellt. Du bist 1980 geboren, lebst in München und London und zuletzt ist dein Gedichtband erschienen anstelle einer Unterwerfung, wobei es nicht ganz, es gibt noch einen ganz, ganz kleinen Band. Da musst du vielleicht den Titel selber nochmal sagen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Siehst du mal? Alle Register. Alle Register, das war's. Unterbanen und Reidelberg. Bei Hochrot Heidelberg. Und auch sehr sehenswert finde ich dein Lyrikschau-Fenster beim Haus für Poesie. Da gibt es so Videoclips, wo man sich mit anderen Gedichten auseinandersetzt und wir haben es ja hier heute von Wahlverwandtschaften zu anderen Gedichten und da beziehst du dich auf Les Mary, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, und sein Fledermaus-Gedicht. Also auch sehr sehenswert. Aber ich bin gespannt, was du heute noch mitgebracht hast und vor allem auch, dass du uns dein Gedicht aus dem Jahrbuch präsentierst. Ja, vielen Dank, Caroline. Schön, dich mal wiederzusehen nach so langer Zeit. Genau. Ich bin hier im Wohnzimmer auf dem Boden. Das ist ja auch schon später. Ich kann weinen, kein Glas Whisky dabei und darf aus dem diesjährigen Jahrbuch einen Text von mir vorlesen, der aus einem Zyklus kommt. Da geht es immer um Begegnungen mit Tieren, die dem Menschen auf eine gewisse Art und Weise vielleicht zugewandt sind oder helfen können. Und in diesem Fall ist eine Notiz zu einer mir dann im genaueren nicht bekannten Karpfenart, deswegen Notiz zu Kyprimide XX, entstanden im September 2019 und da gibt es dann die genaueren Daten, wer das nachschlagen möchte. Aber der Text selbst geht so. Das Quetschwerk in meinem Herzen treibt mich alten Backfisch in Hungerform an stillgelegte Orte. Hier ist noch was. Von Jugend mehr sömmerig die Erinnerung. In der Kiesgrube zum Beispiel die Nachfahren der Enten, die wir damals nur gestört haben, putzen sich im Schilf Schatten wach. Heute kenne ich ihre Namen, ihre Wunder. Es ist ein Schmatzen in dem ganzen Teich, zwischen den tausend Blättern, die wir unbeschrieben lassen werden. Ehrige Erklärungslosigkeit, ich gehe in die Knie. Ein heller Fisch kommt aus dem Dunkel des Grundwassers geschwommen, als ob er mir was sagen. Wir haben den Moment erkannt. Ich werde diesen Lichtkarpfen nicht verraten. Jetzt breitet sich schon wieder Hoffnung in mir aus wie ein Neozorn. Und ich laufe vorbei an der Stelle, wo wir jung und schleierhaft gezeltet haben. Dort stehen goldroten nun hohe Wache auf das nie wieder her ein Mädchen sich derart verliere. Mitgebracht habe ich aus dem Jahrbuch 2009 einen Text von Anne Dorn. Bei Präsentationen des Jahrbuchs der Lyrik Anne Dorn zu lesen hat für mich jetzt irgendwie Tradition, deswegen habe ich ihn ausgewählt und ich finde sie ist einfach ganz großartig. Der Text lautet Partitur eines südlichen Februartages und versetzt uns vielleicht noch mal in andere oder mich in London jedenfalls in andere Gefilde. Nri, Nri, Nri. Durch die Atmungslöcher im Schnabel Gipfiffen die Liebesbriefe der Türkentauben sich steigernd am Steilhang im Silbergrau der Olivenhaine das Gesirr und Gezirpe vom Dröhnen vom Dröhnen des Lichtes die Felsen sicher wie alle Träumer säumen kühlgrüne Pinien den First der Klüfte in der Hohlhand der Felsen goldbraune Häuser unter unter vom Alter geschwärzten Balken geben sie Menschen Eulen und Schwalben Unterkunft speichern die Tonart der Sprache leises Glöppeln von Lämmern und Ziegen Hahnenschrei und Gebell obendrein heute mein Stolpern als kleiner Beitrag der kecke Schritt der Synkope Vielen Dank Danke dir Mara Habt ihr das einstudiert dass der Hund wirklich zum Bällen ins Bild kommt? Ja genau Perfekt Gut Jetzt gibt's Leckerli Ja jetzt Hat mich gefreut Danke dir Mara Schönen Abend noch und danke fürs Lesen Wir wachen weiter mit Markus Neuert den ich hier oben zumindest schon mal in der Kachel sehe und vielleicht mag er sein Video auch noch anschalten wenn das gelingt Hören Sie mich lieber Herr Neuert Oder? Ja da ist eine Stimme genau jetzt höre ich sie schon mal schaffen wir es auch ein Bild zu bekommen Ich versuche hier auf Video starten zu gehen aber es funktioniert leider nicht Okay hatten wir vorhin schon einmal Dann bleibt uns zumindest nur ein kleines Sie zu hören Aber das ist ja auch wunderbar Ich stelle Sie erst einmal hervor Herr Neuert und dann lauschen wir Ihnen ganz gebannt Also Sie sind 1963 geboren und leben in Minden in Westfalen und es gibt von Ihnen die letzten beiden Bände Abendlandkonserve im Verlag Fidel das war 2005 und das Irrefahrtenbuch ein sehr schöner Titel finde ich Irrefahrtenbuch im Free Pen Verlag 2015 und wir hören ganz gespannt Ihren Gedichten und Ihrer Auswahl zu Ja das tut mir jetzt sehr leid dass man mich nicht sehen kann ich weiß jetzt wirklich nicht woran es liegt bei mir sieht es eigentlich alles so aus als müsste es richtig sein aber ich kann es ich kann es offensichtlich nicht einschalten Manchmal sind das auch so Updates von Zoom die man vielleicht nicht gemacht hat oder solche Dinge im Hintergrund glaube ich jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich schwerlich zu beheben sind ich versuche es jetzt einfach also Hauptsache man hört mich genau das Gedicht aus dem heutigen aus dem diesjährigen Jahrbuch heißt knöcherne Fistel flöten kreischen Ihr habt doch wohl alle die Locken frei stehen Freunde Nein niemand kriegt mich hinter dem elektrischen Ofen hervor Dass ich manchmal frenetisch klöne hat nichts mit Redegewandtheit zu tun Ich bin nur ein phonetischer Enkel der großen Rhetoren Nein außer es winkten köstliche Fernen und es hingen eh schon ein paar Elektronen schief Dann würde ich vielleicht den Zipfeln meines Rockes entfliehen ins blendend Helle Ihr habt doch wohl alle die Locken frei stehen Bei solch starker Schneereflektion darf es doch nicht an Trockeneis fehlen Ich soll eine Konifere schelten dafür dass sie keine Fleckenhortensie ist und auch kein Heckenrosenfilet Beständig höre ich Flöten kreischen und durch die Kabel des Telefons kriechen Verwachsungen wie eine knöcherne Fistel Im Aquarium schwimmen Nelkenrote Fische Bauch oben Und ich soll nun Haie hüten und Rochen festkeilen für euch Ihr habt doch wohl echt alle die Locken frei stehen Freunde Soweit dieses und ich habe noch ein Gedicht mitgebracht aus dem Jahrbuch der Lyrik 2015 von einer lieben Kollegin aus Bielefeld und die heißt Elke Engelhardt und das Gedicht heißt In der Stadt in der ich lebe In der Stadt in der ich lebe werden die Hunde sehr alt Die Dichter schreiben mit Bleistift und glauben an die Heilkraft der Wälder Selten liest jemand mehr als die Schlagzeilen in den Gesichtern der Vorübergehenden Einer gibt dir deinen Namen und ein anderer ruft ihn als wenn er dich kennt Ich bin die Frau mit der Hasenscharte die immer bei Rot über die Ampel geht Ich hänge am Leben Das hängt an einem rostigen Nagel Vielen Dank Vielen Dank lieber Neuert Merci Und das nächste Mal sehen wir Sie bestimmt auch Danke für den Ton auf jeden Fall und fürs Lesen Merci Wir gehen weiter nach Leipzig Jan Kuhlbrot ist in der Leitung Ich sehe ihn schon Hallo lieber Jan Schön dass du dabei bist Hallo Dass du dich zuschaltest Wunderbar Auch zu dir sage ich zwei drei Sätze in der Kurzbiografie die auch hinten immer in den Jahrbüchern drinsteht Also du bist 1966 geboren lebst in Leipzig und zuletzt sind von dir erschienen das Kaiseralbum Chorelle und Kantate im Verlagshaus Berlin und die Rückkehrt der Tiere das war im letzten Jahr auch dort 2020 und ich glaube Jan kann es sein dass Sabines Show hinweist dass wir unbedingt diese Lesung machen sollten diese Langzeit Lesung in deinem Facebook Unterbaum zum Thema wer ist drin im Jahrbuch wer ist es nicht und so weiter war das so erinnerst du dich auch so das das kann das kann durchaus sein weil Sabine und ich wir haben doch öfters solche Kommunikationen öfters solche kommunikationsverzweigten Bäume untereinander sehr schön also auch dir herzlichen Dank dafür dass es da zu kam und du hast uns die Birnen mitgebracht wir haben ja noch ein Birnen Gedicht tatsächlich im Jahrbuch von Kenna Kusanit da geht es aber mehr in Richtung Rebek bei dir geht es so ganz anders hin ja bei mir geht es zur Urgroßmutter genau deine Bühne ja also ich lese jetzt das Gedicht Birnen das ist nicht sehr lang und ich bin auch stolz dass meine Gedichte immer kürzer werden früher waren die so ewig lang aber mittlerweile für das nächste Jahrbuch schicke ich nur noch zwei Zeiler Birnen die eingekochten Birnen meiner Großmutter Marga eigentlich hieß die Margarete waren köstlich und Marga hatte drei Geschwister zumindest sind mir ihr Bruder Ralf und ihre Schwester Ruth noch bekannt und die kleine Monika die den Krieg nicht überlebte meine Urgroßmutter fand so hieß es in der Familie wenn es um staatliche Unterstützung ging gern noch das eine oder andere Kindlein hinzu sie sei sehr überzeugend gewesen und jetzt lese ich noch ein Gedicht von Eugene Ostaschewski der in Amerika lebt aber ich glaube in Petersburg geboren wurde also auch Evgeny Ostaschewski heißen müsste und auf Deutsch dann Eugen aber hier steht Eugene Ostaschewski das Gedicht heißt 16 und ich habe es ausgewählt weil mir sein Band der bei Kuckucks mal vor ein paar Jahren erschienen ist vom Piraten der den Wert von Pi nicht kennt sehr 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 gut gefallen hat und da kam ein Papagei drin vor und in diesem Gedicht kommt ein Kagado drin vor also Eugene Ostaschewski 16 ich sang unbändig von Händen vom Siegen und Kriegen ich sang sanguinisch vollblütig sang singulär ohne Salär meine Sprache aber gebrochene war sie in einer Bruchbudel es gelang nicht wie ich sang langte nicht hin ich denke das mit dem Desinteresse einer Tasse kein Lied sang was mein Ich zu hören verlangt nun ist es ein Mann in mittleren Jahren oh Lied wo ist dein Glied Poesie ist was für Kinder Poesie ist Poesie sagte Kakadu was soll Poesie uns sagen sie soll uns sagen wer wir sind und was wir denken sie soll sein eine sichere Scholle selbst als Eisbrocken im brackigen Wasser sie soll erschaffen ein Du ein Ohr und sollte ein Ohr nicht sein ein Mund ja wir wollen Worte die Münder machen das war das Gedicht und das hat aus dem amerikanischen englisch übersetzt die Uliana Wolf also habe ich auch noch ein Gedicht von Uliana Wolf vorgetragen vielen Dank sehr gut zwei Fliegen mit einer Fliege oder zwei Klatschen mit einer Fliege oder wie man auch sagen will danke lieber Jan während deine Gedichte immer kürzer werden meine immer länger ich weiß auch nicht es sind seltsame Gegenbewegungen ich bin gespannt ob du beim nächsten Jahrbuch einen Satz oder ein Wort einreichst wir werden es erleben eine gute Nacht bis bald ich freue mich als nächstes Hassoun El Scholi ankündigen zu können der 1983 geboren ist und in Hamburg lebt und zuletzt ist sein Band ich glaube es ist auch sein Debüt Band vielleicht kann er gleich dazu was erzählen jetzt bleiben Fragmente erschienen im AFAIA Verlag 2018 und ja ich freue mich auf die Lesung hallo und herzlichen herzlich willkommen das Mikrofon noch das Mikrofon anhören der Klassiker hören wir sie ja wunderbar da sind sie hallo caroline hallo danke ja jetzt beim Fragmente ist tatsächlich mein Debütband im AFAIA Verlag erschienen 2018 und wir beide waren glaube ich nominiert für den Clemens Brentane Preis tatsächlich genau ja ich habe ein Gedicht mitgebracht aus dem aktuellen Jahrbuch der Lyrik es handelt vom Wetter vom Schweigen und vom Verschwinden und geht so vielleicht wieder über Kräne reden auf dem Weg über dein Schweigen in meinen Brustkorb summen darüber schreiben warum hier das halbe Wetter im Argen liegt und warum nicht wieder schwere Geschütze über diese Straßen über das Schlachtfeld fahren über die halben Tage aus Wolken über die tausenden Arten deine Art zu beschreiben nachdenken um doch wieder nur zu verstummen zur späten Stunde tief im U-Bahn schacht in deinem Schatten noch einmal Atem holen und sehen ich war hier aber wo warst du steht immer noch auf den Kacheln geschrieben das zweite Gedicht ist aus dem Jahrbuch der Lyrik 2019 und ist von Fahad Schaugi das handelt vom Sprachklang der Wörter respektive der Worte und was dieser Sprachklang mit dem Körper also mit dem Innen als auch mit dem Außen macht beziehungsweise bewirkt und heißt Nachheuer Sonne und Stunde rücken zusammen Wind durchlässiges Zeit verlieren Konturensperre Wir müssten uns gleich in Bewegung setzen wenn einer von uns klopft oder schnelle Schritte verspricht Der Sprachklang schließt auf zum Nacken sucht Nähe zum Rachen und es ist der Boden der ans Gewölbe der Füße rührt Ich wünsche mir mehr Zeit für die Wörter Stromhäuschen und Raffo Station Ich wünsche mir Ziele die Aufschein und Fortgänge bündeln bevor sie sich mit Fernsicht verbünden Wir sind draußen mit dem Mundraum an die Zukunft gebunden Niemand kann jetzt behaupten dass wir nichts von uns in unseren Schatten lassen Sonne und Stunde rücken zusammen für das was sich abmüht eine Gegend zu sein Himmel Queller Hummel und Raps Wir sind draußen mit Wörtern die Widerhall auf der Zunge suchen Stromhäuschen Trafostation genau diese Noch frisch ist die Erinnerung an unscharfe Ränder an das was sich in der Nähe aufwiegt unser Schauen vom Blick entbindet mit einschießendem Knierschritt ins vage Terrain Ich mache jetzt einen Laut um lange ein Auge darauf zu werfen Danke Vielen lieben Dank für diese sehr schöne Lesung und ja auf das wir uns ein andermal von Angesicht zu Angesicht sehen das wäre doch wunderbar aber für das bereithalten ich bin sicher danke für die Lesung alles Gute in die Nacht wir machen weiter mit unserem Nacht Kapitel und mit Dominik Dombrowski Hallo Dominik Deine Lichtgebung sieht ein bisschen unheimlich aus aber vielleicht darf das so und soll das so auf jeden Fall toll dass du dabei bist ich stelle dich ganz kurz vor du bist 1964 geboren lebst in Bonn und zuletzt sind in der Edition Azur die beiden Bände erschienen Vermaten 2016 und ich sage mir nichts 2019 wir freuen uns auf deine Lesung der Einschlafessenz ja schönen guten Abend einschlafessayes wir gingen nicht mehr allzu oft zusammen ins Bett aber wenn blieb mein Blick an deinem Rückgrat hängen als betrachtete ich ein salvator der lüge wir erzählten uns einschlafessayes über die letzten Filme die wir gesehen haben zum Beispiel die schöne Langeweile die von Weltwanner ausgeht oder wie man das Ende von Joker hätte besser gestalten können irgendwann drehten wir hier an unserer Wandducht und du sagtest weinst du wir werden einmal wieder so bitten wie früher bevor wir ins Gras beißen ins Gras beißen erschien mir da plötzlich wirklich und es ging eine Verheißung davon aus eine Art geborgte Erleichterung ins Gras beißen sah ich mich plötzlich aus dem Bett roten voller Mordhine in meinen letzten Zügen in einen Krankenpark stranken und dann am außergewöhnlichen Wiesen zu lecken und dort staunend wieder zu knien um endlich wieder keulend einzuschlafen als letztes spürte ich noch mein schmerzendes Ohr wie es am Ende der Erde brauche und wie ich mit dem Wind blinzelte in den Gläsern als du dich zu mir umgrößt und ich mich zu dir und wir schauten uns sehr kultiviert in die Augen als krüben wir eine fernere Zeit aus und wir sahen uns an und ich sagte tief an deine Mütigkeit ich liebe mich und du sofort ich liebe mich auch so und dann habe ich noch aus dem Jahrbuch der Lyrik von 2015 ein Text des Neu-Ulmer Lyrikers Jörg Neugebauer Halb-Argentinier Neulich erfuhr ich dass ich eigentlich Halb-Argentinier bin ich habe mich ja für so manches gehalten aber das hatte ich doch nicht gedacht Halb-Argentinier welche Aufstockung meines Blutes ist mein Gehirn passt plötzlich dreimal so viel Sauerstatt wie zuvor als ich es Daisy Miller erzählte hat sie gelacht wahrscheinlich hätte ich so mit meinem frischen halb-argentinischen Platz herumwägeln sollen ich habe nur ich habe mir vorgenommen eine Zeit lang drüber hinweg zu lehnen frage so als ob ich kein Halb-Argentinier wäre vielen Dank Dankeschön lieber Dominik Dombrowski danke fürs dabei sein und für die erste Zigarette des Abends die ich im Bildschirm gesehen habe merci und wir wenden uns weiter der Nacht und ich sehe es auch schon Federico Federici ist da und er wird uns als nächstes vorlesen kurz zu ihm 1974 geboren und er lebt in Berlin und zuletzt erschienen von ihm Dunkelwort 2019 und Private Notebook of Winds ebenfalls 2019 und wir hören von den Sternen die jetzt sicherlich da draußen funkeln bei Sternen klarer Nacht hören mich sie ich höre sie sehr gut wunderbar ich freue mich sehr mit ihnen diese lang genachtete Lyric zu verbringen zuerst lese ich mein Gedicht aus dem letzten Jahrbuch der Lyric Sterne sind nicht Nummer 5 in einer verschneiten Januarnacht 1910 eine nie unentwartete Nachricht über Funk Knochen lenken das Licht von Sternen ab das heisst die Welt war noch nie ein so reines Abbild des Lichtes aus dem Licht und die Beißenzwerge und die massereichen Galaxien spannen die Fäden von Fern von da an krümen auch die Landmassen die Meere jeder am Rand seiner Gedanken in una notte di neve a gennaio del 1910 un inattesa notizia alla radio le ossa deviano la luce delle stelle il mondo era dunque copia mai così pura di luce da luce e le nane bianche e le galassie massive filavano da lontano da allora i continenti curvano i mari ognuno marge di pro pro pri pensieri und jetzt ein gedicht von juliet aubert aus dem jahrbuch 2019 das ich ins italienische übersetzt habe dunkelkammer was was dabei herauskommt wird irgendwann klar wenn überhaupt dunkelkammer als ort wo das blut sich infrarot färbt unsichtbar werden die gedanken die dunkelkammer als antwort auf die lichtempfindlichkeit die entfindlichkeit überhaupt se qualcosa c'è davvero diventa un certo punto chiaro la camera oscura come luogo dove il sangue si colora all'infrarosso e per contrasto il pensiero la camera oscura come risposta alla sensibilità alla luce sensibilità soprattutto tut vielen tak vielen herzlichen dank federico federici diese zweisprachigkeit auch in den abend und die sterne und die dunkelkammer als nacht vielleicht auch in der wir uns befinden und wo ich all die bücherschränke sehe denke ich daran dass mir das auch gerade so fehlt dass man bei anderen leuten nicht mehr so in die wohnung und kommt um fremde bücherschränke anzuschauen eine schwachstelle von mir aber insofern darf ich jetzt ein bisschen bei euch hineinblicken und wir Dankeschön und wir kommen weiter zu Katrin Bach ich freue mich total dich zu sehen liebe Katrin Hallo Hi ich habe schon gerade vorhin gedacht du machst ja auch so wunderbare Online-Partys zum Tanzen falls man das so sagen kann und beim nächsten Mal sollte es sowas etwas jemals wiedergeben dann müsstest du ganz am Schluss auflegen und wir kommen alle Kacheln kommen zusammen und wir trinken und tanzen und machen dieses ewige Gedicht das bis jetzt quasi tanzbare Gedicht am Schluss das sollten wir uns vornehmen also schön dich zu sehen ich stelle dich kurz vor du bist 1988 geboren lebst in Berlin und zuletzt ist in der Parasitenpresse 2017 dein Band Schwämme erschienen du bist aber auch so allerlei du bist Buchhändlerin und Literaturagentin und der Literatur auf jeden Fall verfallen so viel kann man sagen und schreibst zu allem auch sehr schöne Gedichte und wir freuen uns daraus etwas zu hören ich freue mich auch sehr schönen guten Abend und ich beginne mit meinem Gedicht 8.3.19 das Kind an meiner rechten Brust im Traum wie ich es mir umgebunden habe ganz fest an meine rechte nackte Brust es ist mein Kind träume ich ist meine Brust träume ich es ist ein Kind das nicht schreit nie träume ich ich habe es immer bei mir im Traum wie eine zweite Brust auf meine Brust gebunden rechts und am Abend träume ich löse ich Schicht für Schicht den Stoff der das Kind an meine Brust bindet es schreit nicht nie ist winzig geworden das Kind kaum größer als meine Brust rechts ist an meiner Brust verschrumpelt träume ich verdörrt eine Hautschicht mein Kind leer als wäre die Luft raus und dann habe ich mir gedacht wenn ich schon mal die Ehre habe mit LKR zusammen in einem Band vertreten zu sein lese ich doch ihr Gedicht das in diesem Jahrbuch der Lyrik 221 ganz am Ende steht gern ab hinter allen und habe gemerkt dass das genau vor einem Jahr am 23.04.2020 geschrieben wurde um 1.38 Uhr O du beides in dir Pferd und Reiter Himmel und Wald jetzt aber dunkle Nacht hier und kein Sterbenswörtchen danke und auch von mir danke danke genau du hast ein Hauch bisschen die Pointe weggenommen weil wir dachten wir lesen das ganz am Schluss bestimmt 1.38 Uhr aber dann wäre ja auch schon der 24. eben ja also auch gut dass du es uns noch in diesem Tag bereit hast danke liebe Kathi ja schöne restliche Stunde noch genau eine Stunde machen wir noch es ist jetzt eigentlich Pause höchstens Gustav Buchwald schaltet sich nochmal dazu und wir können nochmal ein paar Fragen hin und her jonglieren aber vielleicht holt ihr sich auch gerade noch ein Gläschen Wein ah da ist er nee der ist beim Tee geblieben ja und du bist aber umgezogen oder du hattest vorher einen anderen Hintergrund und jetzt hast du auch Bücher im Hintergrund es gibt Mitglieder in diesem Hause die gerne sich allmählich zur Ruhe legen wollen so verstehe verstehe sehr gut aber wir machen noch ein Stündchen aber locker in der Nacht und locker oder das geht so fluffig wir können noch bis drei Uhr machen oder vier vier schwächen nicht man hätte sich vorgestellt alle Menschen hätten zugesagt die in diesem Jahrbuch versammelt sind dann hätten wir noch vorne dran und hinten dran ein paar Stündchen hängen können insofern ja bevor der letzte Block anfängt wollte ich dir nochmal ein paar Sachen sagen also ich finde es ja einfach dieses Experiment mir geht es so obwohl ich jetzt sozusagen resümiere resümiere bevor es überhaupt zu Ende gegangen ist dass ich es total geglückt und beglückend finde all diese Stimmen die man ja quasi als Schrift vor allem sieht und das ist ja immer das Beglückende eigentlich bei Lesungen aber das ist jetzt in diesem in so einer Anthologie in einer vorgelesenen Anthologie nochmal besonders besonderes Glück das so zu hören und in diesem Reichtum und in diesen tollen Wahlverwandtschaften und diesen feinen Bögen die sich dann auch immer mal wieder so Motive die sich hier durch den Abend ziehen und diese Wahlverwandtschaften durch die Jahrzehnte hindurch und das macht mich sehr froh heute wie geht es dir? was mich auch sehr froh macht ist dass ich merke wie viele von den vorlesenden Autorinnen und Autoren in dem was hier öfter Bonustrack genannt wurde das Wahlgedicht dann doch sehr besondere Autoren sich ausgewählt haben wirklich first rate kann man glaube ich sagen das fällt mir jetzt auf und dann noch etwas was vielleicht politisch unkorrekt ist aber doch mit Klang und Sprache zu tun hat wenn man das Lyrikjahrbuch so lange macht und den einen oder die andere noch nie gesehen hat stellt man sich beim Klang des Namens etwas vor und ich habe mich die ganze Zeit gefragt woher kommt das was man sich vorstellt und wie man es sich vorstellt das ist ein Geheimnis hinter das ich noch nicht gekommen bin also bei manchen Namen habe ich mir einfach ganz andere Figuren vorgestellt das ist sozusagen wie wenn man das habe ich mal mit Studenten gemacht den Werther von Goethe auf Englisch gelesen auf einem englischsprachigen College und der Werther sah für mich auf Englisch völlig anders aus und auch seine Liebste war eine völlig andere Person also inwieweit Klang unser Vorstellungsvermögen mitbestimmt oder sogar organisiert habe ich hier wieder staunend studieren können naja man ist ja in so einer Anthologie oder auch in den Einsendungen ich sag mal dieser Paratexte beraubt gut man kennt den Namen aber man hat kein Autorenfoto oder etwas in der Richtung gerade mal an der Hand und insofern bleibt die Schrift die Schrift als Brücke so ja was würdest du eigentlich sagen wenn das jetzt so zum Ende zugeht mit dem Jahrbuch für dich was was wird dir fehlen worüber bist du froh und was würdest du an die Nachfolgenden weitergeben wollen oder hütest du dich Tipps zu geben das letzte vielleicht zuerst als eine sehr gute Einrichtung halte ich die Freispielregelung von Robert Gernhardt die Freispielregelung sagt wenn einer der mitherausgeber der beiden herausgeber einen Autor fragt schick uns doch was und der tut das auch und dann sind die Gedichte aber vielleicht nicht so ganz vom allerfeinsten und der andere Herausgeber sagt nee also sowas können wir doch eigentlich nicht drucken das ist nicht unsere Liga dann hat der Einladende dessen Freund oder Bekannte oder was auch immer das Gedicht geschickt hat die Möglichkeit drei Gedichte ins Jahrbuch zu drücken von denen der andere denkt das ist die Freispielregelung von Robert Gernhardt zum zweiten fand ich eine gute Einrichtung vorher immer die mitherausgeber beim Barte ihrer Großmutter schwören zu lassen dass sie offen sind für Schreibweisen die anders sind denn die eigene das sogenannte weite Herz das hat sich auch als sehr gut bewiesen und da habe ich eigentlich noch nie Schwierigkeiten gehabt bei manchen dachte ich die dann so eigene Schreibweisen hatten das könnte vielleicht schwieriger werden aber Pustekuchen das war nicht der Fall und der Bart der Großmutter musste überhaupt nicht angekribbelt werden und was würdest du sagen was wird dir fehlen und was wird dir gar nicht fehlen was mir fehlen wird ist die Überraschung Gedichte zu lesen von Namen noch nie gehört und dann denken Donnerlittchen wo kommt jemand der noch nie was publiziert hat und vielleicht 22 ist oder 24 wo kommt diese Kenntnis her und diese Lebenserfahrung die dann aus solchen Gedichten manchmal spricht das hat etwas zutiefst Beglückendes das stimmt und dann gibt es natürlich noch einen Effekt der mir auch deutlicher wurde da haben wir glaube ich auch in Düsseldorf bei der Auswahl darüber gesprochen liebe Caroline manchmal oder sagen wir so der Aufnahmepegel in unserem Radar ist nicht immer der gleiche das heißt manchmal zwitschern ein Gedichte durch die sehr gut sind aber man war zu müde oder hatte gerade irgendwie einen schlechten Tag oder was auch immer es war zu heiß und dann finde ich es wunderbar wenn man von dem Co-Piloten oder der Co-Pilotin darauf hingewiesen wird und dann noch mal wechselseitig argumentieren muss das ist etwas was ich für ganz wichtig halte dass man so präzise wie möglich beschreiben kann jenseits von Geschmack sondern vor allen Dingen auf der Ebene von Handwerk warum man etwas für gelungen oder weniger gelungen hält Gedichte ich habe es häufiger gepredigt haben wenig mit Geschmack zu tun sondern sehr viel mit Handwerk und Kenntnis etc und diese Gespräche habe ich immer besonders geschätzt und ich muss auch sagen wir haben ja immer die eigene Art gehabt wenn ein Gedicht uns gut gefallen hat aber da war eine kleine faule Stelle drin dann haben wir dem Autor geschrieben und gesagt willst du das nicht nochmal in dieser oder jener Richtung überlegen und jetzt beim letzten Jahrbuch das fand ich irgendwie faszinierend und auch einerseits traurig andererseits sehr schön dass die Antwort kam Zustimmung das finden wir guter Vorschlag aber das kennen wir überhaupt nicht mehr in den Verlagen spricht keiner lässt sich keiner so auf Gedichte ein mit dem Finger auf der Zeile dass man auch was davon hat dass es nicht über Geschmack geht sondern mit begründbaren Argumenten die natürlich nachvollziehbar sein müssen das fand ich auch immer eine sehr tolle Sache weil man auch gezwungen ist auch wenn man das schon 40 Jahre macht weil man gezwungen ist das so präzise wie möglich zu formulieren und gerade ich wo ich also jetzt seit 20 Jahren in Holland lebe finde es immer wieder eine Herausforderung mein Deutsch wieder etwas einzuölen die Begrifflichkeit wieder anzuschärfen dass man die größtmögliche Trennschärfe in der Begrifflichkeit wieder hat Okay dann hast du ein paar Sachen mal mit weitergegeben ans nächste Team an Matthias Knieb und Nadja Küchenmeister und sag mal ich mein Eindruck war wir waren jetzt auf einmal in den letzten Blöcken so gut in der Zeit dass ich so viele schöne Gedichte die ich hätte lesen wollen gar nicht mehr habe lesen können insofern meine Frage ob du und ich noch je ein Gedicht vielleicht aus unserer aus unserem kleinen Fundus Ja natürlich bevor es dann jetzt um Mitternacht in die die Geisterstunde beginnt Ja Fang an Ich hätte zwei vielleicht sogar zwei wir gucken mal ne eins und dann du und wenn dann noch Zeit ist mache ich noch eins und zwar Nehme ich auch aus dem jetzigen Jahrbuch würde ich Mirko Bonet gerne lesen Nachtöffnung heißt tatsächlich dieses Gedicht und das Wort was ich jetzt schon öfters benutzt habe zu diesen Nachtstunden und er war auch einmal Mitherausgeber insofern denke ich er sollte heute Abend vielleicht nicht fehlen Mirko Bonet Nachtöffnung Regen ein Gefühl und die mageren Nebelpferde knapp über dem Erdboden da sind wir aufgehoben alle traurigen Gestalten eines Lebens unter einem Baum der bleibt und über den gelben Wassern durch uns segeln die Mauern hindurch in die Nachtöffnung mit einem Mund der aufgeht und der uns sagt die Brücke hier ist sie zu Ende und ins Moos auf dem Handrücken kratzt der Wind lesbare Regungen war ja auch ein Mitherausgeber eines Jahrbuchs auch jemand mit dem ich wunderbare Gespräche über Gedichte geführt habe ich habe ein älteres Jahrbuch Jahrbuch der Lyrik 2003 Mitherausgeber war der von mir überaus geschätzte schon eher genannte Lutz Seiler dessen ersten Gedichtband Pech und Blende ich die Möglichkeit oder die Ehre hatte bei Surkamp verlegen zu können und mit ihm dann auch auf Lesereise zu gehen was ich besonders angenehm fand ich lese ein Gedicht von dem im letzten Jahr verstorbenen Christoph Meckel einer der ein gewaltiges Oeuvre hat nicht nur als Dichter sondern auch als Radierer also jemand der einen Kunstzyklus hat der Gott sei es geklagt in keinem Museum zu sehen ist dabei ist das ein so beeindruckendes grafisches Werk was der Meckel dahinter lassen hat das ist schlichtweg fabelhaft mit der Kunst hat er es und das Gedicht heißt zur Geschichte der Kunst die Kunstgeschichte der Zukunft wird ein Geschäftsbericht sein Klassiker vieler Zeiten gesicherte Werte Brouillard Domier Georges Gross Homme Singulär Boulère werden gehandelt zu steigendem Preis kleine Meister bleiben im Depot Daten und Titel im Katalog das Grundverzeichnis ist außer Kraft doch geht kein Werk und Stil ad acta solange es zu Geld gemacht werden kann in übergreifenden Verfahren außer Konkurrenz von Vision und Wahrheit wird ein neuer Name von Rekorden erhält durch Umsatz unschlagbar Drucke und Fotos sind Kiloware im Vorraum Portobello Boulevard die Zinkplatte hat noch Metallwert Handgeld für Antiquare Privatköpfe Klempner Bronze wird eingeschmolzen zu fallendem Preis der behauene Stein verschwindet im Tiefbau das in Zukunft Geschaffene verfällt im Vakuum ein geisterhafter Raum voll von Bildern ohne Handelswert ohne Aussicht auf Präsenz Kritik Kontroverse Namen ohne Handschein Glorie Schall Beglaubigte durch sich selbst private Tresore gefüllt mit Bildern die keiner sah Stiftung nicht erwünscht vielleicht verwendbar als Geschenk oder Tauschwert unbekannt wie die Säule im Meer seit 900 Jahren kein Grund zur Klage in diesem Raum entsteht ohne Sponsor das unerhörte Motiv aus Folie Dreck Papier kann sein ein zerfetztes Gedicht mit dem Titel Die Seele des Messers Schön Ja Schönen guten Abend Ja guten Abend Schön dass Sie mit dabei sind In den biobibliografischen Angaben lesen wir Geboren 1950 lebt in Bad Karlshafen Zuletzt Kronos Krummloff in der Edition Faust 2013 und Sie lesen Hotel du Leuven Ja vielen Dank auch für die schöne Überleitung auf Christoph Meckel denn dieses Gedicht Hotel du Leuven in diesem Jahrbuch 2021 ist in Erinnerung an Christoph Meckel geschrieben und wir sind ja mehr oder weniger jetzt in der Geisterstunde und wenn man älter wird so wie ich dann hat man die Situation dass man dass die guten Geister die nicht mehr auf der Erde sind und sich irgendwo anders befinden immer mehr werden und ich hoffe dass wir dass es solche seligen Geister sind und das hoffe ich auch von Christoph Meckel einen Ort haben um abwesend zu sein abhanden zu kommen in unpassender Jahreszeit entbehrlich für Anrufer für Mails nicht erreichbar weit ab ein Ort für einen der Eifersucht und Liebe hinter sich hat bei der Ankunft im Hotel gegenüber der Gar St. Jean war die Tür offen die Treppe spärlich beleuchtet niemand fragte nach Identität und Kreditkarte hier wohnten Handlungsreisende ohne Geschichte andalusische Zirkusagenten die ihr Rasierzeug vergaßen ein ukrainischer Ornithologe eine Mezzosopranistin aus Gent ein Anthroposoph aus Bad Tölz und eine Haspa auf der Flucht nach Marseille in der Hand eine Zeitung aus der das Datum ins Zwielicht fiel Am Morgen trank er einen Café Noir schlug die Vitre Oprespecial aus und die Nachtigall war eine Möwe in seinen Gehörgängen rauschte die Zeit das Licht blendend hell flog seinen Schatten aufs Pflaster bevor er den Zug nach Südwesten nahm hier wird nicht erzählt wohin er fuhr ein andermal vielleicht mehr bevor schließlich alles verschwindet und ich hatte mir ursprünglich überlegt dass Christoph Meckel hat mal das ist schon lange her aber ein sehr schönes Erinnerungsbuch über Johannes Bobrowski geschrieben und da ich aber Bobrowski in keinem der Bücher der Lyrik gefunden habe die ich noch habe auch nicht also in Erinnerung was aber durchaus sein kann ich weiß es nicht genau habe ich mich jetzt doch entschieden ein Gedicht von Rohr Wolf zu lesen es heißt drei es ist aus dem Luchterhand Jahrbuch der Lyrik 1987 88 und es heißt drei Geburtstagsstrophen für Hans Altenhain und Hans Altenhain war der Geschäftsführer und der Verleger sozusagen des Luchterhand Verlags damals und das ist eine Geburtstagstagsagung von Rohr Wolf und ich denke die kann ich auch übertragen auf Moderatoren den Schöffling Verlag und alle die an diesem Jahrbuch der Lyrik 2021 mitgewirkt haben Rohr Wolf drei Geburtstagsstrophen für Hans Altenhain der schweren Verse abgeschnittene Füße des Metrums Ach und Weh der Reime Brei der Worte Schlamm die trübe Grübelei und der Gedanke Düsteres Gemüse das alles wird nun in die Ferne wehen das Glück senkt sich herab der Schmelz der Duft der schöne Mond dort in der Abendluft der weiche Glanz das Strahlen und das Drehen die Pracht der Nacht die Ruhe und der Schimmer das Frühstücksei im Morgensonnenschein das alles ist für Dr. Altenhain nicht nur für den Moment mein Herr für immer Wunderbar vielen Dank den Hans Altenhain habe ich noch gekannt und auf die Frage mit Bobrowski der war als wir mit dem Lyrikjahrbuch anfingen meines Erachtens schon tot es waren ja immer unveröffentlichte Gedichte ich habe ganz sicher dass viele Gedichte sagen an Bobrowski oder in Erinnerung an Bobrowski oder auch Bobrowski dass man das mal nachschauen würde es gibt ja wenn man diese gesamte Edition des Lyrik Jahrbuchs sich vornimmt jede Menge Aspekte unter denen man es abklopfen kann und da kann man und ich hoffe das wird auch irgendwann geschehen es geht ja noch weiter und es wird auch gar nicht enden aber irgendwann muss man vielleicht auch den Punkt machen da mal solche Untersuchungen anzustellen also ich würde mich gerne dann auch die Suche nach Spuren von Bobrowski machen weil ich hatte mal sozusagen einen poetologischen Vortrag als Einführung zu einer Lesung im Literaturforum und da ging es um eine Antwort auf Rilkes Frage wer in der Engelordnungen hörte mich denn also diese katholische Frage an die Dichtung beantwortet von Johannes Bobrowski dessen Gedicht über Haman den Markus des Nordens mit dem Satz ich weiß er versteht nicht und das sozusagen zu dem in dem Zusammenhang Ja vielen Dank Karre Oberländer Gerne und wir fahren in unserer nächtlichen Poesie Gala fort mit Emanuel Schneider herzlich willkommen schön dass Sie noch zu so später Stunde uns ihr Gedicht und ein Lieblingsgedicht vorlesen wollen Emanuel Schneider Jahrgang 1995 lebt in Köln es gibt in der Bio Bibli keine weiteren Angaben auf einen ersten Band möglicherweise ist aber einer im Entstehen im Entstehen ja aber tatsächlich noch nicht erschienen abgesehen von einer Übertragung von einem Ben Johnson Gedicht im letzten Jahrbuch der Lyrik ist noch keines meiner Gedichte erschienen außerhalb der Jahrbuch der Lyrik Reihe genau ja vielen Dank und einen schönen Abend in die Runde ich beginne einfach mit meinem eigenen Gedicht und trage nachher ein Lieblingsgedicht vor Janos sagt das Glück hängt manchmal in den Bögen einer alten Feldsteinmauer oder fliegt mit einem Faustball über den Dorfplatz Janos sagt wer nie in einem Schlafanzug aus goldenem Flamel zur Niederpleißer Burg flanierte der hat nie gelebt und Janos sagt die besten Freunde sind oft philosophisch unbescholten und vom Skeptizismus unbeleckt Janos sagt die größte Stille findet man in der Musik nicht in der Sprache im Gedicht und auch nicht mehr in der Natur kein Schweigen ist so leise wie die Pause vor dem letzten Satz das zweite Gedicht das ich ausgewählt habe ist von Peter Gosse und erschienen im Jahrbuch der Lyrik 1988 89 das mit herausgegeben wurde von Friederike Roth ich habe im Lauf der letzten Jahre mich vom ersten Jahrbuch 1979 bis in die Gegenwart langsam vorgearbeitet und da haben sich natürlich einige Lieblingsgedichte angesammelt insofern sind viele in Frage gekommen letztlich habe ich mich aus einer Stimmung heraus dafür entschieden es ist ein sehr schönes leichtfüßiges Gedicht und ich denke jede Lyrikerin jeder Lyriker weiß wie schwer das zu erreichen ist ohne irgendwie gleichzeitig ins Triviale zu kippen es fängt eine Situation sehr schön ein einen Moment und transportiert dabei eine ganz besondere Stimmung und Seelenlage finde ich eine Sehnsucht nämlich nach Bedeutungslosigkeit und das Scheitern daran das heißt Paris das Mars fällt herunter naht ein Hochradfahrer was hat das zu bedeuten es hat nichts zu bedeuten er naht statt zu gaffen denke du was sie anstellen auf diesem Atoll Mururoa der Hochradfahrer wird größer gemächlich wird er größer gemächlich tritt er sein Hochrad der nichts zu bedeuten hat rein gar nichts denke du statt zu gaffen des Jahres der wehen Niederlage die Hoffnung auf lange hinunter die Moldau die Säne da gleitet er vorüber hoch oben ein Zug glaubwürdiger Selbstvergessenheit liegt schön auf seinem Antlitz da es hoch oben vorüber gleitet denke du denke ich schuldbewusst während der Hochradfahrer sich in seinem vollkommenen nichts bedeuten in das Marsfeld hinein verjüngt Dankeschön vielen Dank Emmanue Schneider und schön dass Sie an Peter Gosse erinnert haben der auch oft im Jahrbuch vertreten war die nächste in unserer Poesie Gala ist Simone Schabert herzlich willkommen 1974 geboren lebt in Erfstadt zuletzt erzähl mir vom Atmen im Ranniser Debüt 2017 und du erliest in der Edition Asur 2019 von Simone Schabert ist dieses Collagen Gedicht im Jahrbuch das was da abgebildet ist trägt sehr sehr zum Vergnügen dieses Gedichtes bei ich bin gespannt wie das sozusagen in einer Lesung zu akustisieren ist herzlich willkommen hallo guten abend ich freue mich sehr vielen vielen dank und ich habe also ich fange quasi andersrum an ich fange mit Uliana Wolf an ich habe nämlich quasi noch jemanden gesucht und ich dachte dass quasi diese Frauen hier alle nicht so alleine sind sondern sich zusammen finden suche ich eine Verbündete und Uliana Wolf aus dem Band 2017 hat einen wunderbaren Text dazu der zum einen zur Nacht passt und zum anderen leider zu diesem Collagen Text über den Lockdown von dem ich gehofft hätte er sei jetzt quasi eigentlich schon überholt aber das ist so wie es aussieht nicht der Fall Trennbar ist die Nacht kam einmal zog den Vorhang nieder war am dunklen Ende angebracht ein Zipfel haar in dem das Licht ist sie verrückt her niederbrechen und mit letzter ohne Eile Kraft ein schwarzes sanft ein Haus am Kopf der Mutter wuchs nach einer Stunde wachte auf der Mond am Zungen dunkel schwieg sich aus Vanillekipfel backen kann und die Vanillekipfel leiten ganz wunderbar über sozusagen in das AEG Kochbuch aus dem Jahre 1970 Wer man ist analoge Erinnerungen Emanzipation im Lockdown volle Verfügung Mai Corona Im Hier und Jetzt der Sache wollten wir auf den Grund gehen Dada-artige Zwischenbilanz Recherche Touren im Brotkasten ein Reimgedicht Die Kinder natürlich voraus das Dasein findet immer Dinge die wir tun müssen täglich ein wir ausschneiden und illustrieren Zwei wichtige Helfer im Haushalt sind der Fantasieschrank und die AEG Wörtermaschine Diese beiden ergänzen sich vorzüglich und machen die Arbeit wirklich zum Vergnügen Vielen Dank Die AEG Wörtermaschine die hätte ich auch gerne und vielleicht können Sie mir die Bezugsadresse oder die Bestellnummer davon verraten Das wäre schön Vielen Dank dass Sie dabei waren und wir können wahrscheinlich noch viele solcher wunderbaren Collagen erwarten wo das zugefügte Bild dem Text nochmal eine ganz andere Aufladung gibt Tausend Dank Dann habe ich das Vergnügen Anja Kampmann zu begrüßen Wir haben schon mal zusammen wenn ich es recht erinnere im Goliser Schlösschen ein Lyrik Jahrbuch Long Long Time Ago vorgestellt Das erinnere ich auch als eine sehr als einen sehr angenehmen Abend und jetzt freue ich mich dass Sie aus unserem Wassereinleitungskapitel Deep Blue vorlesen aber eben noch die biografischen Daten 83 geboren lebt in Leipzig zuletzt Proben von Stein und Licht Hansa 2016 und dann der Hund Hund ist immer hungrig ebenfalls bei Hansa 2021 herzlich willkommen vielen danke genau das erste Gedicht Deep Blue ist von 1997 wurde das erste Mal ein Schachcomputer also hat das erste Mal einen Menschen besiegt Garry Kasparov Deep Blue man nannte man nannte sie die Blue vielleicht weil man noch glaubte an den Ozean und seine alte Kraft oder die Strömung des Pazifiks wie sie weitergeht von Land zu Land der große Geist und die Bewegung eines Hirns die Blue vielleicht nicht gerade Bewusstsein doch etwas rechnete hier spielte Schach Kasparov unser Held wie war dir wohl als du verlorst beim sechsten Spiel und gegen welche Kraft Teichpumpe gegen Ozean die Geisteskraft des Menschen Seele ha was denkst du welches Blau wir heute sehen und soll ich dieses zweite aus dem Wasser auch noch oder direkt es andauern it's up to you ok dann nehme ich noch die Brasse schnell mit rein Brasse am Düker abseits des Kanals spannten sich die Leinen Schlick und Grundkraut irgendwo im Dunkeln die Erwartung leise bitte ohne Klang nur das Sirren einer Spule Feuerzeuge das Zischen von Glut im feuchten Gras eine Brasse heimtragen Schwimmblasen betrachten das Wunder hier oben jetzt da zu sein wie holt man Luft dort am Grund den wir nie sahen das Schrappen der Klinge über dem Waschbecken hörte nicht auf und am Morgen noch silbrig die Fischschuppen zu viele Teile für ein und dasselbe Rätsel Ja ist übrigens sehr schön auch die verschiedenen Sprachen zu hören heute Nacht und ich lese aus dem Jahrbuch der Lyrik von 2003 von Elisabeth Borchers angemessen der späten Urzeit die Mondscheinsonate Mondscheinsonate dir zugespielt viel über Mondschein gelesen viel gehört und gesehen fern sehr fern geschaut übermäßig rund dieser Mond plötzlich schmerzlos halbiert bald restlos verzerrt und schon wieder hell Beistand zur Operation und Heilung hell bis ins tiefste versteckt das Herz zum Beispiel Scheherazades begabte Nächte oder die Höhlen von Lascaux hell wie ein fröhliches Leben mit dir Ja vielen Dank und auch schön dass Sie an Elisabeth Borchers nochmal erinnert haben eine Kollegin von mir bei Surkamp sie war eine sehr geschätzte Lektorin und hat immer eher die anderen ins Rampenlicht gestellt denn sich selbst hat aber wirklich sehr schöne Gedichte gemacht vielen Dank dass Sie daran erinnert haben und auch vielen Dank für die eigenen Gedichte Vielen Dank Ladies and Gentlemen der nächste den ich vorstellen darf ist Michael Augustin da gibt es ähnlich wie wir es eben hatten bei Simone Schabert die Frage was wird Michael Augustin davon machen weil er hat nämlich sehr genau gezeichnet beziehungsweise visuell sichtbar gemacht wie Gedichte entstehen ansaugen rausblasen und dann kommt das Gedicht und das sieht so aus herzlich willkommen lieber Michael Augustin geboren 1953 lebt in Bremen zwei die letzten beiden Bände der stärkste Mann der Welt Edition Temmen 2018 und Hurly Burly Visual Poems bei Red Fox Press in Irland 2020 The World Is Yours Thanks very much sir can you hear me yeah yes good also ich habe ja auch das Problem dass ich ein visuelles Gedicht ein poetologisches visuelles Gedicht vorstellen möchte und wie macht man das am besten bei etwas visuell man macht eine klassische Bildbeschreibung sie haben zwar eben einmal schon kurz in die Kamera gehalten aber ich lese mal einen kleinen Text zu sehen ist ein Herr in zwei unterschiedlichen Posen in der ersten Pose hält er einen Trichter in die Höhe dessen unteres Ende über einen Gummischlauch mit seinem Mund verbunden ist über dem hochgehaltenen Trichter schwebt eine Wolke aus durcheinander gewirbelten Buchstaben die dort hingestempelt worden sind die habe ich mit einem Gummistempel und hingestempelt mit was ist der Mann beschäftigt er ist mit dem Ansaugen beschäftigt und das Wort Ansaugen habe ich ebenfalls dahingestempelt in der zweiten Pose hält der Mann der die Buchstabenwolke angesaugt hat seinen Trichter etwa in Hüfthöhe vom Körper weg er hat dabei immer noch seinen Ansaugschlauch im Mund aber womit ist er jetzt beschäftigt er ist mit dem Rausblasen beschäftigt das Wort Rausblasen habe ich ihm über den Kopf gestempelt was kommt mit Glück dabei raus wenn man eine Buchstabenwolke ansaugt und dann geordnet und sortiert wieder rausbläst ein Gedicht wenn man glückert also diese Collage ist ja eigentlich eine Collage die besteht aus einem Stück das ich mal gefunden habe auf einem Flohmarkt in Barcelona ein ärztliches Ratgeberbuch und dazu habe ich dann meinen Stempelkasten bedient und habe sozusagen einen völlig anderen Zusammenhang gestellt ein Gedicht habe ich mitgebracht wie Harry Oberländer auch von Orwolf das wusste ich natürlich nicht dass Harry auch Rohrwolf vorlesen wird mit Rohrwolf war ich befreundet und wir haben über die Jahre sehr viele Sachen zusammen gemacht sehr viele Radiosendungen und ähnliche Dinge und ich erinnere mich noch Rohrwolf habe ich kennengelernt telefonisch 1992 da war meine kleine Tochter drei Jahre alt und ich saß gerade mit ihr auf dem Teppich und wir guckten uns ein Kinderbuch an ein Bilderbuch in dem Schweinchen und ein Wolf vorkamen das Telefon klingelte ich sagte warte mal einen kleinen Moment ich gehe mal zum Telefon hob den Hörer ab und sagte ach Herr Wolf das ist ja sehr nett dass Sie anrufen und meine kleine Tochter heulte weil sie natürlich dachte ich spreche jetzt mit dem Wolf aus dem aus dem Bilderbuch also das Gedicht das ich ausgesucht habe stammt ungefähr aus der Zeit 1993 aus dem Lyrik Jahrbuch 1993 als Robert Gernhardt ihr Co-Editor war damals das Gedicht heißt zwölf Monate später Januar der Monat der Geräusche der Gesträuche der Gestrüppe und der kranken kalten schneebezogenen Gedanken der Gebüsche wenn ich mich nicht täusche Februar der Monat der Genüsse der Gebirge der gebogenen Gestalten die beim Gehen sich zusammen halten der Gebisse und der Regengüsse danach März der Monat der Gewürze der Gebilde der Gebiete der Gelände der vom Wind geblähten Gegenstände der Orkane und der Wetterstürze ach April der Monat der Geschwüre der Gewüchse der Gewächse der Geschlinge der Geschwülste und der schwarzen Dinge die ich tiefe den Gedärmen spüre Mai oh Mai der Monat der Gesänge der Gedränge der gespitzten Hochdruckkeile und der unsichtbaren und der unsichtbaren Gegenteile der Gemenge und der Kaltluftstränge Juni Monat der Gelegenheiten der Gerüche der Gerüchte der Geknicke der geschlitzten dicken Augenblicke und der Stubendumpen und der Stubendumpen Regenzeiten Juli Juli Monat der Gebärden der Gesichter in der dünnen Regenschläge der Geheimnisse der Niederschläge der Geklärten und der Ungeklärten Ach August der Monat der Gefahren der Gewölke der Gewölbe der Gewühle des Gestanks der Gewitterschläge der Geheimnisse der Unsichtbaren und September Monat der Gestelle Wolkenschweren Wolkenschwärme Wolkenschwarten Wolkenknollen Weichen oder Harten Schweren oder Leichten Regenfälle O Oktober Monat der Gemische der Gespräche und der Kalten Klappern grauer dichter Hagel und Graubelschauer Nebelfelder dicke Trügerische Nun November Monat der Geleise der Gehölze der Gerölle der Gesteine Glätte das Gefrieren der Gebeine knisternd Eis und knackend stellenweise und zuletzt Dezember Tiefdruckerinnen die Gerüche in der Küche das Gemüse das Gemüse tief am Boden fest gefrorene Füße damit kann das nächste Jahr beginnen Frau Wolk vielen Dank Ihnen vielen Dank lieber Michael Augustin ich denke dass Sie sehr vielen Lyrikern sehr geholfen haben mit dieser beeindruckenden Technik ansaugen rausblasen und was herauskommt ist ein Gedicht ich habe jetzt das Vergnügen Matthias Göritz vorstellen zu dürfen Jahrgang 1969 lebt in St. Louis zwei Gedichtbände im Berlin Verlag Pools 2006 und Tools 2011 lieber Matthias Göritz it's yours thank you very much dazu kommt noch Loops das war mein allererster Gedichtband bei der Drosche in Graz und jetzt im Juli erscheint Spools bei Wallstein in Göttingen und daraus ist auch das folgende Gedicht Gloomy Sunday eines der am meisten gecoverten Songs der Welt und vielleicht sind wir auch alle nur Cover-Versionen dieses Gedichts Gloomy Sunday 1933 niemand weiß genau wie dieses Licht entstand wer es zuerst gehört und gesungen hat und sich dann selbst zerstört als Regio Serres es schrieb war er da in Budapest Paris oder Hamburg geboren wurde er als Rudi Spitzer die Melodie ein feines blaues Moll Jomru Vajana stammte der Text von seinem dichtenden Freund Lasu Javor schrieb er ihn selbst war es ein Kriegs war es ein Liebeslied wer weiß schattenvoll der Sonntag sein Herz und der Tag der trübe trübe Sonntag sie hatten beschlossen es zu beenden viele viele Menschen taten es gleich ich kann sie verstehen besser es selbst zu tun als in solch einen Sonntag zu sehen aber manchmal reicht auch ein Lied ein Schmerz ein Gedanke an dich an die vielen vielen Lieben die wir verlieren und an die die wir lebten an die die wir immer noch leben Rudi überlebte ein Nazi-Camp und arbeitete nach dem Krieg im Zirkus als Trapez-Artist das Lied wurde lang aus dem Radio verband alles hat seine Geschichte genau wie das Nichts Ungarn hat eine hohe Suizidrate 46 Menschen aus 100.000 ermorden sich jährlich wie viele von Ihnen Regos Lied gehört haben man weiß es nicht man weiß überhaupt sehr wenig über uns die wir noch leben jeden Tag leben trotz gloomy gloomy Sunday vielen Dank Christoph Buchwald für die tolle Arbeit über all diese Jahre na herzlichen Dank haben Sie noch ein Gedicht leider leider bin ich in St. Louis von allen Bibliotheken gerade noch ausgesperrt es ist hier gerade sehr streng von daher konnte ich leider nichts aussehen schöne Grüße an Sie ja auf jeden Fall vielen Dank und alles Gute nach St. Louis dann darf ich vorstellen Sandra Gulic 1976 geboren lebt in Berlin zuletzt im Verlagshaus Berlin Protokolle der Gegenwart 2019 herzlich willkommen the word is yours hallo guten Abend an alle Tapferen die jetzt noch aushauen mit uns und zuhören und ich freue mich da sein zu dürfen ich fange mal mit meinem Gedicht an und habe dann auch noch ein KollegInnen Gedicht hunderte biografischer Seiten kondensiert für diesen Text meine ganze Erinnerung besteht aus Bildern meine Erzählungen Auto Sozio Biografie sprich sich einem Gegenstand nur im Rückblick annähern mein vergangenes Ich als ein anderes betrachten in zeitlicher Distanz Bilder Stimmen Zeitabschnitte Erinnerungen zuordnen zählt die Bilder der letzten Tage das Kind friedlich schlafend am Mittag die Einkaufsliste Zahnseide und Champagner und Windeln auf dem Küchentisch das Cover der New York Times vollflächig schwarz die Oper auf der Bühne im Halbkreis ein Streichquartett der Saal voll besetzt aber nicht mit Menschen sondern Pflanzen ein Zeichen setzen für Menschen in einem Pflegeheim einander umarmen durch eine Schutzhülle endlich wieder Nähe auch in Zeiten der demonstrierende stürzen die Statue des Sklavenhändlers von ihrem Sockel wenig später ins Wasser ein Ende der Zeichen mein vergangenes Ich als ein anderes betrachten verändert sich ein Gegenstand im Rückblick in zeitlicher Distanz schläft das Kind am Mittag sind die Einkäufe gemacht ist das die Zeitung von heute auf dem Küchentisch was für Bilder werden bleiben von diesen Tagen in unseren Köpfen auf unseren Displays in den Büchern Das Kolleginnen oder Komplizinnen Gedicht ist aus dem Jahrbuch der Lyrik 2017 und zwar habe ich ein Gedicht ausgewählt von Lydia Daher ich zeige es noch mal weil da ein Bild mit dran ist Lydia Daher Die Bilder sind immer schon vor uns da Bilder von Straßen und fliegenden Samen von Lippenblütlern Leihwagen Lastplätzen von Früchten in knittrigen Tüten auch Bilder von Krankenwagen von Amüsiervierteln Fehlbauten Frühstücksräumen von Vögeln an Gittern hundertäugig auch Bilder von Betten Schildern Schienen Steinen und den blauen Flammen der Fabriken ihrem Trägen Verschwinden nach Werkschluss Bilder von Bildern und sagen wir Berührungsbilder Bemühungsbilder von uns unter elektrischen Uhren Standbildern enge Räume und Insektenbilder wie Bühnen wie Bilder wie Birken wie Blitze Dankeschön sehr vielen Dank an Sie und dass Sie so lange durchgehalten haben in dieser langen aber wie ich finde sehr faszinierenden Lyrik Nacht Bevor der Mond Asmus Sie haben das Wort und Sie sind dran Vielen Dank Schönen guten Abend oder gute Nacht an alle Zuschauerinnen und Zuschauer und ganz herzlichen Dank lieber Christoph Buchwald und liebe Carolin nicht nur für die herausgabe sondern auch für diese ausdauernde schöne Moderation heute Abend das ist schon jetzt eine legendär lange Lyrik Nacht an deren fast schon Ende ich die Ehre habe das Gedicht Apokalypsen Ende zu lesen aus dem aktuellen Band Ja Geschichten erzählen die alle Geschichten lodernd verpacken um wenigstens am Ende die Welt einmal ganz zu fassen ins Finstere adressiert als Mündung aller Verwirrung das krasse eine Bild und ja die Zorneslust zuzuschauen dass alles Unrecht bestraft wird mit krachenden Chips im Mund Babylon sinken zu sehen die Superpower nur noch bei Maschinen Tieren Engeln einmal im Griff der Unverantwortlichkeit sein im Sieg des Lichts des Ewigen und ja mit Gänsehaut hören das Gerstliches künftig ist ohne Countdown für Hörer den Untergang feiern Herrschaftsfinale in Blut und Plutonium terrestrisches Splatter bis alles tot gerettet erloschen geheilt ist alles recht und weg und neu in Staffel zwei auch diese alten Welten Brände veralten durch Variation der junge Allmählichkeitsschaden ließ sich berechnen die Zeichen am Himmel messbar die Kohlen glühten in sicheren Öfen als ihre Wahrheit täglich lesbar war die Daten zu enthüllt der Klang zu apokalyptisch die Sonne wird weiter strahlen die Sterne während die Wälder verbrennen die Stürme rasen die Elenden trifft es wie meist zuerst doch nicht nur zu dreißig Prozent das Gericht bleibt aus Gott fern der Teufel aber der im Detail jedes Einzelnen steckt hat genug Zeit unser Nein ist seine Frist und nun als Kontrast gewissermaßen ein Gedicht aus dem Jahrbuch der Lyrik 2017 das von dem heute Abend als Rotschopf auftretenden Dichterin Ulrike Almuth-Sandik mit herausgegeben wurde das Gedicht 1979 von Kena Kusanet etabliere ein Recht auf Verspätung durch zu spät kommen du hast ein Recht zu spät zu kommen dieses Recht ist angestammt du stammst ab und du stammst an du hast das Recht 37 Jahre später zu spät auf eine Hochzeit zu kommen ist ja nicht deine eigene du hast das Recht zu spät ins Standesamt zu kommen die Berliner Beamten wird eine österreichische Schauspielerin zitieren du hast das Recht den Kopf zu schütteln die ostwestfälische Verwandtschaft hat das Recht Fotos zu machen du könntest mal nach Ostwestfalen fahren und zu spät in Ostwestfalen ankommen und damit gebe ich pünktlich zurück an Sie lieber Rufald vielen Dank Ostwestfalen ist ja häufiger vorgekommen es muss einfach wunderbar da sein ich erinnere noch einen Roman von Hans-Ulrich Dreichel der über Ostwestfalen geht und das sehr dezidiert ausgemessen hat vielen Dank Asthmus-Tausch und Ladies and Gentlemen der Held im Durchhalten bis zum Schluss unserer enormen Lyrik-Gala Axel Görlach da darf ich schon reinkrätschen Christoph Axel Görlach hat irgendwie technische Probleme und hat es nicht reingeschafft deswegen kommt jetzt aber wenn ich es richtig weiß Ilma Rakuzas Video sozusagen zum Schluss ja bevor ich noch über den Tram Vesper und wir im Chor LKR und dann machen wir aber die Schotten dicht Florian Kind schreitet zur Tat der Mann im Hintergrund der Master of the Technik auf die Knöpfe spielt uns jetzt Corona mit Hölderlin von Ilma Rakuse ab und dann wir noch auf die schnelle während er die Technik spielt noch nicht ganz mit mal schauen ob Florian noch ein paar Knöpfe drücken kann wenn es nicht gelingt klappt leider nicht klappt nicht alles klar da war er dann lese ich jetzt noch Guntram Vesper ja und dann schließen wir mit Chor lieber ist so okay Guntram Vesper ist ein wunderschönes Gedicht und ich finde es auch einen schönen Bogen ist nämlich aus dem aller allerersten Jahrbuch wow und es heißt Heimweh und es passt ans Ende einer Nacht passt auf Guntram Vesper Heimweh nach einer langen Nacht mit Freundlichkeit und Tanz den Kopf den ganz leichten friedlichen Kopf in den Nacken legen nach oben sehen gegen morgen auf einer menschenleeren papierübersäten Straße irgendwo auf der Lower East Side von Manhattan von den dunkelbraunen Ziegelfassaden alter hoher Häuser geleitet den schwarzen Himmel suchen und plötzlich lautlos wie ein Nachtvogel fliegt 30 Meter über mir die große Zeitung die Straße entlang ich höre das ausgebreitete Papier im Aufwind knistern ich möchte danach greifen mich festhalten aus der Stadt treiben weg von diesen Kriminalromanen und Sozialberichten den vielen Menschen und vielen Worten mitfliegen auf den Ozean hinaus lange lange nur Wasser tief unter mir Stille dann Brandung endlich Land Wiesen weite grüne Flächen Gras Blumen Kinder mein kleiner Sohn der den Heuschrecken nachläuft und mir heftig winkt hierher hierher und weint wenn mich der Wind wegtreibt sehr schön dass du noch mal ein sehr schönes Gedicht auch Gunteram Vesper ist verstorben vor nicht allzu langer Zeit ja aber mit diesem Abendgedicht mit dem Kopf im Nacken können wir fast schließen und wollen wir uns ein Chor versuchen noch ja das können wir gerne machen ich wollte vorher nur noch kurz zu Elke Erb zwei Sätze sagen nämlich in den Jahrbüchern vor 89 hat Elke Erb eine ganz große Rolle gespielt das sieht man in den Jahrbüchern von außen nicht so an aber es waren natürlich immer Bände für die deutschsprachige Lyrik und dazu gehörte die DDR auch Elke Erb hat junge Dichter versammelt und mit Hilfe eines Diplomaten Koffers die Gedichte in den Westen transportiert transportieren lassen die Lyrik Jahrbücher haben ja diese Gedichte dann ohne Erlaubnis der DDR Autoritäten publiziert was mich ein paar Einreiseverbote eingetragen hat aber das nur am Rande und im 25. Jahrbuch der Lyrik wer das zu Hause hat kann das selber noch mal nachlesen ist ein sehr schönes Gedicht von Elke Erb über das Wiederlesen des Lyrik Jahrbuchs 1986 und ich erwähne das weil sie darüber staunt was in der Poesie alles passiert ist ohne dass man es hinter dem Eisernen Vorhang so richtig mitbekommen hat als sie Zugang hatte zu Texten aus Amerika von Frank O'Hara und anderen das muss für sie wie ein Schock gewesen sein was sich da in der Lyrik alles bewegt hat und wie es sich bewegt hat das gehört auch zur Geschichte des Lyrik Jahrbuchs und den 35 Bänden die das hatte dass es mir immer wichtig war dass Dichter aus der Schweiz aus Österreich der DDR und der BRD wie es damals hieß im Lyrik Jahrbuch vereint waren die haben auch sehr viel Ping Pong miteinander gespielt mit Autoren in Ost und West und das führte manchmal auch zu Verwicklungen wenn sich dann herausstellte dass jemand im Lyrik Jahrbuch abgedruckt war der später dann doch für die falsche Organisation gespitzelt hat aber auch das gehört zur Geschichte und darüber werden dann wahrscheinlich 33 Promovendi über dieses Unternehmen irgendwann mal im Jahre 2077 eine Doktorarbeit schreiben sehr schön genau dann oder ich sollen wir es ganz ganz ans Ende stellen und wir schalten ab nach LKR und sagen vorher nochmal Danke Danke Dann Sieht das Ende haben wir nicht gesprochen vielleicht sagen wir vorher nochmal Danke wir sagen tausend Dank ans Publikum nicht wahr lieber Christoph aber das großartig ihr seid also danke ans Publikum und an alle die gelesen haben ihr seid da draußen ihr schreibt ihr lest Gedichte so soll es weitergehen und wir wünschen dem Jahrbuch ein wahnsinnig langes Leben auch nach Christoph Buchholz sozusagen und danke vor allem auch nochmal an die Leute hinter den Kulissen an Florian Kind Jasmin Kamenzind Adina Genglowski für die technischen Support für die Orga im Vorhinein die wirklich großartig war an Klaus Schöffling für seine Treue dem Jahrbuch der Lyrik gegenüber an dich lieber Christoph der du das über 40 Jahre lang unermüdlich getan hast und wer fehlt jetzt noch wir müssen wir noch danken all die Dichter die mitgemacht haben durchgehalten haben und wenn ich das noch anfügen darf diese enorme Gala von ziemlich vielen Stunden ist ein ja wenn ich darüber nachdenke das findet wahrscheinlich erst morgen statt wenn man selber mittendrin ist kriegt man das noch nicht so genau mit aber es ist auch eine wunderbare Lyrik Jahrbuch Abschieds Gala für mich gewesen wo ich den Autoren und diesen vielen Stimmen nur herzlich danken kann wie meine Oma sagte man wird nicht dümmer davon allerbesten Dank euch allen die mitgemacht haben schlaft gut wie der Bayer sagt und wir lesen jetzt nochmal du zählst vor eins zwei drei und dann los mit Odu okay ja eins zwei drei Odu beides in dir Pferd und Reiter Himmel und Wald jetzt aber dunkle Nacht hier und kein Sterbens Wörtchen danke Arie Viderci gute Nacht vielen Dank Dank